2020. Die neue Erde. Ein Erlebnisbericht. Geschrieben und hier vorgelesen von Jesus Urlauber, bekannt auch als Bauchy. Vorwort Ich erinnere mich an den Tag, an dem wir am Strand waren. Ein wirklich heißer Tag. Er ist, wo ich diese Worte schreibe, gerade mal zwei Wochen her. Doch in diesen zwei Wochen hat sich mein Leben schon maßgeblich geändert. Jetzt, wo ich dieses Buch einlese, sind knapp drei Monate vergangen und es hat sich schon vieles, vieles mehr maßgeblich geändert. Und nicht nur bei mir. Erst fiel uns nichts Besonderes auf. Dass Nathan mal etwas schweigsamer ist, ist nichts Ungewöhnliches. Er ist ein guter Beobachter und Zuhörer und redet bei weitem nicht so viel wie ich. Dennoch war auf der Rückfahrt spürbar, dass ihn irgendetwas beschäftigte. Und als er dann am Abend zu Hause mit der Sprache herausrückte, verschlug es uns allen dieselbe. Dann erzählte er uns eine Geschichte, die keinen von uns kalt ließ. Inzwischen bin ich in Wien und schreibe diese, Nathans Geschichte, weil sie mich, auch wenn ich immer noch nicht weiß, was ich davon halten soll, einfach selbst nicht mehr loslässt. Zumal meine eigene Geschichte ein Teil der Seinen lässt. Nathan bat mich, diese Geschichte für ihn aufzuschreiben, aber es ist seine. Er möchte gern anonym bleiben, hat selbst nicht mal ein Konto bei Facebook und nutzt das Internet insgesamt eher sehr vorsichtig. Im Moment skypen wir fast täglich und gleichen das Geschriebene regelmäßig ab. Nichts hier geht an die Öffentlichkeit, ohne dass es von ihm abgesegnet wurde und bestätigt, dass es genau so war und nicht anders. So unglaublich sie ist, und wir haben ihm alle erst einmal unterstellt, dass er am Strand nur geträumt habe, enthält sie doch sehr überzeugende Aspekte. Und dass er sich das alles innerhalb nur einer halben Stunde oder weniger, die er da gelegen hat, als wir im Wasser waren, ausgedacht hätte, halte ich für noch unglaubwürdiger als einen Traum. Aber auch der Traum relativiert sich angesichts der Masse an Erinnerungen, die er an ihn hat. Sollte es wirklich wahr sein, hat mein Freund eine Zeitreise gemacht. Heute muss ich über die Frage selber so lachen. Entschuldigung, weil ich habe selber das Zeitreisen gelernt. Ja, alles eine Frage der Wahrnehmung, die sich einstellt, wenn man dieses Buch gelesen hat. Ich bin mir wirklich nicht mehr sicher, ob so etwas unmöglich ist. Doch mein kleingeistiger Verstand bekommt es derzeit einfach nicht hin, zu glauben, was Nathan erzählt hat. Ja, inzwischen tut er das sehr wohl. Aus dem Grund habe ich mich entschieden, dieses Buch zu schreiben, weil es für mich den einzigen Weg darstellt, es herauszufinden. Und es werden lange, fünf Jahre, um an den Punkt zu kommen, an dem wir alle es wissen werden. Allerdings reichten zwei Wochen, um ersten Anhaltspunkten die Gelegenheit zu geben, sich gemäß seiner Angaben als wahr zu erweisen. So hätte ich zum Beispiel vor zwei Wochen jedem mit zehn Fingern einen Vogel gezeigt, der mir gesagt hätte, dass ich heute in Wien sitzen werde. Und zwar genau so, wie ich sie ihm gezeigt habe, als er es erwähnte. Aber ich sitze in Wien. Völlig unvorhersehbar, wenn auch im Nachhinein völlig erklär- und nachvollziehbar. Ich gebe zu, dass ich aufgeregt bin und dieses Buch mit großer Spannung und wachsender Begeisterung schreibe. Da die in ihm enthaltenen Details der Reise seine Erzählung am ersten Abend doch sehr erweitern, sich aber bisher nicht im geringsten widersprochen haben, erfahre ich selbst während des Schreibens immer weiter dazu. Und so freue ich mich aufs Endprodukt, von dem er mir versichert, dass es Ende Juli 2015 fertiggestellt sei. Und so war das dann auch. Einfloh geht mir dabei nicht aus dem Kopf. Nathan, der seit diesem Tag wie ausgewechselt ist, hätte es dennoch weder früher noch heute nötig gehabt, irgendwem einen Bären aufzubinden. Und der humorvolle Ernst in seinen Augen und die Ruhe in ihm sind definitiv neu und ungewohnt. Er hat meine Welt verändert und ich selbst bin definitiv auch nicht mehr derselbe wie vor zwei Wochen, geschweige denn wie vor drei Monaten. Ich wünsche jedem Leser mindestens den gleichen Spaß mit diesem Buch, der mir gegönnt ist. Ob die Geschichte wahr ist oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Ich tendiere dazu, mir die Frage gar nicht erst zu stellen, sondern zu gucken, wozu sie uns inspirieren kann. Wir sehen uns 2020. Bauchi, Jesusurlauber Zitat von irgendwem Überlege dir, wie du die Welt siehst, denn so nimmst du sie wahr. Herstellung und Verlag, Books on Demand, Norderstedt, die ISBN, ist 978-37386-33382, das Cover des Buches ist von Wu Wang aus Aachen. Hochverehrtes Publikum, ich begrüße dich an Bord der Brain Lines. Mein Name ist E. Kensington, ich bin dein Kapitän. E. Kensington, sollte man im Deutschen dann auch vielleicht sagen, da steht E, nicht I. Ich bitte dich, eine entspannte Position einzunehmen und das Denken einzustellen. So kann ich für eine sichere Reise garantieren, von der wir vielleicht nicht mehr zurückkommen. Die Handlung der nun folgenden Geschichte und alle handelnden Personen sind nicht frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder realen Personen ist nicht zufällig. Weckt irgendetwas dein Interesse, könnte es lohnen, im Internet ein wenig Recherche zu betreiben. Dennoch ist alles reine Fiktion. Dennoch ist alles völlig real. Bevor du anfängst zu lesen, erlaube deinem Geist, sich frei zu bewegen. Bezüglich Risiken und Nebenwirkungen vergiss, was dein Arzt oder Apotheker möglicherweise sagen könnten. Mach deine eigenen Erfahrungen. Ich wünsche eine angenehme Reise in das Jahr 2020. Es ist Juli und einer der heißesten Sommer, die wir je hatten. Die Sonne brennt unerbittlich auf unsere Köpfe nieder, doch das stört uns nicht. Ich bin mit ein paar Freunden am Strand und so dicht am Wasser ist Hitze kein Problem. Sie ist eher eine Einladung, das kühle Nass, ein ums andere Mal zu genießen und sich darüber zu freuen, dass wir die Zeit dazu haben. Ein stressfreier Urlaubstag, an dem die Welt in Ordnung scheint und wir nicht die geringste Lust haben, das anders zu sehen. Ich schaue zu meinen Freunden hinüber, die gerade im Wasser spielen und sichtbar Spaß miteinander haben. Das Leben rockt, denke ich. Wieso kann das nicht immer so sein? Ich schließe die Augen und lege mich zurück. Gib's mir, Sonne! Volle Ladung, bitte! Ein Weilchen später öffne ich die Augen wieder, immer noch lächelnd, weil eine kühle Brise meinen Körper streichelt. Ein wenig benommen setze ich mich wieder auf, suche nach meiner Wasserflasche und finde sie nicht. Meine Tasche ist weg und nach kurzer Zeit wird mir klar, dass meine Freunde auch nicht mehr da sind. Toller wird's, denke ich, und stehe auf. Suchend wandert mein Blick umher und langsam wird mir klar, dass irgendetwas nicht stimmt. Es sind nicht nur meine Freunde nicht mehr da, sondern es ist niemand am Strand. Das ist selbst für diesen Strand, an den wir so gern fahren, weil die Touristen ihn nicht kennen, doch eher ungewöhnlich. Nicht einmal die Mülltonnen sind noch da, wo ich eine halbe Stunde zuvor meine Bananenschale entsorgt habe. und alles um mich herum ist so grün. Träume ich? Das ist nicht real. Die Sonne brennt nach wie vor und da mein Wasser verschollen bleibt, treibt es mich gerade noch einmal ins Meer. Ich gehe diesem Drang nach, vergesse für eine Sekunde meine Verwirrung, doch als ich den Strand und die Insel dahinter vom Meer aus sehe, durchfährt mich ein Schreck. Wo bin ich hier? Ich erkenne die Umrisse der Berge, doch sie sehen völlig anders aus als eben. Das sonst im Sommer so karge Land ist grün. Ich sehe Wälder, die es auf dieser Insel seit Jahrhunderten nicht gegeben hat. Bin ich in der Vergangenheit? Habe ich eine Zeitreise gemacht? Nein. Ich muss träumen. Aber alles ist so verwirrend real. Langsam schwimme ich an den Strand zurück, obwohl mir das Wasser gerade mal bis zur Hüfte geht. Bis ich den Meeresboden meinen Bauch kitzeln spüre. Wie ein Alligator liege ich da, rühre mich nicht und meine Augen suchen die Umgebung ab. Ich weiß nicht einmal, wonach ich suche. Irgendwas, irgendein Anhaltspunkt, der mir erklärt, was ich hier gerade erlebe und wieder Klarheit in meinen definitiv verwirrten Kopf bringt. Ich fühle mich nicht schlecht, ich verspüre keine Angst und meine Sinne sind dennoch voll konzentriert. Langsam stehe ich auf und gehe zu meinem Handtuch, was noch genauso da liegt, wie ich es eben verlassen habe. Achtsam hebe ich es auf, jederzeit darauf gefasst, dass irgendwas damit passiert, doch es passiert nichts. Es verhält sich wie jedes Handtuch, das man gerade aufhebt. Ich werfe es mir über die Schulter und gehe langsam in Richtung Parkplatz, wo ich hoffe, meine Freunde zu finden, obwohl ich langsam begreife, dass es sich nicht um einen Scherz von ihnen handeln kann. Den Parkplatz erkenne ich als solchen nicht wieder. Ich erkenne die Fläche irgendwie, aber er ist überwachsen von Pflanzen. Mittendrin eine Lagerfeuerstelle. Ich gehe hin und überprüfe die Asche und verbrenne mich im Zeigefinger. Hier muss vor kurzem jemand gewesen sein, denn die Asche glüht zum Teil noch. Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Rufe ich erst zögerlich, dann so laut ich kann. Noch einmal. Hallo? Doch außer ein paar Vögeln, die zeternd aus den Bäumen ringsum vor mir und meinem Lärmreis ausnehmen, reagiert niemand. Was zu meinem Kerl geht hier vor? Sag ich laut. Und wie zur Antwort lacht auf einmal eine Möwe über mir. Doch es klingt nicht unheilvoll. Es klingt einfach, als wüsste sie etwas, das mir entgangen ist. Ich schaue ihr nach. Sie fliegt in Richtung Inselinneres und ohne, dass ich etwas hätte entscheiden müssen, setzen sich meine Beine in Bewegung. Langsam gehe ich ihr nach. Sie verschwindet aus meinem Blickfeld und ich verlasse den Parkplatz über den Weg, auf dem wir ihn vor etwa einer Stunde erreicht haben. Doch auch der Weg ist anders als eben. Er ist noch da, aber wie alles um mich herum wesentlich bewachsener. Nach ein paar hundert Metern stelle ich fest, dass er nicht irgendwie bewachsener ist, sondern alles um mich herum Früchte trägt. Vieles davon ist reif, vieles noch nicht, aber alles ist essbar. Ich halte vor einem Strauch voller dicker Brombeeren aus dessen Mitte ein Feigenbaum wächst. Ich erinnere mich an meinen Durst und die Abwesenheit meiner Wasserflasche und erlaube mir, mich reichlich zu bedienen. Mein Gott, schmeckt das. Der Saft der Früchte läuft mir wohltuend die Kehle hinunter und für einen weiteren Moment vergesse ich alles um mich herum. Ich wusste nicht, dass Feigen so saftig sein können, doch sie sind es. Saftig und süß. Ein wenig bezaubert, voll... Ich kriege direkt... Läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Ein wenig verzaubert, folge ich dem Weg weiter, denn ich bleibe... Dann bleibe ich wie angewurzelt stehen. Unweit vor mir sehe ich einen Turm. Ein Stahlgerüst mit einer Kuppel obendrauf. Ich habe sowas schon gesehen, aber nicht in Real, sondern in Videos über Tesla-Technologie. Und ich sehe noch etwas. Das alte halb verfallene Haus, das alte halb verfallene Haus, das ist unweit des Weges, auf dem wir hierher kamen, steht, in einiger Entfernung von etwa 200 Metern vom Turm, gar nicht mehr so verfallen da. Es sieht ganz im Gegenteil toll aus, liebevoll hergerichtet, und es scheint bewohnt zu sein. Die Fensterläden sind geschlossen, doch ich sehe, dass die Terrassentür offen steht und ein weißer Vorhang sich im seichten Wind bewegt. Wie magisch angezogen, doch zögerlich gehe ich darauf zu. Um mich herum blüht das Leben. Überall summen Insekten, zwitschern Vögel, zirpen Grillen wie im Wettstreit. Es ist regelrecht laut und gleichzeitig ruhig und harmonisch. Als ich auf der Terrasse stehe und gerade Luft hole, um Hallo zu rufen, kommt eine Frau aus dem Haus, sieht mich an, sieht mich und strahlt mich an. Hey, schön, dass du da bist. Magst du eine Limonade mit mir trinken? Ich habe gerade welche gemacht. Sie winkt mich einladend zu einem Tisch, auf dem ein paar die Sonne reflektierende Gläser stehen, zu denen sie jetzt die Kanne stellt, die sie in der Hand hält. Verunsichert und neugierig folge ich der Einladung und setze mich auf Ende der Stühle. Wie darf ich dich nennen? fragt sie mich freundlich und ohne jede Scheu. Nathan, sage ich zurückhaltend und schaue sie das erste Mal direkt an. Sie ist kaum älter als ich, hat schulterlanges braunes Haar und eine Sanftmut in den Augen, die mir die Sprache verschlägt. Ich erkenne mich selbst nicht so ganz wieder. Wo ist der charmante Unterton in meiner Stimme? Wo meine Wortgewandtheit? Wo mein Selbstvertrauen? Normal bin ich nicht schüchtern, aber in diesem Moment, in dieser Situation, würde ich mich am liebsten in einem Mauseloch verkriechen. Was geht hier vor sich? Hallo Nathan, es freut mich sehr, dass du heute vorbeigekommen bist. Die anderen sind alle irgendwo unterwegs und ich habe schon gedacht, ich muss jetzt hier allein sitzen und meine Limo genießen. Ich heiße Samira und es freut mich sehr, dich als Gast zu haben. Sie reicht mir ihre Hand und ich erwidere den Gruß. Sie schenkt uns Limo ein und reicht mir ein Glas. Vergnügt und unbedarft schaut sie mir dabei direkt in die Augen. Sie freut sich wirklich über meinen Besuch. Die Limo schmeckt und löscht meinen Durst noch einmal völlig anders als die Beeren und Feigen zuvor. In einem Zug leere ich das Glas und sie quietscht vor Vergnügen. Das ist ein tolles Lob. Noch eins. Ich japse nach Luft, während ich sie dankbar anschaue und ihr mein Glas hinhalte. Lachen schenkt sie nach, dann erst trinkt sie von ihrem eigenen. Sie ist so schön, wie sie da sitzt. Nicht wie eine Schönheitskönigin, nicht wie ein Model, sondern einfach schön. Innere Schönheit, die nach außen strahlt. Ich bin erneut wie verzaubert, vergesse jede mir beigebrachte Form von Höflichkeit und bekomme weiter kein Wort über die Lippen. Lächelnd lehnt sie sich in ihrem Stuhl zurück und schließt genießerisch die Augen. Ihre Mundwinkel zucken schon ein wenig und dann sagt sie, du bist nicht von hier, oder? Naja, sage ich irgendwie schon, aber ich weiß nicht, wo ich hier bin. Erstaunt und interessiert öffnet sie ihre Augen und schaut tief in die Meinen. Ich fahre fort. Ich kenne die Insel und lebe schon seit ein paar Jahren hier, aber sie ist irgendwie völlig anders, als ich sie kenne. Kann es sein, dass ich träume? Ich weiß nicht. Was nimmst du denn gerade wahr? Ich erzähle, was seit eben passiert ist und sie schaut mich verwundert, aber nicht verurteilend an. Ihre Blicke sagen, dass sie mich ernst nimmt und sie fragt mich, was denn gerade so anders sei, als vorher. Na, irgendwie alles. Ich merke, dass ich immer noch auf der Insel bin, aber die Insel ist völlig anders. Das Erste, was mir aufhiel, war, dass alles so üppig bewachsen ist, was ich hier vor allem im Sommer überhaupt nicht kenne. Dann, dass die Müller immer nicht da sind, dann, dass der Parkplatz und der Weg voller Grün und Essen ist, dann dieser Turm da hinten und dann, naja, wie soll ich sagen, als ich vor ein, zwei Stunden hierher kam, war dieses Haus noch in einem desolaten Zustand. Ich habe mich mit meinen Freunden darüber unterhalten, wie schade das ist und dass man es eigentlich einfach besetzen müsse, wenn sich niemand drum schere und was man alles Tolles damit machen könne. Es ist einfach, als sei ich in einem Paralleluniversum, in dem alles ist, wie es sein sollte. Nachdenklich, aber immer noch freundlich, schaut sie mich an und dann rüber zum Turm. Na dann, welches Jahr haben wir? Na, 2015, sage ich. Zumindest, soweit ich weiß. Sicher bin ich mir gerade über gar nichts. Überrascht, schaut sie wieder zu mir. Einen Moment lang scheint sie zu überlegen und dann sagt sie mit einer sanften Stimme, die mich wieder verzaubert, mein lieber Freund, entweder hast du eine Amnesie oder du bist ein Zeitreisender. Aber hier, wo wir gerade sind, schreiben wir das Jahr 2020. Wenn wir es denn noch tun, weil es eigentlich völlig uninteressant geworden ist. Und vergnügt, fügt sie hinzu, was wäre dir denn lieber? Völlig verdutzt durch diese Mischung aus Informationen, die man lieber nicht hätte und ihrem Ausdruck von das ist überhaupt nichts Schlimmes, weder das eine noch das andere, suche ich nach einer Antwort. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich weiß nicht, was passiert ist und ich habe auch keine Ahnung, wie sich diese Insel in fünf Jahren so erheblich geändert haben kann. Ich würde, glaube ich, gern nach Hause, aber das sind etwa 20 Kilometer, die wir vorhin mit dem Auto zurückgelegt haben, das ich nicht mehr finde. vielleicht kann ich bei Anhalter fahren. Sichtlich vergnügt schaut sie mich an und ich verstehe nicht so ganz, was an der ganzen Sache so spaßig sein soll. Mir ist gerade gar nicht so richtig nach Lachen zumute. Ich bin in höchstem Maße verwirrt. Vielleicht kann ich dir ein wenig helfen, sagt sie. In den letzten fünf Jahren hat sich nicht nur auf dieser Insel ganz erheblich etwas geändert, sondern auf der ganzen Erde. Ich weiß etwas über dich, das du nicht weißt, aber ich möchte dir gerade den Spaß nicht nehmen, es selbst herauszufinden. Aber so viel kann ich dir erzählen und dann sage ich dir, wie du nach Hause kommst. Einverstanden? Ich schätze schon, antworte ich in Ermangelung einer Alternative. Neugierig und interessiert schaue ich sie an. Samira lehnt sich im Stuhl zurück, atmet tief durch und fängt an zu erzählen. Also, auch wenn du das Jahr 2015 zur Hälfte schon erlebt hast, wenn du sagst, es ist Mitte Juli für dich, sowas hier glaube ich gerade auch soweit ich weiß ist, hast du noch nicht mitbekommen können, dass 2015 für sehr viele Menschen ein Jahr großer Veränderungen war. Vor allem die zweite Jahreshälfte war eine Zeit großen Wandels. Wie das im Genauen aussah, erzählen dir mit Sicherheit in Kürze viele andere. Also beschränke ich mich auf das Wesentliche, den Kern, das, was sich damals fast schlagartig zu ändern begonnen hat. Die politische Situation spitzte sich damals sehr dramatisch zu und wir standen vor einem großen Krieg in Europa und der ganzen Welt. Doch zu viele Menschen hatten damals schon verstanden, dass es keinen Krieg geben wird, wenn wir alle keinen austragen. Immer mehr von uns begannen die Vorgaben von oben zu ignorieren, den Gehorsam zu verweigern und selbst die eigene Autorität zu sein. Das Internet half uns damals dabei, uns grenzübergreifend zu organisieren. So konnten wir uns allen ebenseitig helfen und wir begannen, jeder für sich, aber keiner allein, das zu tun, was wir selbst für richtig und sinnvoll hielten. Und es begann auf allen Ebenen gleichzeitig. Eltern und Kinder taten sich zusammen und ließen die Schulpflicht einfach links liegen. Viele gingen nicht mehr zur Arbeit, die Parks und Wälder waren auf einmal viel interessanter. Die Lebewesen um uns herum gewannen wieder an persönlicher Bedeutung, wo wir vorher in persönlicher Abhängigkeit voneinander gelebt hatten und das Wesen unserer Mitmenschen und vor allem der Tiere überhaupt nicht mehr wahrnehmen konnten. Mieter zahlten ihre Mieten nicht mehr, wodurch Vermieter nichts mehr an die Banken zurückgeben konnten. Hochrangige Banker kündigten ihre Jobs und zeigten sich solidarisch. Selbst Politiker sagten auf einmal Dinge, mit denen sie sich auch identifizieren konnten und traten von ihren Ämtern zurück. Um es bildlich auszudrücken, haben die Menschen die Hierarchie-Pyramide einstürzen lassen. Es kam zu Unruhen, aber die waren auch nicht wirklich größer als die Unruhen davor. Sie wurden kompensiert durch die Ruhe, die auf einmal möglich war, weil immer weniger von uns dem Dauerstress des damaligen Systems ausgesetzt waren. Die gewonnene Zeit nutzten wir, um uns, weltweit vernetzt mit allen, über Alternativen auszutauschen. Und wir hatten schnell herausgefunden, wie wir uns miteinander wesentlich besser helfen konnten als gegeneinander. Es mangelte ja tatsächlich an nichts. Es war nur alles nicht verfügbar und durch das Regiment über das Geld sehr ungerecht verteilt. Irgendwann kamen aber auch die Mainstream-Medien nicht mehr umhin, sich anzupassen. Das bis dahin explizit problemorientierte Programm verschwand und machte Platz für wirklich inspirierende Lösungsansätze. Und noch etwas sehr entscheidendes änderte sich. Wir hörten fast automatisch auf, uns übereinander zu erheben und andere zu erniedrigen. Erst flüsterten es die Spatzen von den Dächern und auf einmal war es einfach in aller Munde. Wenn wir ständig nur das Negative sehen und uns mit den Unzulänglichkeiten und Schwächen und Fehlern anderer beschäftigen, leiden wir selbst darunter. In einer Gesellschaft, in der es zu 90% tadelt und nur zu 10% Lob gibt, ist es fast logisch, dass das Leben keinen Spaß mehr macht. Alle fühlen sich unbeachtet, alle haben das Bedürfnis, über sich hinaus zu wachsen und allen fehlt es an Begeisterung, das zu tun. Wenn du dein Bestes tust und trotzdem dafür überwiegend negatives Feedback bekommst, macht das Leben nun mal keinen Spaß. Und langsam wurde selbst den Langsamsten klar, dass das ausschließlich am allgemeinen Umgang miteinander lag und jeder für sich jederzeit damit beginnen konnte, es anders zu tun. Also lebte es sich bereits gegen Ende 2015 für sehr viele Menschen sehr viel lebenswerter, weil sie selbst damit begannen, sich anders zu verhalten. Sie begannen, im Gegenüber das Schöne und Gute zu beachten und bekamen auf einmal selbst wieder Spaß am Leben, weil sie in der Folge keine von ihnen gestressten Menschen mehr um sich hatten, sondern Mitmenschen, die sich in ihrer Gegenwart jetzt viel wohler fühlten. Und sie begannen auch mehr zu loben als zu tadeln. Es war ja auch nicht wirklich schwer. Und so griff es wie ein Virus um sich, vor allem als gegen Ende des Jahres die Medien umschwenkten. Und so geschah etwas, was sich die wenigsten bis dahin vorstellen konnten. wir bekamen wieder Zugang zueinander. Fasziniert höre ich zu. Ich muss träumen. Das kann doch nicht real sein. Zwischendurch kneife ich mir so geheimlich in den Arm und zucke ein wenig zusammen, weil es weh tut. Auch mein Zeigefinger erinnert mich an das völlig reale Erlebnis an der Feuerstelle. Samira nimmt einen Schluck aus ihrem Glas und auch ich muss etwas trinken. Ich kann nicht genau definieren, ob ich meine trockene Kehle der Hitze oder der Situation zu verdanken habe. Ich glaube, ich habe genug geredet. Du sagtest, du möchtest nach Hause. Da hinten müsste noch ein Fahrrad stehen. Du kannst aber gern noch ein wenig warten. Ich habe das Gefühl, dass Manuel gleich hierher kommt und er wird sich freuen, dich mit dem Auto zu fahren und dir auf der Fahrt mehr zu erzählen. Ich schweige einen Moment. Dann fällt mein Blick wieder auf diesen Turm, der mich die ganze Zeit schon irgendwie fasziniert. Was ist das für ein Turm, frage ich. Doch bevor sie antworten kann, biegt ein Auto in die Zufahrt ein und kommt mit schnellem Tempo auf uns zu. Und zwar völlig lautlos. Na, was habe ich gesagt? jubelt Samira. Das ist Manuel. Komm, wir gehen ihn begrüßen. Ich habe Schwierigkeiten, ihr zu folgen, so schnell ist sie bei ihm. Sie fällt ihm um den Hals und begrüße ihn mit einem innigen Kuss. Also ihrem Freund oder Mann, denke ich, und gehe automatisch noch einen Schritt langsamer. Dann lösen sich die beiden aus ihrer Umarmung und Samira dreht sich zu mir um. Manuel, das ist Nathan. Nathan, das ist Manuel. Nathan ist hier gerade vorbeigekommen und hat Limo mit mir getrunken und mir eine sehr interessante Geschichte erzählt. Mit einem freundlichen breiten Grinsen kommt Manuel auf mich zu und begrüßt mich mit einer Umarmung, der ich mich nicht widersetzen kann und gerade auch nicht möchte. Seine freundliche Ausstrahlung gibt mir ein Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit. Willkommen Amigo, sagte er. Schön, dich kennenzulernen. Du siehst ein wenig durch den Wind aus, alles in Ordnung bei dir. Ich bin perplex. Was sind das für Leute? Ich bin es gewohnt, mich unter Hippies zu bewegen, hab mich irgendwie selbst immer dazu gezählt und bin freundlich im Umgang miteinander durchaus gewöhnt und auch Umarmungen unter Männern, aber das hier ist irgendwie anders. Es ist so echt, so selbstverständlich. Ich kann es nicht erklären. Und er hat mein intuitiv aufgesetztes Alles-Cool-Mann-Gesicht sofort durchschaut und spricht es auch noch direkt an. Ein sehr aufmerksamer Mensch. Zwei sehr aufmerksame Menschen. Noch einmal, wo bin ich hier? Was für eine Geschichte hast du erzählt? fragt mich Manuel auf dem Weg zurück zum Haus. Und erst hier wird mir klar, dass für die beiden meine Geschichte tatsächlich interessanter sein muss als die, die ich eben von Samira gehört habe. Dennoch bin ich so verwundert über alles, dass ich mich plötzlich erst einmal setzen muss. Mitten auf dem Weg, mitten auf dem Boden. Mir ist schwindelig und sofort stehen die beiden neben mir und helfen mir auf. Komm, wir bringen dich auf die Veranda, da kannst du dich erst einmal sammeln. Ich kann nicht einmal definieren, wer das gesagt hat. Bevor ich es mich versehe, wo habe ich das geschrieben, sitze ich wieder auf dem Stuhl auf der Terrasse. Entschuldigung. Ich nehme ein Glas, das mir bereits zum dritten Mal gefüllt mit dieser wundervollen, trotz der Hitze immer noch kühlen Limonade gereicht wird, doch diesmal nehme ich nur kleine Schlucke. Während Samira im Haus verschwindet, setzt sich Manuel auf den Stuhl neben mir und ich spüre seine wachsame Aufmerksamkeit in vollem Umfang auf mich gerichtet. Wieder dieses Gefühl von Geborgenheit, das ich nicht erklären kann. Ich fühle mich wahrgenommen, umsorgt und irgendwie als sei ich für jemanden gerade das Wichtigste auf der Welt. Unbeschreiblich und völlig unaufdringlich. Was besser, Amigo? fragt er mich grinsend. Ich schaue ihn an und sein Blick trifft mich wie ein Schlag. Ich habe wirklich gute Freunde und wir würden durch dick und dünn füreinander gehen, aber dieser Blick ist voller Liebe, Fürsorge und Gutmütigkeit. So etwas bin ich nicht gewohnt und dennoch fühle ich mich in keinster Weise unwohl. Nicht angemacht oder sowas. Das hier ist nicht irgendwie schwul oder sowas. Es ist eher wie zwischen einem Vater und seinem Sohn. Samira kommt mit einem Teller voller Kekse aus dem Haus zurück und gesellt sich zu uns an den Tisch. Ich nehme gern einen und er schmeckt wundervoll. Nathan kann sich an nichts erinnern, was seit Juli 2015 passiert ist, weil er es überhaupt nicht erlebt hat, eröffnet sie Manuel anscheinend davon ausgehend, dass er mich noch gar nicht danach gefragt hat. Manuel zieht die Augenbrauen hoch, sagt aber noch nichts. Er gibt mir Gelegenheit, erst einmal selbst zu Wort zu kommen. In kurzen Worten wiederhole ich meine Geschichte und er ist hellauf begeistert. Sowas hört man nicht alle Tage, sagt er lachend. Und an mich gerichtet, fragt er, geht es dir besser? Kommst du klar? Ich fühle mich wesentlich besser und sage das auch. Irgendwie nehmen die beiden mir die Gelegenheit, mich weiter meiner Verwirrung hinzugeben. Samira hat mir erzählt, dass ich hier gelandet bin und mein Verstand weigert sich, es zu glauben. Zeitreisen? Das mit der Amnesie kann ich noch weniger glauben, weil ich mir vor zwei Tagen diese Schramme am Bein zugezogen habe, die in dem Fall längst verheilt sein müsste. Auch sonst fühle ich mich nicht um fünf Jahre gealtert. So war meine Unklarheit zu sprechen, gibt mir das Gefühl, wieder etwas klarer im Kopf zu werden. Meine Sinne schärfen sich wieder und es entsteht ein wirkliches Interesse daran, mehr darüber zu erfahren, was hier gerade mit mir passiert. Nun ja, sagt Manuel, sichtlich selbst in seinen Gedanken kramend, wenn du wissen willst, was dir geschieht, wirst du an irgendwas glauben müssen. Wenn du etwas nicht glauben kannst, kannst du es erst recht nicht wissen. Er sagt das, als sei es selbstverständlich und in liebevollem Ton. Ich selbst habe das mit den Zeitreisen noch nie erlebt, aber im Internet gibt es in den letzten Jahren vermehrt Leute, die von Timeshifts schreiben, die sie erleben. Es ist eine ganze Interessengruppe entstanden, die diesem Thema ihrer Aufmerksamkeit schenkt. Sie forschen mit Begeisterung daran. Seit wir verstanden haben, dass Zeit keinem linearen Ablauf folgt und Raum auch nur etwas in unserem früheren Denkkonzept existentes ist, liegt ein völlig neues Raum-Zeit-Kontinuum vor unseren Augen, das es zu entdecken gibt. Äh, Moment, Stopp, eins am anderen bitte, das Internet gibt es also noch und die Zeit läuft nicht linear ab? Jetzt lachen beide schallend und ich kann mich nicht dagegen wehren, ich muss mitlachen, auch wenn ich keine Ahnung habe, warum und was an meinen Worten so witzig sein soll. Doch es hilft mir dabei, mich etwas zu lösen und es fühlt sich einfach gut an. Das Internet gibt es noch, auch wenn du es wahrscheinlich kaum wiedererkennen wirst, klärt mich Samira auf, als wir uns wieder beruhigt haben. Und nein, Zeit folgt keinem linearen Ablauf. Das haben wir immer nur so empfunden. Aber schon Einstein hat verstanden, dass Zeit relativ ist und eben nicht nur Zeit, sondern alles. Alles ist relativ, weil alles immer aus der Perspektive des Wahrnehmenden gesehen wird. Fünf Minuten können genauso schnell vergangen sein, wie sie eine Ewigkeit dauern können. Für den einen so, für den anderen so, selbst wenn sie direkt nebeneinander stehen. Seit dieses Dogma gefallen ist, wurde uns klar, dass es sehr lohnt, sich das Ganze einmal genauer anzusehen. Und als die ersten anfingen, ganz offen damit umzugehen, häuften sich die Berichte über Anormalitäten. Bitte entschuldige die Frage, aber sind die Ufos dann auch schon gelandet? Die beiden können sich nicht mehr halten vor Lachen. Und wieder muss ich mitlachen, auch wenn ich mich diesmal ein wenig fühle wie ein Etwas in einer Freakshow. Nein, Nathan, mein Amigo, das sind sie noch nicht. Darauf warten hier auch noch einige, aber inzwischen dürfte es keinen einzigen Menschen mehr auf dieser Erde geben, dennoch glaubt, wir seien allein im Universum und erst recht nicht die einzige Intelligenz. Stattdessen wissen wir heute alle, dass wir selbst nicht von hier sind, das Leben als solches das Universum erschaffen hat und sich nicht auf der Erde entwickelt hat. Wir sehen überall um uns herum, dass alles, was ist, von Bewusstsein zusammengehalten wird. Und wir stehen immer bewusster mit dem in Kontakt, was nicht zur Erde dazugezählt wird, und zwar über das Internet, zu dem gerade immer mehr Menschen Zugang finden. Er hascht meinen fragenden Blick und fährt gleich fort. Alles ist mit allem verbunden. Trennung existiert nicht. Das war nur Teil unserer Einbildung, wie alles, was wir wahrnehmen, genau genommen Einbildung ist, weil wir eben alles in uns wahrnehmen und in uns finden wir auch den Zugang zu allem. Von Telepathie hast du schon gehört, nicht wahr? Ohne dass wir darüber gesprochen hätten, kann ich dir zum Beispiel gerade sagen, dass ich weiß, dass Amira kurz vor meiner Rückkehr nicht nur gespürt hat, dass ich bald da sein werde, sondern sie hat es dir auch gesagt. Ich wusste nicht, mit wem sie da redet, aber ich wusste, dass sie mich spürt und gerade von mir redet, weil ich es in dem Moment auch gespürt habe. Diese Dinge funktionieren über das, was ich eben das Internet genannt habe. Dieser Begriff hat sich mehr oder weniger durchgesetzt. Ganz schön viel für Informationen für einen Nachmittag, sage ich und atme tief ein. Was ist das für ein Turm da? Erinnert mich an Bilder von Experimenten von Nikola Tesla, versuche ich abzulenken, um mich irgendwie zu sammeln. Gut beobachtet, so viel hast du ja gar nicht verpasst, grinst mich Manuel an. Ich musste eben daran denken, wie leise dieses Auto fährt. Da das für mich aber etwas völlig normales ist und Samira es auch gar nicht mehr anders kennt, gehe ich davon aus, dass der Gedanke von dir kam. Da siehst du, wie gut wir vernetzt sind. Selbst du bist schon angeschlossen, auch wenn du das alles noch nicht so bewusst nutzen kannst. Du warst halt immer schon Energie nannte. Wir haben 2016 Zugang zu diesen Technologien bekommen, als es aufhörte, dass die, die sich damit befassten, gejagt und aus dem Weg geräumt wurden. Sehr schnell wurden eher das erste funktionierende Modelle verfügbar und sie werden immer noch weiter entwickelt. Einige kannst du gar nicht mehr sehen, weil sie einfach von Pflanzen bewachsen sind, sodass sie das Landschaftsbild nicht mehr stören. Sie versorgen uns nicht nur mit Energie, sondern über sie funktioniert auch das Internet und Telefon. Das Auto fährt auch mit dieser Energie. Es hat einen Akkumulator, der sich in der Nähe solcher Türme ganz von allein wieder auflädt. Sind heute alle so wie ihr? Will ich wissen? Na, ich hoffe nicht, aber ich weiß, worauf du hinaus willst, antwort jetzt Samira. Du wirst es schon noch selbst sehen. Die Menschen haben sich geändert. Sagen wir, wir sind jetzt alle wesentlich freundlicher zueinander. Die Erde ist ein sehr familiärer Ort geworden. Du wirst es auch an den Tieren sehen. Der Energie Umschwung ist auch an ihnen nicht vorbeigegangen. Sie sind viel zutraulicher geworden. Vielleicht weil sie heute nicht mehr so gedankenlos gegessen werden, wenn überhaupt noch. Du findest heute keine Zäune mehr, weil alles von allen genutzt wird. Das war auch ein wesentlicher Punkt, der sich ohne dass irgendwer irgendwas bestimmtes hätte bestimmen müssen, einfach geändert hat. Das Besitzdenken ist verschwunden. Keiner hat mehr Angst, man könne ihm was wegnehmen, weil jeder alles hat, was er braucht, weil alles da ist, nur eben jetzt frei verfügbar. Und die Mächtigen haben das alles einfach mit sich machen lassen? Grinsende Gesichter schauen mich an. Die Mächtigen, sagt Manuel, wer hat in deiner Meinung nach Macht? Naja, du weißt schon, die Regierungen, die Konzerne, sich stellen, die Banken, die Spitze der Pyramide eben. Ich hab dir ja eben schon gesagt, dass wir noch 2015 durch den Entzug von blindem Gehorsam die Pyramide haben einstürzen lassen, erklärt Samira. Die angeblich Mächtigen konnten aus einem ganz bestimmten Grund nicht das geringste dagegen tun, weil sie eben keine Macht hatten, jedenfalls keinen Funken mehr als jeder andere. Als uns klar wurde, dass wir, jeder einzelne von uns, inklusive den Mächtigen, Macht haben, und durch diese unsere Macht alles passiert, was passiert, und irgendwer über irgendwen nur Macht ausüben kann, wenn der andere es zulässt, und genau diese Wirkung hat Gehorsam, durch den diese ganzen hässlichen Dinge passierten, wie Kriege und Hungersnöte, nahmen wir uns Stück für Stück unsere Macht wieder zurück, indem wir anfingen, das zu machen, was wir selbst für sinnvoll befinden und uns ebenseitig dabei halfen. Dann flog diese lang gehegte Illusion auf und hatte keine Wirkung mehr. Das war wahrscheinlich das Wesentlichste, was für Änderungen gesorgt hat. Das hat uns unseren Handlungsfreiraum zurückgegeben, eben unsere Macht. Stück für Stück wurde uns immer bewusster, was wir den ganzen Tag über tun und welche Wirkung es hat. Wir sahen, wie viel von dem, was wir täglich tun, uns tatsächlich schadet. Und als es uns bewusst wurde, hörten wir fast von allein damit auf. Ich finde bis heute erstaunlich, dass ich kaum jemanden kenne, der behaupten würde, er hätte in dieser ganzen Zeit irgendetwas getan, das übermenschlich oder übernatürlich gewesen wäre. Alles wurde auf einmal machbar und als wir anfingen uns ein neues Verhalten anzugewöhnen, wurden wir ganz von allein immer besser darin. Das Leben machte halt auf einmal wieder Spaß und allein das war für viele etwas regelrecht Neues, das Lust auf mehr machte. Ihr wollt mir also erzählen, dass es heute kein Verbrechen, keinen Hunger, keinen Hass oder Krieg mehr gibt? Frage ich ungläubig. Zumindest verschwinden. Gering, sagt Manuel. Aber es gibt keine Polizei mehr, keine Gefängnisse, Anwälte oder Richter. Jeder macht mal Fehler, aber statt zu strafen interessieren wir uns heute dafür und sind dankbar für die Informationen, die uns helfen, solcherlei Dinge, die den allgemeinen Frieden stören, künftig schon im Ansatz erkennen zu können und denen, die gerade im Begriff sind, einen Fehler zu machen, dabei zu helfen, ihn nicht mehr zu machen. Dazu brauchen wir aber keine Gewalt mehr. Wir haben Verständnis. Diese Informationen landeten früher unter Verschluss in den Gefängnissen. Das ist eine große Bereicherung. Ihr habt Verständnis für Verbrecher, will ich wissen. Nein, wir verstehen, wie eins zum anderen kommt und achten alle wachsam übereinander. Und wenn wir sehen, dass etwas zu Schaden führt, springen wir ein und helfen, es zu vermeiden. Das ist auf jeden Fall besser, als zu fragen, warum Gott irgendwas zulassen konnte, um damit zu kaschieren, dass wir selbst unachtsam waren und selbst die, die etwas zugelassen haben. Was ist mit Gott? frage ich. Das erzähle ich dir liebend gern auf dem Weg. Ich spüre Unruhe in dir und die Neugierde, was mit deinem Zuhause passiert ist, was ich sehr gut verstehen kann, wenn ich mich in deine Situation versetze. Lass uns aufbrechen, dann zeige ich dir antwortet. Fahrt ruhig Jungs und mach dir keine Sorgen Nathan. Wir werden uns wiedersehen. Ich spüre es. Fühl dich hier immer von Herzen willkommen. Wir stehen auf und verabschieden uns. Sie drückt mich lange und herzlich an sich und dann gibt sie mir einen genauso innigen Kuss wie zuvor Manuel zur Begrüßung. Ich bin viel zu geschockt, um mich wehren zu können und merke, sie sich mit gleicher Aufmerksamkeit Manuel zu. Ich weiß nicht mehr, was ich noch denken soll. Irgendwie explodiere ich innerlich vor Glück. Du gewöhnst dich schon noch dran, grinst mich Manuel an, als sie sich aus ihrer Umarmung lösen. Inzwischen herrscht hier ein hohes Maß an Liebe. Wir hatten fünf Jahre Zeit, es mit aufzubauen. Ich kann mir vorstellen, dass es einen Zeitreisenden von 2015 regelrecht umhaut und nimmt mich am Arm mit in Richtung Auto. Benommen wink ich Samira zu, mein Handtuch auf den Schultern balancierend, die dann aus meinem Blickfeld verschwindet. Ich kenne den Weg. Ich bin ihn oft gefahren. Doch so wie heute habe ich ihn noch nie gesehen. Ich erkenne ihn fast nicht wieder. Nur meinem Orientierungssinn verdanke ich, dass ich Manuel überhaupt sagen kann, wo er langfahren soll. Auf der Straße kommen uns auch andere Autos entgegen und mir fällt auf, dass Manuel jeden Fahrer freundlich grüßt und auch von jedem zurückgegrüßt wird. Es ist, als würden sich alle kennen. Es dauert nicht lange, da grüße ich mit und merke, wie schön sich allein das anfühlt. Eine Weile sitzen wir schweigend in dem lautlosen Auto, das zu meiner Verwunderung gar kein Lenkrad hat. Stattdessen steuert es Manuel über etwas, was mich eher an den Controller einer Xbox erinnert. Gedanken versunken, schaue ich aus dem Fenster und staune über die Landschaft. Wo ich karges, verdorchtes, ungenutztes Ackerland in Erinnerung hatte, liegen jetzt Wiesen oder Felder, die allerdings scheinbar alles Mögliche wachsen lassen. Und Wälder, tatsächlich Wälder. Ich habe vor meiner Zeitreise schon selbst ein großes Interesse an Permakultur gehabt und mich selbst ein wenig darin versucht, aber nie hätte ich gedacht, dass man eine Insel in nur fünf Jahren mit Wäldern bestücken kann. Als hätte er meine Gedanken gelesen, erklärt mir Manuel, dass wir das einem Mann namens Jeff Lawton zu verdanken haben. Unermüdlich habe er sich in den letzten Jahrzehnten damit auseinander gesetzt, wie die Natur, die Flora aufbaut, es kopiert und in eigenem Design nachgemacht. Ich kenne ihn, beziehungsweise Videos von ihm, sage ich. Sepp Holzer, Viktor Schauberger, Robert Briechle, Anastasia, ich habe einiges gelesen. Anerkennen Ja, genau. Aber als Jeff Lawton 2016 nichts mehr im Weg stand, innerhalb seines Projektes Greening the Desert mit tausenden von Menschen fast ein Viertel der Sahara zu begrünen und das Ganze in einer wöchentlichen Show im Fernsehen zu sehen war, die den Leuten zeigte, wie sie das alles im kleineren Rahmen auch um sich herum machen können, erlebte die Permakultur eine Renaissance. Die zweite Staffel 2017 wurde zum Blockbuster und die Wälder, die du da gerade bewundern kannst, sind gerade mal erst drei Jahre alt. Drei Jahre entfernt es mir, wie ist das möglich? Schon in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts fanden Forscher eines Schweizer Agrarunternehmens heraus, dass Samen, wenn sie auf eine bestimmte Art und Weise bestrahlt werden, wesentlich schneller, größer und ertragreicher wachsen. Da das Unternehmen aber am Verkauf von Samen interessiert war, war ihnen diese Entdeckung nicht dienlich, also ließen sie alles in Schubladen verschwinden, die keiner öffnen durfte. Du weißt schon. Vor allem nachdem damals schon die Mainstream-Medien von diesen Erkenntnissen berichteten und sie dann im ersten Jahrzehnt dieses Jahrtausends im Internet unter dem Suchbegriff Urzeitcode leicht zu finden waren, kam dann aber in Verbindung mit Lorden alles wieder zum Vorschein. Alles was er säte war bestrahlt. Das Ergebnis siehst du vor dir. Was ist mit Monsanto? Das letzte was ich diesbezüglich mitbekommen habe, war ein Bericht über Maisbauern in Mexiko, die mitteilten, dass der Wind ihre Monsanto-freien Felder mit Monsanto-Samen kontaminiert hatte und somit kaum noch natürliche Samen gut verfügbar war. Selbst im Herkunftsland des Maises nicht. konnte der Urzeitcode das wieder retten? Ja, weil die Bestrahlung eben den Gencode der Pflanzen zurücksetzt. Deswegen heißt er so, man fand heraus, dass bestrahlte Samen Versionen von Pflanzen wachsen ließen, die man aus Fossilien funden kannte. Daher der Name Urzeitcode. Und anscheinend war es egal, ob die Mutation des Samens nun auf natürliche Weise stattgefunden hatte oder durch ein Genlabor verursacht worden war. Die Bestrahlung setzt jeden Samen auf diesen Gencode zurück, der vor Jahrmillionen aktiv war. Schau mal, ich zeig dir was. Er bremst den Wagen, fährt ihn rechts ran und bedeutet mir, mit einem Winken auszusteigen und ihm zu folgen. Ein paar Meter weiter stehen wir vor einem Feld. Erst als ich genau hinschaue, fällt es mir überhaupt auf. Was für Pflanzen stehen hier? Und als will er es mir gleich bestätigen, deutet er auf eine Maispflanze. Was siehst du hier? fragt er mich. Na, keine Frage, das ist Mais, aber nicht ein Strang mit fünf Kolben, sondern zwei, drei, vier, fünf Stränge mit je wie viel zehn Kolben. Wie ist das möglich? Er antwortet nicht, sondern bricht einen Kolben ab und reicht ihn mir. Probier mal, zwei, drei, vier, erft der Balou aus dem Dschungelbuch nach und grenzt von einem Ohr zum anderen. Ich schäle die Blätter ab und beiße in den rohen Mais. Leck mich, entfährt es meinem vollen Mund und gleich darauf, sehr klein laut, Entschuldigung. Er kringelt sich vor Lachen und sagt, mach dir nichts draus. Begeisterung lässt einen manchmal sämtliche Formeln und Sitten vergessen. Schmeckt? Ja, schmeckt. Und zwar nicht so, wie ich es kenne, verwässert und irgendwie nach Mais, sondern nach Mais. Aber so richtig. Ich kann nicht anders. Ich beiße nochmal ab, wirklich. Ich beiße hinein wie in einen Apfel in diesen Monster Maiskolben, kaue und beiße nochmal. So stand ich mal mit meinem Großvater als Kind unter einem Apfelbaum, den er mir damals zeigen musste, weil er besonders tolle Äpfel trug. Das muss aber unter uns bleiben, sonst bleibt nicht viel für uns übrig, sagte er damals. Hier scheint kein Mangel zu herrschen und auch Manuel, angesteckt von meinem Genuss, bricht sich einen Kolben ab und beißt herzhaft hinein. Und das ist alles Gemeingut hier, will ich kauend wissen? Alles, soweit das Auge reicht, von hinter den Horizont, einmal um den Planeten, bis da vorne. Er dreht sich um und deutet auf das Feld auf der anderen Straßenseite. Erklärt das schon mal, warum es auf der Erde keinen Hunger mehr gibt? fragt er grinsend. Ich antworte mit einem Nicken und kann es nicht fassen. Willkommen im Garten Eden, sagt mein neuer Freund und wirft die angefutterten Reste seines Maiskolben ins Feld zurück. Ich empfinde es gerade wirklich so, er ist wie ein Freund aus Kindheitstagen, so vertraut scheint er mir und wieder als habe er meine Gedanken gelesen, sagt er okay amigo, der Tag ist noch jung, lass uns weiterfahren, du wolltest noch was über Gott wissen. Ich folge ihm wieder zum Auto, das Thema ist nicht uninteressant. Bedank dich noch beim Feld für dein Essen, ruft er mir zu. Es jetzt fällt mir auf, wie andächtig er seine Reste eben zurückgegeben hat. Schnell drehe ich mich zum Feld um und verbeuge mich dankbar. Ich muss grinsen, diese Einstellung zum Essen gefällt mir sehr. Im Auto sitzen wir erst wieder ein paar Minuten schweigend nebeneinander. Also, was möchtest du wissen, fragt er dann. Naja, wie steht ihr zu Gott? Welche Religionen gibt es noch? Gibt es überhaupt noch welche? Konnte man Gottes Existenz beweisen? Er lacht. Das ganz schön fiel auf einmal. Ich erzähle dir jetzt einfach was, aber ich werde dir nichts beweisen können. Diese Dinge kann man nicht einfach erklären. Ich meine, ich kann sie dir erklären, aber solange dein Glaube durch Zweifel bedingt ist, kannst sie nicht verstehen, weil dir wahrscheinlich ein paar praktische Erfahrungen fehlen. Doch diese Erfahrungen kannst du sammeln. Deswegen fange ich gerade erst mit deiner Frage nach den Religionen an. Ich würde sagen, jeder hat heute seine eigene Religion. Wir haben aufgehört, uns wegen Religionen in Kriegen zu töten oder uns überhaupt noch zu streiten. Irgendwie interessieren sie alle keinen mehr, als uns klar wurde, dass sie uns alle belogen haben und wir durch ihre Dogmen weder zu Gott noch uns selbst Zugang hatten. Die Suche nach Gott war genauso alt wie die Suche nach uns selbst und als wir den Blick nach innen richten konnten und das Amigo hat noch ganz andere Auswirkungen aber dazu kommen wir dann später noch fanden wir sehr schnell heraus dass wir alle aufeinander angewiesen und miteinander verbunden sind mit allem was ist jemals war jemals sein wird wir erlangten einen Blick auf das Ganze und uns wurde klar wonach wir da gesucht hatten was wir mit allen möglichen Namen versucht hatten zu beschreiben und versanken in tiefer Demut wohltuender Demut die von innen kam und nichts mit Demütigung zu tun hatte wie wir es von den Religionen kannten und im innen erkannten wir dann nicht nur Gott sondern auch uns selbst wieder und wie wir alle zusammen Gott sind kannst du soweit folgen ich denke ein wenig nach über das was er gesagt hat so wie er es gerade sagte es ist nicht einmal schwer zu verstehen vor allem weil er augenscheinlich nicht den geringsten Versuch unternimmt mich von irgendetwas zu überzeugen was ich bei diesem Thema erfrischend befremdlich finde als wäre er erneut meinen Gedanken gefolgt spricht er weiter was du glauben kannst und willst musst du dabei ganz für dich selbst entscheiden alles wofür du dich entscheiden kannst ist richtig weil alles nur eine jeweilige Perspektive widerspiegelt und ergrinst bei Gott jede davon ist völlig real das was du für glaubwürdig hältst kann und wird sich über kurz oder lang in dir als Wissen festsetzen selbst der größte Unfug ist in der Vergangenheit schon als plausibler Grund für Kriege aller Größen Ordnungen geeignet gewesen achte bei deiner Wahl einfach darauf womit du dich am meisten wohlfühlen kannst das Recht jedem anderen zu und die Frage nach Gott spielt keine große Rolle mehr in deinem Leben meine persönliche Empfehlung aber das ist nur meine ist empfinde dich selbst als ein göttliches Wesen denn ohne Zweifel bist du eins den Dogmen der Religionen zufolge durfte man genau das aber nicht denken Gott und Mensch mussten etwas getrenntes sein damit die Menschen sich vor allem eins nicht fühlen perfekt als Schöpfer und Kreatöre all dessen was ihnen wahrzunehmen möglich ist schau dir die Welt einfach mal eine Weile aus dieser Perspektive an und guck was du mit dem anfangen kannst was du dann siehst und wenn sie dir nichts bringen kannst du sie jederzeit eintauschen gegen jedweder andere die dir über den Weg läuft früher hatten wir Religionsfreiheit heute praktizieren wir sie fügt er lachend hinzu ich kann mir nicht helfen aber in diesem Moment bin ich erfüllt von Liebe für Manuel für Samira für den Mais für dieses lautlose Auto für die Menschen die uns entgegen kommen für die Möwe am Strand die mir den Weg zu weisen schien auf einmal fühle ich mich mit allem davon verbunden ja eins seine Worte bewegen etwas in mir das sich anfühlt als habe es viel was frage ich benommen Lebewesen kategorisiere nicht so Menschen du ich Samira die Möwe Tiere Pflanzen durch solcherlei Diskriminierungen haben wir uns lange genug auf den Füßen gestanden ich meine sieh alles wie du willst aber nimm mal alles um dich herum als Lebewesen wahr ohne es in Hierarchien zu stecken dann nimmst du alles auf Augenhöhe wahr das ist wie ein Drogentrip so flash das nur ohne Drogen er grinst wissend ich fühle mich in keinster Weise gemaßregelt und beschließe seinem Rat Folge zu leisten also erfährt sich Gott tatsächlich durch uns weil wir alle Gott sind na guck mal an wie schnell man Neues sehen kann wenn man nur ein bisschen die Perspektive wechselt nicht schlecht amigo du verstehst sehr schnell beflügelt durch das Lob fühle ich mich wunderbar völlig vergessen ist die abstruse Situation durch die ich hier gelandet bin auf einmal ist alles brennend interessant und ich bin dankbar hier zu sein ich bin begeistert nicht 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 fassen wie schnell das geht wenn man bedenkt wie lange wir gebraucht haben und an den Punkt zu kommen unsere Perspektiven einfach mal zu wechseln nicht wahr sagt er und bedenkt mich mit einem Blick aus den Augen winkeln kann du dir jetzt leichter vorstellen dass die Welt sich tatsächlich in fünf Jahren so ändern konnte verdammte Hacke denke ich und er lacht nur wir schweigen den Rest der Fahrt über unterbrochen von meinen Wegweisungen ob meine Freunde noch hier wohnen frage ich als wir vor dem Tor unserer Finca stehen ich könnte es jetzt sagen aber ich möchte den Spaß nicht nehmen auch das selbst heraus zu finden sagt er mit dem gleichen geheimnisvollen Unterton wie Samira kurz zuvor ein wenig fühle ich mich wie in der Truman Show irgendwie scheinen aber dazu sage ich gerade nichts sondern beuge mich zu meinem Fahrer hinüber um mich mit einer herzlichen Umarmung für die Fahrt zu bedanken ich habe zu danken amigo es hat mich wirklich unbeschreiblich gefreut dich zu treffen wir werden uns bald wieder sehen ich sehe dich und mit diesen Worten öffne ich meine Tür steige aus und stehe vor dem Eingangstor meines Zuhauses und mich trifft der Schlag fast nichts ist wie ich es zurückgelassen habe ich erkenne das Haus kaum wieder es ist wunderschön hergerichtet und überall drumherum wachsen prächtig blühende oder früchte tragende Pflanzen der Acker den ich genauso karg und brach in Erinnerung habe wie alles andere im Sommer auf der Insel hat sich in einen Wald verwandelt ich höre Wasser plätschern Hunde bellen lauter als es vom Pool her kommen kann Insekten schwirren durch die Luft Vögel fliegen laut pfeifend umher und mein Hund kommt mir entgegengelaufen freudig wedelt er mit dem Schwanz Fuzi rufe ich erfreut und vergesse kurz alles um mich herum ich habe keinen Schlüssel aber ich weiß wo ich über den Zaun klettern kann erst jetzt merke ich dass das Tor zwar noch da ist der Zaun aber nicht mehr was für Sinn macht dann das Tor ich drücke die Klinke und es springt auf cool eine Welt ohne Schlüssel das gefällt mir eine Angst weniger den Schlüssel vergessen ist wohl etwas von gestern ich betrachte die Finca und begrüße ausgiebig meinen vierbeidigen Freund komisch für mich ist es als habe ich ihn vor ein paar Stunden erst gesehen aber er wirkt ein wenig älter und als habe er mich ganz lange nicht gesehen so begrüßt er mich nicht wirklich jeden Tag er ist völlig aufgeregt dreht sich im Kreis und freut sich wie irgendwie nur Hundes können Nathan wie kommst du hierher fragt plötzlich eine Frauenstimme hinter mir du warst doch eben noch als ich mich zu ihr umdrehe hält sie in und macht große Augen oh mein Gott daran habe ich gar nicht gedacht ich habe völlig die Zeit vergessen ich schaue sie an habe aber keine Ahnung wer sie ist wieso kennt mich hier scheinbar jeder und ich niemanden lass mich raten sage ich du willst mir auch nicht den Spaß nehmen irgendwas selbst herauszufinden richtig sie schaut mich an und dann fängt sie an zu lachen sie kann sich kaum halten und kommt mir mit offenen Armen entgegen als sie vor mir steht legt sie ihre Hände auf mein Gesicht streichelt mich drückt mir einen Kuss auf die Lippen und sagt immer noch lachend wir konnten nicht mehr genau ausmachen an welchem Tag ihr am Strand wart wir haben dich im Prinzip erwartet aber wussten nicht genau wann oh ist das cool jetzt haben wir hier zwei von dir nur dass du fünf Jahre jünger aussiehst zwei zwei von was langsam dämmert es mir rasend schnell laufen alle Erinnerungen von zurück in die Zukunft über Störungen des Raumzeit Kontinuums bis hin zu Spock und dem Film Looper durch meinen Kopf als mir gewahr wird dass mein fünf Jahre älteres ich anscheinend auch anwesend ist einzig beruhigender Aspekt in diesem Moment okay das hier ist noch mein Zuhause ich darf also gerade hier sein und ich scheine sogar noch hier zu wohnen was unter normalen Umständen quasi das gleiche ist ich bin wieder erheblich verwirrt wer bist du frage ich ich bin Christina Bauchis Frau antwortet sie du kannst mich noch nicht kennen komm mit die anderen werden sich freuen dich zu sehen vor allem Nathan ich meine du ich meine mein Gott ich kann es nicht fassen du wirst nicht glauben wie du dich gleich freuen wirst dich zu sehen ich meine also umgekehrt wieder lacht sie sind ja eigentlich alle verrückt oder am besten ich doch sie ist so liebevoll und so ansteckend in ihrer Freude dass ich mich gern von ihr an meiner Hand führen lasse wir gehen auf die Terrasse auf der alles urgemütlich hergerichtet ist auf dem Tisch steht eine große Schale mit Früchten und überall bühen bunte Blumen es ist alles viel aufgeräumter als ich es in Erinnerung habe was für ein schöner Ort setz dich ich gebe schnell die anderen holen sie verschwindet ich schließe die Augen und wünsche mir augenblicklich aufzuwachen als ich schnelle Schritte sich nähern höre öffne ich die Augen und merke dass nichts ist mit Aufwachen stattdessen sehe ich Christina wieder die Treppe hoch kommen Marc und Bauchi und mich mir stockt der Atem so viel älter sehe ich eigentlich gar nicht aus hab mich gut gehalten denke ich noch als es meinem älteren ich entfährt haha da habt ihr es endlich ich habe euch doch gesagt dass ich das nicht alles nur geträumt habe ich muss mich so verwundert anschauen dass ich sich schnell fast auf mich zukommt und sich vor mich hinkniet bitte entschuldige das muss für dich alles in höchstem Maße verwirrend sein ich weiß es weil ich es schon erlebt habe geht es dir gut nein nicht wirklich ich erinnere mich auch daran okay wie geht man jetzt mit einer solchen Situation um ich war auf alles vorbereitet aber jetzt ist doch alles anders kann ich irgendwas für dich tun damit es dir besser geht fragt ich mich mir fallen seine gesunden weißen Zähne auf völlig anders als meine ramponierte Kaulleiste wie wäre es mit ein paar Erklärungen frage ich trocken also ich kann dir vor allem gerade versichern dass das alles kein Traum ist aber auch erst in diesem Moment mit Sicherheit es sei denn ich träume immer noch aber das ist recht unwahrscheinlich und in Anbetracht all dessen was ich weiß wirst du wieder zurückkehren aber alles zu seiner Zeit fürs erste sei dir versichert dass du dich in völliger Sicherheit befindest und dich gern beruhigen darfst ich weiß dass diese Worte mir vor fünf Jahren auch geholfen haben sie helfen ich beruhige mich etwas Christina kommt mit einer Karaffe voll Wasser und ein paar Gläsern aus der Küche frisch gepresst verkündet sie und beginnt die Gläser zu füllen sie ist wunderschön und strahlt wie eine Sonne sie scheint sich wirklich sehr zu freuen ich mag sie erst jetzt lösen sich Mark und Bauchi aus ihrer Starre verdammt grinst Bauchi mich an ich hab's nicht geglaubt ich hab's bis eben alles nicht geglaubt obwohl alles er spricht nicht weiter sondern nimmt mich fest in den Arm und drückt mich an sich seine Augen glänzen mehr als früher und er ist um einiges dünner geworden was los Dicker frage ich dass es dir die Sprache verschlägt ist wirklich was Neues wir grinsen uns an und dann begrüßt auch Mark mich sehr herzlich wow das haut mich um sage ich nachdem wir uns alle gesetzt haben sagt ich der andere das andere ich ich hab erst recht ich hab echt selbst nicht mehr gewusst ob das alles real passiert ist oder nicht fünf Jahre Wartezeit aber jetzt bist du hier und das über alle Zweifel haben plötzlich erscheinen zwei Kinder auf der Terrasse angezogen von dem ganzen Spektakel das sind William und Stefan sagt ich William ist der Sohn von Christina und Bauchy und Stefan ist der Sohn von Mark und Nathalie die du bestimmt auch bald kennenlernst der bis 2015 kinderlos war und davon ausging dass er es wohl nicht könne ja man antwortet er grinsend und zieht seinen Sprössling auf seinen Schoß ist er nicht perfekt William lehnt den Kopf an die Brust seines Vaters schließt halb die Augen lässt aber seinen Blick interessiert auf mir ruhen das alles ist so schön dass ich meine Verwirrung wieder völlig vergesse zu meiner intuitiv hebe ihn auf meinen Schoß mit seinen riesengroßen Kulleraugen schaut er mich an ich fühle etwas das ich nicht kenne ich bin überwältigt von der Freude und der Liebe um mich herum und dass außer mir scheinbar jeder weiß was hier passiert mir schießen Tränen in die Augen und ich kann mich nicht mehr halten ich lasse einfach laufen da drückt mir dieser kleine Knirp seinen Zeigefinger sagt er hast du das vergessen ich glaube ich muss jetzt sterben so zerreißt es mich innerlich was passiert hier mit mir lass los sagt ich das hilft dann tut Stefan etwas womit ich nicht gerechnet hätte er umarmt mich mit einer Hingabe die ich nicht kenne er umarmt mich wie ein Vater seinen Sohn und sagt alles ist gut er hält mich und ich schluchze los wie ein kleines Kind während die anderen einfach da sitzen und es andächtig geschehen lassen als würden sie es kennen und dieser kleine Mann hält mich ich fühle eine Stärke in ihm die man kleinen Kindern nicht zutraut alles ist gut sagt sein piepsiges Stimmchen erneut und ich fühle wie etwas in mir tief in mir darauf reagiert etwas ändert sich in mir aus meinem tiefsten Innern steigt eine Ruhe empor als würde sie gerade entfesselt und folgte sie ihrem Drang nach Freiheit nach Entfaltung und drängte danach endlich Beachtung zu finden und wirken zu können alle Sehnsüchte alle Ängste alle dummen Gedanken die ich je hatte durchfluten mich auf der Flucht vor ihr und dann durchflutet sie mich unendliche Ruhe Einklang Harmonie Frieden ich spüre Frieden in mir Frieden mit mir Frieden mit der Welt Frieden mit allem ich bin in Frieden mit allem ich bin eins mit allem ich bin alles ich bin alles ich bin das Universum das Alpha und das Omega oben, unten, hell und dunkel und ich bin voller Liebe und als solle es sich mir einprägen auf das ich es nie wieder vergesse heilen Manuels Worte in mir nach empfinde dich selbst als ein göttliches Wesen denn ohne Zweifel bist du eins dann spüre ich einen sanften Druck auf meiner Nasenspitze und höre ein Furchtsgeräusch ich öffne die Augen und blicke verschwommen in die klarsten Augen die ich je gesehen habe das Leben ist schön das darfst du nie vergessen sagt Stefan wer bist du? diesmal richtet sich meine Frage an ihn und das erste Mal in meinem Leben sehe ich nicht ein Kind vor mir sondern ein Lebewesen im Körper eines Kindes ich nehme ihn auf Augenhöhe wahr wie er da vor mir sitzt immer noch auf meinem Schoß als einen gleichberechtigten und vollwertigen Menschen wer bist du? gibt er die Frage zurück ich weiß es nicht das ist gut sagt er warum ist das gut? weil du nichts und alles bist erinnerst du dich? allein dass mir diese Frage ein vierjähriges Kind stellt lässt mein Verstand aussetzen ich nicke ja sage ich ich erinnere mich erst jetzt nehme ich die anderen um mich herum wieder wahr die wie vorher da sitzen und zusehen jetzt bist du geeicht für diese Zeit erklärt ich mir ab jetzt solltest du mit der Schwingung auf der Erde zurechtkommen und durch dich werden viele viele Menschen es auch sein auch wenn es ihnen nicht bewusst ist ich weiß es weil sie es bereits geworden sind saft eine Weile später folge ich Nathans Einladung ein Stück mit ihm spazieren zu gehen seit Stephans Behandlung fühle ich mich wie ich mich noch nie gefühlt habe ich bin völlig friedlich meine Gedanken sind fokussiert und klar sie sind positiv konstruktiv und ich sehe schlichtweg keinen Grund noch weiter Angst zu haben oder mich unwohl zu fühlen dennoch merke ich auch wie ich es gerade noch beruhigender finde neben Nathan her zu gehen unter allen anderen um mich herum ist er doch der von dem ich mich am besten verstanden fühle er scheint wirklich zu wissen wie es mir gerade geht weil er dieselbe Erfahrung die ich gerade mache vor fünf Jahren selbst erlebt hat dennoch scheint er ein völlig anderer Mensch zu sein als ich er ist viel ruhiger als ich mich kenne und hat im Ganzen eine sehr besonnene Art was hat Stefan da eben mit mir gemacht frage ich ihn nach einer Weile die wir schweigend durch den Garten gelaufen sind und wieso kann er sowas er ist ein kleiner Schamane das zeigte sich sehr schnell als er an allem interessiert war was mit Kräutern Energiearbeit und Heilkunde zu tun hatte er kann auch nicht lesen aber er kann dir von jedem Blatt um uns herum sagen wie es heißt und was man damit heilen kann wie ein wandelndes Lexikon er hat gute Lehrer und Lehrerinnen er kommt Natalie seiner Mutter sehr ähnlich sie macht auch sehr viel in dieser Richtung und Stefan war kaum für was anderes zu begeistern er ist ihr sehr schnell eine große Hilfe bei ihrer Arbeit geworden sie kann ihr Kind mit auf die Arbeit nehmen das ist ja cool sag ich irgendwie beeindruckt Nathan guckt mich an und muss auf einmal lachen es ist sehr lustig mich mal endlich aus der anderen Perspektive zu sehen erst jetzt verstehe ich was mein fünf Jahre älteres ich mir vor genau fünf Jahren sagte und das sagte der mir damals schon gefügte er grinsend hinzu ohne dabei auf meine Frage einzugehen entschuldige bitte sagt er und lädt mich per Handzeichen ein mich mit ihm auf einen Baumstamm zu setzen der Kunstfall zu einer Bank umgeschnitzt wurde stell es dir einfach so vor als sei heute einfach jeder selbstständig das ist im Grunde genommen auch so nur dass niemand mehr ein Gewerbe anmelden muss bei wem auch es läuft heute ein wenig anders jeder geht heute dem nach was ihn interessiert das hat den Vorteil dass man sich dem was man tut mit Freude und Begeisterung widmen kann durch das Interesse lernt man dann sehr schnell dabei sehr schnell dazu und wird immer besser spielen und lernen ist ein und dasselbe bei Tieren sieht man es noch am deutlichsten bei Menschen ist es aber nicht anders wir sind optimiert fürs Lernen wir kommen schon optimiert fürs Lernen auf die Welt der Spieltrieb die Freude die Begeisterung an etwas lassen und schnell und effektiv lernen logisches Nebenprodukt des Spielens sind unsere Fähigkeiten und Fertigkeiten unsere Kompetenz das kenne ich ich habe vor zwei Wochen einen Vortrag von André Stern auf YouTube gesehen er ist nie zur Schule gegangen und ein sehr gebildeter Mann völlig anders gebildet als andere aber alles andere als dumm wenn man ihm zuhört fühlt man sich eher selbst ein wenig dumm was er dadurch aber wettmacht dass er sehr inspiriert kannst du dich erinnern du musst es auch gesehen haben Nathan lacht ja ich kann mich nicht nur erinnern ich durfte ihn seinen Vater und seinen Sohn sogar persönlich kennenlernen und ein wenig mit ihnen mit ihnen und auch Professor Gerald Hüther zusammenarbeiten und drehst durch seine Vorträge und dann auch Auftritte im TV sehr bekannt geworden und hat noch viel mehr zu viel mehr inspirieren können als nur dazu Kinder nicht mehr mangels Alternative einfach nur in die Schule zu schicken er weckte das Interesse an der Begeisterung die dem Sklavenmenschen der alten Zeit so nennen wir die Zeit bis 2016 heute auf seinem Weg abhandengekommen war die Leute liebten ihn und tun es bis heute es ist für das Bewusstwerden er ist für das Bewusstwerden der Menschen jemand wie Sigmund Freud oder Carl Gustav Jung rund 100 Jahre zuvor ohne ihn und seinen Nichtverdienst wie er es immer nennt wären viele Menschen nicht im Ansatz auf die Idee gekommen dass Lernen und Begeisterungen so enger Verbindung zueinander stehen das bedeutet Kinder können eure Kinder können sich heute einfach frei entfalten und müssen nicht mehr zur Schule gehen ich kann das mir so schwer vorstellen das glaube ich dir gern aber es ist so es gibt zwar die alten Schulgebäude noch aber sie werden heute in unterschiedlichsten Arten und Weisen genutzt vor allem aber wird niemand mehr gezwungen dort hin zu gehen als die Menschen merkten dass sie ihre Kinder wie selbstverständlich täglich in die Schulen zwangen um sie dort über Jahre geistig wie körperlich vergewaltigen zu lassen ja jemanden zu zwingen sich über Stunden still auf einen Stuhl zu setzen hat weitaus größere Auswirkungen auf sein Leben als uns das damals klar war fingen sie an nach Alternativen zu suchen André Stern Jan konnte damals vor allem deswegen so inspirierend sein weil die Menschen um ihn herum bereits begonnen hatten sich für Alternativen zu interessieren wie lernen eure Kinder dann heute wie kann ich mir das vorstellen ich würde sagen sie lernen einfach indem sie leben du kannst nicht leben ohne zu lernen das ging noch nicht mal mit Schule der Unterschied zwischen damals und heute liegt darin dass sich jeder selbst aussuchen darf was ihn interessiert und was er lernen möchte und das tut er dann mit denen die sich für das gleiche interessieren wir nennen es die Universität des Lebens du immatrikulierst mit deiner Geburt und bist sofort Schüler, Student oder Lehrer, Professor von allen und für alle jeder kann von dir lernen wenn er möchte und du kannst von jedem lernen wenn du möchtest das war letztlich nie anders aber durch die Schulen wurde das völlig ausgeblendet was außerhalb der Schule gelernt wurde hatte minderwertigen Stellenwert dafür bekamst du keine Bescheinigungen und es war fast egal wie gut du in etwas außerschulisch geworden bist hattest du keinen Schein konntest du nur selten konntest du es nur selten anwenden um deinen Lebensunterhalt damit zu bestreiten wo ich diese Worte gerade benutze fällt mir auf wie veraltet sie sind und wie lange ich sie selbst nicht mehr benutzt habe Lebensunterhalt bestreiten heute muss niemand mehr etwas bestreiten und die Grundlagen und die Grundlagen zum Leben und nicht nur zum Überleben sind für jeden wie selbstverständlich gegeben ich weiß dass Schulen beschneiden bedeutet so wie ein Baumschüler es macht der nicht vom Baum lernt sondern ihn eben beschneidet und dass die Schulen des alten Systems explizit die Aufgabe hatten Menschen zu beschneiden und sie quasi zu Formschnitzeln zu machen das Fernsehen und die Medien die alle genau den Anspruch hatten bildend zu sein taten genau das gleiche wie kann ich mir das heute vorstellen und was hat sich am Programm geändert vor allen Dingen der Konsum dessen was früher Information als Information einfach geschluckt und als Wissen weitergegeben wurde heute hat sich einfach eine Erkenntnis durchgesetzt bloß weil irgendjemand irgendwas sagt muss das nicht stimmen weder im Fernsehen noch in der Schule heute nehmen wir alles viel eher als Inspiration wahr Informationen bringen in Form alle davon sind relativ wahrnehmbar keine birgt unendliche Wahrheit und was für den einen klar und schlüssig ist muss es für den anderen noch lange nicht sein und das nicht weil der andere etwa dumm wäre oder so alles lädt dazu ein es sich bei ausreichendem Interesse mal genauer anzuschauen und dann haben wir Zugang zu etwas was wir früher kaum kannten echt im Verständnis Kompetenz die nicht auf theoretischem Wissen aufbaut sondern aus praktischen Erfahrungen was ein immenser Unterschied ist dafür verzichten wir auf Allgemeinwissen Allgemeinwissen finden wir überall um uns herum das brauchen wir nicht alles in uns selbst zu tragen Shows wie Wer wird Millionär würden heute keine Gewinner mehr hervorbringen was zum Glück auch nicht nötig ist weil keiner mehr das Bedürfnis hat Millionär zu werden Reichtum ist heute auch völlig anders definiert als früher wie frage ich nicht unbedingt weil ich mir das nicht vorstellen könnte sondern weil ich es gerne aus dem Mund von jemandem hören möchte der es bereits praktisch erlebt auch wenn es mein eigener Mund in fünf Jahren ist ich fühle mich reich weil ich heute frei meinen Interessen nachgehen kann genau das konnten damals nur die reichen also die die über ausreichend Geld verfügten das zu tun ich muss heute nichts mehr machen es sei denn ich will etwas bestimmtes erleben will ich zum Beispiel den Geschmack dieses herrlichen Apfels genießen er greift hinter sich und pflückt einen vom Baum so muss ich ihn schon essen für einen selbst macht es einen immensen Unterschied ob ein Muss einem Bedürfnis oder einem Befehl folgt also von innen oder von außen kommt wenn du also willst bedien dich meint er lachend und beißt herzhaft in den Apfel weißt so sagt der Count ich kann mich durchaus noch daran erinnern wie vieles damals war ich erinnere mich nur zu gut daran wie ich mich von anderen habe unter Druck setzen lassen und mich wieder besseren wissens habe beeinflussen und nötigen lassen Dinge zu tun die ich von mir selbst aus definitiv nicht getan hätte genauso wie ich vieles was ich gern getan hätte anderer wegen nicht getan habe damals waren alle Menschen mit ihren Nasen so tief in den Angelegenheiten anderer verstrickt dass diese Freiheit und der Reichtum wie wir sie heute kennen einfach nicht möglich waren und das war ein Teufelskreis dadurch dass sich kaum mehr einer um sich selbst kümmern konnte hatten alle das Bedürfnis sich um alle anderen kümmern zu müssen und das Wort ist sehr gut gewählt weil das meist in irgendeiner Form von Kummer ausartete wir fühlten uns leer und gegen den Rest der Welt gestellt und versuchten das im Außen zu kompensieren das innen wurde ja mystifiziert bis zum Abwinken so dass keiner wirklich die Möglichkeit hatte vor der eigenen Tür zu kehren selbst die die es wollten und so gut sie konnten auch taten wurden dabei ständig von denen gestört die ihnen dabei ins Handwerk pfuschten sehr frustrierend das dennoch gab Immunität aufzubauen schweigend sitzen wir nebeneinander und ich denke daran wie ich selbst in den letzten Wochen und Monaten unter Druck geraten bin permanent wirklich permanent hatte ich Leute um mich herum die mich und meine Lebensweise kritisierten mich mit guten Ratschlägen bis hin zu richtig feindseligen Angriffen bedachten und mich einfach nicht in Ruhe lassen konnten und das obwohl sie selbst mit ihrem eigenen Leben überhaupt nicht zurecht kamen sie warfen mir in sie mir vorher mal sagten dass es die Dinge waren die sie in ihrem eigenen Leben nicht so toll finden es war so offensichtlich dass sie ihre eigenen Unzulänglichkeiten auf mich projizierten dass es mich eigentlich hätte völlig kalt lassen müssen aber da sie nicht aufhören konnten konnte ich mich nicht entziehen es waren auch Leute da die mir halfen und sagten ich soll mir das alles nicht zu zu Herzen nehmen aber im Ende konnte ich meinen ganzen Tag am Strand heute nur deswegen so perfekt finden weil ich eben vorher so extrem im Druck ausgesetzt war dass ich den Unterschied feststellen konnte dabei ging es bei alledem nicht mal um mich der wirkliche Stein des Anstoßes war Bauchi ich bin eigentlich nur ins Kreuzfeier geraten weil ich mich auf seine Seite geschlagen und ihn verteidigt habe dadurch wurde ich dann auch abgestempelt und genauso behandelt wie macht ihr dann heute was macht ihr wenn euch jemand bevormunden will frage ich erstmal lachen wir ihn aus und fragen wir wie wir ihm helfen können und ob er das gerne möchte und wenn er es nicht anders will dann gehen wir einfach wo anders hin aber wenn es jemand ist der es in deinem zu Hause macht und deinen häuslichen Frieden stört dann schicken wir ihn entweder weg oder lassen ihn einfach da sitzen wir sind heute frei genug um nicht an irgendwelche Orte gebunden zu sein keiner muss sich irgendwo aufhalten wo es ihm gerade Stress bedeutet ich gebe zu dass es heute etwas leichter ist als vor fünf Jahren weil die Knottersäcke heute einfach in der absoluten Minderheit sind und langsam völlig aussterben selbst die Lernresistenzen haben inzwischen begriffen dass jeder für sein Glück selbst verantwortlich ist und eben auch für sein Unglück wer sich beschwert weil es ihm schlecht geht weil jemand anderes was getan oder nicht getan hat der hat genau das noch nicht verstanden wer sich über andere aufregt erst recht nicht er beißt noch einmal ab und gibt den Rest seines Apfels im Garten zurück ich merke dass ich in den nächsten fünf Jahren noch so einiges zu verstehen habe sehr alt bin ich gestern nicht mehr geworden es gab noch ein leckeres Abendessen bei dem wir aber nicht mehr groß über die Veränderungen der letzten fünf Jahre gesprochen haben mein Kopf platzte eh schon irgendwann hatte ich für's erste genug Informationen für einen einzigen Tag aufgesogen und es ging einfach nichts mehr rein ich ging recht früh zu Bett und brauchte keine Minute um ein zu schlafen es freute mich heute morgen allerdings doch wieder hier aufzuwachen oder jetzt wie man es nimmt diese ganze Sache ist doch irgendwie sehr interessant und langsam ist mir bewusst dass es eine außergewösenliche Gelegenheit ist eine solche Erfahrung zu machen und nachdem Natha mir versicherte dass ich irgendwann zurückkehren werde entschied etwas in mir bis dahin jede Sekunde auszukosten Traum oder Nichttraum das ist nicht mehr erheblich alles was ich erlebe ist völlig real und so sitze ich zu späterer vormittäglicher Stunde beim Tisch auf der Terrasse und trinke einen Tee als Bauch hieß ich zu mir gesellt na gut geschlafen fragte mich selbst noch die Augenlider auf halb sieben hängend habend und gähnt mich an manches wird sich nie ändern er war schon immer sehr nachtaktiv und ein langen schläfer wobei er genau genommen nie länger schlief als andere sondern nur später ich halte im Schnitt meine acht Stunden am Tag acht Stunden Ruhe für den Körper acht Stunden Ruhe für den Geist und acht Stunden Ruhe für die Seele erklärte er schon vor selbst für mich fünf Jahren wobei er immer hinzufügte dass diese Stunden sehr relativ bemessen sind weil einen Tag für ihn immer vom Aufstehen bis Schlafen gehen dauerte und das waren manchmal 48 Stunden und manchmal auch nur zwei und dennoch habe ich ihn immer für seine doch relativ hohe Ausgeglichenheit bewundert jetzt setzt er er sich neben mich schenkt sich einen Saft ein und schaut mich an alter Schwede was für eine Zeit zuzutexten tausende Gedanken würden gerade gern meinen Mund in Richtung deiner Ohren verlassen aber er grinst mich offen an ich will dir den Spaß noch immer nicht nehmen das ein oder andere selbst herauszufinden und ich weiß dass du das jetzt schon zum vierten Mal hörst aber es wird nicht mehr lange dauern ich weiß das aus einem bestimmten Grund und aus diesem Grund sage ich dazu jetzt lieber nichts ich halte mich ans Drehbuch und gebe die Gelegenheit Fragen zu stellen und soweit ich kann werde ich sie liebend gern beantworten seit wann kennst du Christina und seit wann ist sie deine Frau frage ich erst mal was persönlich ist nun ja so nennt sie sich ich sehe mich eher als ihren Mann das ist schon ein Unterschied unsere Beziehungen sehen heute ein wenig anders aus als damals wir sind nicht verheiratet und auch nicht die einzigen füreinander und vor allem gehören wir einander nicht mit der Eigenständigkeit die in unser Leben kam und der Erkenntnis dass alles eins und somit alles mit allem verbunden ist verlor sich der Eindruck wir bräuchten unbedingt einen Menschen in unserem Leben der uns vervollständigt weil wir ja irgendwann selbst ganz wurden und als wir so weit waren fanden wir uns auf einem anderen Level wieder da gibt es keine Abhängigkeiten mehr wie wir sie früher kannten Liebe definierten wir heute ein wenig anders als früher ich hab's dir schon 2010 mal erklärt damals konntest du es noch nicht verstehen weil du wie die meisten das begehren für die Liebe gehalten hast weißt du noch was ich dir damals gesagt hab ich kann mich noch sehr gut daran erinnern damals wendete ich mich an Bauchi weil er in seinen YouTube Videos von Dingen sprach die bei mir auch gerade Thema waren in diesem speziellen Fall ging es um Liebeskummer ich hatte damals eine Freundin die mich betrogen hatte und ich wusste einfach nicht wie ich damit zurecht kommen sollte im ganzen war die Beziehung sehr entstocken geraten und dass sie sich irgendwann einem anderen zuwandte war nicht wirklich eine Überraschung dennoch litt ich damals und spielte mit Selbstmacht Gedanken ich fühlte mich hintergangen wertlos und unfähig eine Frau glücklich zu machen in einem Video erzählte Bauchi dass es auch nicht meine Aufgabe sei das ließ mich damals ein paar Nächte nicht schlafen und ich fasste mir ein Herz und schrieb ihn an ich hätte damals nicht gedacht dass ich irgendwann mal mit ihm zusammen wohnen würde und er einer meiner besten Freunde werden sollte und erst recht hätte ich nicht gedacht dass ich jemals mit ihm in einer Zeit die fünf Jahre nach meiner liegt am Tisch beim Frühstück sitzen und erneut darüber sprechen würde du sagtest bedingungslose Liebe würde umgesetzt und gelebt indem man den geliebten Menschen von Herzen gönnt dass er glücklich ist was bedeutet dass alles was diese Person tut um es zu sein okay für mich ist und dass ich das Ganze nur indem ich das den anderen gewähre mir selbst überhaupt erst zugestehen kann du sagtest auch dass es ein wenig Übung braucht und ich für den Anfang nicht so hart zu mir selbst und den anderen sein soll danke übrigens dafür das hat mir doch sehr geholfen auch wenn ich danach ja keine feste Beziehung mehr hatte die nennenswert gewesen wäre aber ich konnte doch immer mehr Menschen gönnen glücklich zu sein und einer davon war definitiv ich selbst mustern schaut er mich mit liebevollem Gesicht an weißt du sagt er nachdenklich für mich war das zu der Zeit selbst alles noch sehr viel Theorie ich hatte zwar schon meine Gelegenheiten praktisch erlebte Erfahrungen zu sammeln aber verglichen mit heute wusste ich damals noch gar nichts mit Christina erlebe ich etwas das so nicht wirklich in Worte zu fassen ist ich würde sagen sie ist meine beste Sparring Partnerin im Training bedingungsloser Liebe sie lachen zu sehen ist für mich immer noch das unvorstellbar schönste der Welt ich liebe es generell Menschen lachen zu sehen aber ihr lachen weckt immer noch die höchsten Glücksgefühle in mir und der Preis den ich dafür zahle ist ihr uneingeschränkt alles zu erlauben und zu gönnen was sie braucht um es zu zeigen und das ist ein sehr geringer Preis für einen Menschen der selbst auf diese Weise geliebt wird und tun und lassen darf was er braucht um glücklich zu sein ohne befürchten zu müssen dafür irgendwie angemacht oder gar bestraft zu werden ich habe noch andere Frauen aber ich bin ihr Mann so wie sie noch andere Männer hat aber erfreulicherweise meine Frau ist und diese Personal Pronomina haben in diesem Kontext nicht mehr das geringste mit Besitz zu tun sondern einfach mit Zusammengehörigkeit wir gehören einfach zusammen es ist deswegen nicht in Worte zu fassen weil es ein Gefühl ist da muss nichts mehr verbrieft oder auf Ewigkeiten oder bis in den Tod besiegelt werden deswegen ist aber niemand anders herabgewertet oder weniger wert da wir uns heute alle ebenseitig dabei helfen glücklich zu sein das ist etwas was mit dem wesentlich höheren Maß an Liebe in Verbindung steht das an das Stefan dich gestern angeglichen hat gibt es keine Konkurrenz Positionen mehr im Miteinander ist kein Raum für Konkurrenz sie ist ein Symptom des Gegeneinanders kurz nachdem du zurück in deine Zeit gegangen bist und Sichtweise völlig neue Möglichkeiten öffnen und deine Frau hast du hier bereits getroffen er grinst mich an und mir wird ganz anders ich wage gar nicht zu denken was ich fühle aber ein Gesicht schießt mir sofort durch den Kopf und wieder klopft mein Herz Sturm um es zu vermeiden irgendwelchen Wunschgedanken anheim zu fallen wechsle ich schnell das Thema du hast mir damals schon immer im Prinzip eine sehr verbreitete Lebenseinstellung ich habe das damals erzählt weil ich in einer Welt lebte in der andere meinten sie stünden über mir und hätten mir was zu sagen seit wir alle zu unserer eigenständigkeit gefunden habe sind wir letztlich alle wieder zu Königen von uns selbst und niemand anderem geworden nur dass das nicht unbedingt jeder so ausdrücken würde weil es einfach selbstverständlich geworden ist heute ist einfach jeder er oder sie selbst und lebt sein eigenes Leben wodurch unnötig geworden ist über andere zu verfügen Terrania also unsere Erde ein bündnisfreier Menschen sinniere ich Bauchi lacht ja gewissermaßen im Rahmen dieses Projektes haben wir damals begonnen die Aufsplitterung unserer Mutter Erde in unterschiedlichste Territorien aufzuheben hat ein Weilchen und ein paar weitere ähnliche Netzwerke gebraucht bis es soweit war aber es hatte seine Wirkung kurzfristig wurde Terrania .org sogar mal richtig bekannt und hatte guten Zulauf vor allem nachdem sein Gründer Jonathan Leonhard die richtigen Worte fand um verständlich zu machen dass nicht nur die Erde uns allen gehöre sondern auch dieses Netzwerk bis dahin wurden ihm allerhand unnützige eigennützige Absichten vorgeworfen die aber denen die sie gegen ihn hervorbrachten selbst mehr nur er hatte das hatten damals so ziemlich alle die solche Sachen machten der der was der der was das was das angeht am lässigsten hatte war Thomas mit seinem Eigeland und der Idee die dahinter stand hatte einfach Leute begeistert ja das glaube ich für mich waren wir noch vor einer Woche bei ihm auf dem Boot du hattest mit ihm das Video zur Eigeland Hymne aufgenommen du liebe Zeit das ist ja fast gar nicht mehr war lacht Bauchy wieder der Song ist tatsächlich noch bekannt geworden irgendwie haben wir da mit den Zahn der Zeit getroffen Thomas ist im Moment mit dem Boot und Kathi auf den Bahamas soweit ich weiß aber der Song ist immer noch hier auch wenn wir ihn echt lange nicht mehr gehört oder gesungen haben hast ihn noch drauf fragend schaut er mich an und ich meine na klar springt er auf und holt die Gitarre singen wir ihn nochmal er gehörte zum Soundtrack echt aufregender Zeiten jeden Morgen früh aufstehen zur Schule oder Arbeit gehen und den lieben langen Tag das zu tun was ihr mir sagt darauf hab ich keine Lust denn das erzeugt in mir nur Frust ich tu lieber was ich mag weil ich da viel mehr von hab oh wenn ihr nur wüsstet oh wenn ihr nur wüsstet oh oh wenn ihr schön oh wenn ihr nur wüsstet oh oh wenn ihr nur wüsstet wie simpel dieses Leben ist schön das Leben ist toll das Leben ist wundervoll weil alles kommt wie soll das Leben ist schön das Leben ist toll das Leben ist wundervoll weil alles kommt wie soll Ihr sagt mir, was ich denken soll, doch denke ich, das geht's mir nicht so toll Ich folge lieber der Natur, dem Miteinander, der inneren Uhr Die Sonne scheint, ich fühl mich frei, genieß den Tag und hab Spaß dabei Wir sitzen hier in einem Boot und zusammenhalten wir's im Lot Und legen an der Insel an, auf der man frei sein darf und kann Lieben alles um uns herum und nehmen keinem mehr was krumm Oh, wenn ihr nur wüsstet, oh, wenn ihr nur wüsstet, oh, 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 wenn ihr nur wüsstet Wie simpel dieses Leben ist, oh, wenn ihr nur wüsstet, oh, 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 wenn ihr nur wüsstet Wie simpel dieses Leben ist, schön, das Leben ist toll Das Leben ist wundervoll, weil alles kommt, wie's soll Das Leben ist schön, oh, oh, das Leben ist toll, oh, oh, das Leben ist wundervoll Weil alles kommt, wie's soll Ja, Mann, das rockt immer noch, ich mag den Song Erinnerst du dich an Rubin und sein Zeitreisevideo zum ersten Video, das ihr damals gemacht habt? Wo er in seinem Jetzt zu deinem Video getrommelt hat, das ihr in eurem Jetzt aufgenommen habt Und der jeweilige Zuschauer es in seinem Jetzt gehört hat? Das alles bekommt gerade für mich eine völlig andere Bedeutung Bauchy schaut mich an und grinst Genau das hat Rubin auch gesagt, nachdem er das Buch gelesen hatte Welches Buch? Kurz nach deiner jetzt für mich als offensichtlich wirklich geschehenen Reise Hast du mich gebeten, die Geschichte, die du mir dann erzähltest, in Buchform zu bringen Ich war erst sehr skeptisch, aber es dauerte nicht lange und ich hab mich ans Schreiben gemacht Und schon Ende Juli war alles im Kasten Und das hat dann einiges wieder in Gang gesetzt Das war, was Nathan gestern meinte und warum wir hier alle deine Geschichte kennen Sie ist sehr bekannt geworden Ich höre, wie meine Kinnlade auf den Tisch fällt Was hat der Mann da gerade gesagt? Bedeutet das, ich bin berühmt? Berühmt nicht, antwortete Bauchy, der meine Gedanken eh immer schon lesen zu können schien Zumindest nicht in der Form, wie du denkst Sagen wir, sehr viele Leute kennen dich, aber keiner weiß, wer du bist Du bist immer schon was schüchtern gewesen, was Öffentlichkeit angeht Und da hat sich bis heute nicht viel dran geändert Ich hab das Buch so geschrieben, dass du anonym bleibst Und wenn du Nathan das nächste Mal siehst, kannst du ihn selbst fragen, was er dazu zu sagen hat Ich hab diesbezüglich schon genug gesagt Aus meiner persönlichen Perspektive will ich, dass du weißt Dass du für mich immer ein großes Vorbild darin warst Für die eigene Ruhe zu sorgen Du sonnst dich heute noch darin, der große Unbekannte zu sein Und wir sind da alle ziemlich glücklich mit Ich glaube auch, wenn ich den Leuten damals erzählt hätte, wer du bist Wäre alles anders gekommen Und das Buch hätte dann Faszination eingebüßt Das muss ich erstmal verdauen Bauchy scheint das zu merken und schweigt Während ihr noch ein wenig auf der Gitarre vor sich hinspielt Doch nicht lang und Christina kommt auf die Terrasse Auch sie begrüßt mich herzlich und erzählt Dass sie mit den Jungs im Garten den Pflanzen Aufmerksamkeit geschenkt habe Auch Bauchy begrüßt sie sehr herzlich Und mit einer Ähnlichkeit, die mich wieder an Samira denken lässt Kurze Zeit später kommen William und Stefan nach Und begrüßen mich freudestrahlend Ihnen gefällt sichtlich, zwei Natans um sich herum zu haben Und sie finden es offensichtlich sehr interessant Doch auch sie scheinen die Geschichte zu kennen Denn sie fragen nicht groß, sondern genießen irgendwie mehr Ihre Augen funkeln, als wäre Weihnachten Sie sind lustig und ausgelassen und dennoch irgendwie ruhig Nicht nervig oder so William bittet mich, ihnen die Luftmatratze aufzupusten Die er hinter einem Stuhl hervorholt Ich freue mich, ihm diesen Gefallen tun zu können Und als ich fertig bin, verschwinden die beiden mit ihr in Richtung Pool Christina kommt mit ein paar Schnittchen aus der Küche Und gesellt sich zu uns Wie habt ihr beiden euch denn kennengelernt Und wie lange seid ihr schon zusammen, will ich wissen Über das Internet, sagt Christina Wir hatten schon im März 2015 Kontakt über Facebook Und dann ging im Sommer irgendwie alles ganz schnell Wir merkten beide an unserer Kommunikation, dass da was war Und so kam ich hierher Das war ein paar Tage nach deiner Zeitreise Aber nicht nur durch die hatte sich hier bereits einiges geändert Bauchy geriet hier sehr unter Druck Weil Barbara und Michael, die damaligen Vermieter der Finca Sich massiv in sein Leben eingemischt hatten Vor allem Barbara seien ihm Dinge Die sie von sich selbst auf ihn projizierte Die sie in höchstem Maß aufregten Du dürftest dich daran erinnern Weil dich das ja auch betraf, weil du zu ihm gehalten hast Oh ja, ich erinnere mich nur zu gut Ich wurde ja gestern schon im Gespräch mit Nathan daran erinnert Und vorgestern steckte ich noch mittendrin in der Geschichte Die hier so weit entfernt scheint In der Nacht, in der Christina auf der Fähre war Meinte Michael, er müsse King Kong spielen Tauchte samt seinem Hausdrachen Barbara hier auf Und machte mir die Hölle heiß Weil ich im Facebook gepostet hatte, dass ich um Hilfe bitte Weil Christina auf dem Festland feststeckte Weil man ihr das Auto abgeschleppt hatte Mein Gefühl sagte mir, dass bereits alles in Ordnung war Aber sie konnte mich nicht mehr erreichen Also konnte ich nichts Handfestes zeigen Womit ich mein Gefühl hätte belegen können Also warf mich Michael in der Nacht, in der Christina auf dem Weg zu mir War aus der Finca Was dann am nächsten Morgen für sie keine erfreulichen Nachrichten waren Ich habe geglaubt, Bauchy verarscht mich Erst lädt er mich ein, ihn besuchen zu kommen Und dann will er mir weismachen Ausgerechnet in der Nacht habe sich der Status Quo geändert Und er sei auf einmal obdachlos Und das, ohne dass er damit hätte rechnen können Da fand ich ihn auf einmal gar nicht mehr so toll Und wäre am liebsten gleich wieder umgekehrt Ich blieb auch nur ein paar Tage Obwohl ich den Sommer hier verbringen wollte Und da Bauchy auch kein Zuhause mehr hatte Ist er mit nach Wien gekommen Wo ich damals lebte Und dann, klingt nicht nach Hollywood-Romanze Nein, nicht wirklich In Wien haben wir uns auch erstmal wieder getrennt Ich konnte Bauchy nicht wirklich lieben Was über ihn gesagt wurde, rief Zweifel in mir hervor Und ich sah viele negative Dinge an ihm, die es mir unmöglich machten Meine Zeit mit ihm zu genießen Ja, daran erinnere ich mich auch noch Ich weiß auch noch, wie ich mich damals fühlte Abhängig von ihr Und das wollte ich nicht sein Wusste ich doch, dass das alles genau das war Was ich als eigenständiger Mensch Als Eigieländer Nicht erleben wollte Weil ich genau das auf genau diese Weise nicht war Also gingen wir erstmal wieder getrennte Wege Was uns beiden dabei half Wirklich erstmal auf eigenen Beinen zu stehen In dieser Zeit habe ich dein Buch geschrieben Reiste noch eine Weile tätowierend durch die Gegend Und fand langsam zu mir selbst zurück Doch wir blieben in Kontakt Fühlten wir doch unbestreitbar dieses Gefühl in uns Und als wir uns dann wieder trafen Gingen wir nochmal mit Ruhe und vor allem viel Zeit an Eigenständig nebeneinander zu koexistieren Indem wir uns eben jeder frei bewegen konnten Wir erlebten das, was uns heute so eng verbindet Bedingungslose Liebe Und ich kann dir nicht sagen, ab welchem Tag wir zusammen sind Weil es an diesem Tag nie gegeben hat Wir verbringen jetzt einfach gern Zeit miteinander Weil diese Zeit erfüllend ist Aber dazu müssen wir eben nicht ständig physisch aufeinander hocken Vor zwei Jahren haben wir uns mal ein halbes Jahr gar nicht gesehen Weil wir mit jeweils anderen Leuten In unterschiedlichen Teilen der Welt unterwegs waren Was aber unserer Liebe und Zusammengehörigkeit Keinen Abbruch getan Sondern höchstens das Wiedersehen umso schöner gemacht hat Bist du glücklich mit ihm? Frage ich Christina Weil ich aus der Vergangenheit wusste Dass anderen Partnerinnen das mit Bauchi nicht so gegangen war Ja, aber weil ich glücklich mit mir bin Als ich das noch nicht war Konnte ich es mit ihm auch nicht sein Und ich weiß, dass er getan hat Was er nur konnte, damit ich es sein kann Aber auch ich musste das erstmal lernen Mit Bauchi glücklich zu sein Ist wirklich nicht schwer Weil er es meistens ist Aber um es mit ihm zu sein Muss man es selbst sein Als du mit deiner Geschichte kamst Und mir erzähltest Dass ich anderthalb Wochen später in Wien leben würde Habe ich gedacht Du willst mich veralbern Aber hättest du es nicht getan Und wäre es nicht genau so eingetreten Hätte ich dir vermutlich gar nichts glauben können Siehst du, wie sehr wir alle miteinander verbunden sind? Fragt mich jetzt Bauchi Und schaut mich einringlich an Du fragtest eben, wie lange wir zusammen sind Und ich antworte dir jetzt Wir sind alle bereits ewig zusammen Mit unendlich vielen anderen Lebewesen Jeder von uns hat in etwa 12 Millionen Seelenpartner Allein auf der Erde So viele von uns sind nötig Um in Zusammenarbeit all das erlebbar zu machen Was eine Seele über unzählige Inkarnationen hinweg erleben kann und will Es ist wie eine große Projektgruppe Und jeder davon ist gleich nötig Jeder Gedanke von Trennung ist Illusion Ein Symptom der Abwendung von allem Vor allem von Gott und sich selbst Was nun mal das Programm auf der Erde ist Gewesen ist Und egal wie real das alles erscheint Nichts davon ist es wirklich Und du glaubst nicht, wie schnell ich Barbara und Michael Wirklich von Herzen dankbar für ihren Beitrag war Weil ich dadurch sehr schnell was Bestimmtes gelernt habe Niemand kann wirklich was Böses oder Schlechtes tun Es kann alles nur böse oder schlecht gewertet werden Aber dieses Urteil ist immer nur für den Wertenden real Und für keinen anderen Ein paar Tage habe ich über sie geschimpft Und mich ungerecht behandelt gefühlt Aber dann hätte ich sie dafür knutschen können Was nicht ratsam zu tun gewesen wäre Weil in dieser Konstellation gerade in keinster Weise möglich war Zeit gemeinsam zu genießen Vor allem von ihnen aus nicht Weil sie sich lieber noch ein wenig dem Groll hingaben Und dennoch wäre ohne ihr Zutun Mein Erlebnis nicht möglich gewesen So wie keines unserer Erlebnisse Ohne sogenannte Seelenpartner möglich wäre Irgendwann haben sie sich auch wieder beruhigt Und man konnte wieder beisammensitzen Und freundlich miteinander umgehen In der Zwischenzeit habe ich mich Dank der durch sie gewonnenen Erkenntnisse Gezielt mit Menschen umgeben Die mich so annehmen konnten wie ich war Weil sie selbst mit sich im Reinen waren Und mit eben diesen meine Zeitgenossen Seitdem geht es mir besser denn je zuvor Krass sie haben dich wirklich rausgeworfen Was haben sie mit mir gemacht Sie haben dich in Ruhe gelassen Weil du auch erstmal weg warst Du warst mit Thomas und Katie Auf einem mehrmonatigen Segeltörn gefahren Und wie man mir erzählte Warst du in der Zeit richtig gut darin Ihre negative Schwingung einfach zu ignorieren Das war was ich einfach irgendwann nicht mehr konnte Beantwortet das die Frage Die du Nathan gestern gestellt hast besser Von wegen Was macht ihr mit Leuten Die euch einfach nicht in Ruhe lassen wollen Ja ich denke schon Auch wenn ich mir das irgendwie noch schlecht vorstellen kann Klingt gerade alles für mich sehr theoretisch Du wirst bald Gelegenheit bekommen Es selbst zu erleben Denn dann hast du Die dazu passende praktische Erfahrung Lacht mich Christine an Nur Angst brauchst du jetzt nicht mehr zu haben Das bedeutet ich segle demnächst Ein paar Monate mit Thomas und Katie um die Welt Der Gedanke lässt mich grinsen Wohin? Das könnte ich dir jetzt sagen Aber ich möchte dir den Spaß nicht nehmen Ich weiß es selbst herauszufinden Wir lachen alle herzlich Und ich fühle mich irgendwie gelöst Es passiert etwas in mir Das ich erstmal nicht so richtig erklären kann Aber es hat was mit etwas zu tun Was mich an das Buch Mary von Ella Kensington erinnert Das mich nachdem ich es Anfang 2015 gelesen hatte Und hin und weg war Einfach nicht mehr losgelassen hat Es erzählt die Geschichte eines Wesens Das fasziniert es von dem Treiben auf der Erde Und unbedingt erleben möchte Was denn diese Probleme sind Von denen da alle reden Ich kann dieses Buch jedem nur wärmstens ans Herz legen Der es noch nicht gelesen hat Dieses Wesen erhält in der Geschichte Hilfe einer Seelen Namens Ella Die in Kooperation mit anderen Seelen Erlebnisse für Mary ermöglicht Situationen erschafft In denen sie diese Erlebnisse erleben kann Und Ella erklärt Mary Dass Erlebnisse immer auf diese Weise geschaffen werden und sind Auf Seelenebene werden sie abgestimmt und regelrecht programmiert Damit sie dann wie in einem Computerprogramm abgespielt und real erlebt werden können Dabei ist wichtig zu beachten Dass jedes involvierte Ego alles aus der ihm eigenen Perspektive wahrnimmt Und diese Wahrnehmung immer bestimmten Filtern unterliegt Durch die alles individuell wahrgenommen werden kann Mary sieht zwar immer sehr bewusst Dass alle um sie herum alles was sie tun unbewusst für sie tun Braucht aber ein Weilchen, um zu verstehen Dass ihre eigene Rolle in der Situation immens wichtig für das Erlebnis der anderen Egos ist So offenbart sich dann auch dem Leser Dass und wie alles miteinander verbunden ist Ich nutze die Zeit, um ein wenig durch die Umgebung zu spazieren Während ich diesen Gedanken nachgehe Die Gespräche mit den anderen haben mich im wahrsten Sinn des Wortes Auf andere Gedanken gebracht Und ich kann meinen Denkmustern geradezu dabei zusehen Wie sie sich ändern und dadurch automatisch meine Sichtweisen auf die jeweiligen Dinge Und auf einmal durchfährt es mich wie ein Blitz Ich verstehe auf einmal, warum ich hier bin Hier, in einer Zeit In die ich scheinbar gar nicht hingehöre Aber irgendwie ja nun schließlich doch Und ich weiß, warum ich an Mary erinnert wurde Dieser Eindruck der Rolle des Protagonisten einer Truman Show Und dass irgendwie alle gerade nur in dieser Situation existieren Um mir etwas zu sagen und zu zeigen Und auf einmal überkommt mich das volle Bewusstsein darüber Dass ich auch hier bin, um Ohne mir dessen bis jetzt bewusst darüber gewesen zu sein Durch alles, was ich denke, sage oder tue Den anderen eine Hilfe dabei zu sein Ihr Erlebnis zu erleben Und ich sehe, wie alles, was passiert Nur deswegen real wahrgenommen kann Weil wir alle in Interaktion miteinander Alle nur erdenklichen Erlebnisse gemeinsam generieren Dabei kann kein einziger von uns irgendetwas anderes denken Sagen oder tun Was nicht der Programmierung entspricht Die auf Seelenebene abgesprochen und gefertigt wurde Alle Überlegungen über richtig oder falsch Verlieren sich in der Relativität der Dinge Weil alles immer nur richtig oder falsch Im Bezug auf irgendetwas ist Meine Gedanken verlieren sich im Hier und Jetzt Und eine Welle von Klarheit überkommt mich Meine Sinne spielen regelrecht verrückt Eine unglaubliche Duftwolke umhüllt mich Die den Geruch der Sträucher und Bäume und Blumen Überall um mich herum in sich trägt Ich merke, dass sie die ganze Zeit schon da war Aber eben ich nicht Zumindest mit meinen Gedanken war ich woanders Meine Augen wandern über ein Blumenfeld Wie es bunter nicht sein könnte Noch nie habe ich Farben so ausdrucksvoll wahrgenommen Ein Konzert der Stille um mich herum Das weder Dirigent noch Noten bedarf Ich höre Vögel aus voller Inbrunst singen Ganze Chöre singen ein Lied Das schöner nicht klingen könnte Selbst die Zikaden scheinen genau dieses Lied mitzusingen So passt ihr Gezirpe zum Rhythmus und zur Melodik der Vögel Das Summen der Bienen und Hummeln Um mich herum erinnert mich an den Unterton von Dudelsackmusik Und er passt perfekt ins Klangbild Das war vorher auch alles da Es hat keinen Einsatz gegeben Ich habe nichts davon mitbekommen Dass das alles plötzlich laut angefangen hätte Was sich plötzlich ändert ist Dass ich es endlich höre Ich spüre meinen Körper Wie er sich bewegt Und wie mein Atem ihn genauso durchflutet Wie die Mittagssonne Sie scheint unendlich heiß Doch in diesem Moment bin ich eins mit ihr Und fühle sie mit jeder Zelle Ich sehe eine Feige vor mir am Baum hängen Ich brauche nur meine Hand auszustrecken Und sie mir nehmen Ich fühle, wie sie sich anfühlt So weich und angenehm Als ich hineinbeiße Explodieren meine Geschmacksnerven Und ich schmecke den Geschmack deutlich Auch durch meine Nase Ich bebe innerlich Als ich merke, wie schön sie an meiner Zunge Und an meinem Gaumen kitzelt Pure Lebensfreude durchströmt mich Wie wahnsinnig intensiv alles ist Und in diesem Moment setzt mein Verstand aus Ich merke deutlich, wie er seine Funktionen aufgibt In diesem Moment versteht er das und wie alles nur Erdenkliche möglich ist Er versteht sich selbst Er kann mit mir zusammen beobachten, wie er funktioniert Wie er alles, was wahrgenommen wird Auf irgendeine ihm ansatzweise, mögliche Weise interpretiert Und Um von etwas wirklich überzeugt sein zu können Alles dieser Sichtweise widersprechende Regelrecht Ausblendet und verteufelt Aus dem Grund muss er immer Recht haben Selbst wenn das unseren Tod bedeuten würde In einem Vortrag von Vera F. Birkenbiel beschreibt sie Wie unser Gehirn das Werkzeug unseres Verstandes Unter anderem funktioniert Eine Information von außen wird über die linke Gehirnhälfte aufgenommen Die linke Hälfte fragt die Rechte Haben wir da was zu? Kennen wir das? Die Rechte kramt im Unterbewusstsein In dem jede unserer erlebten Erfahrungen abgespeichert ist Nach verfügbaren Interpretationsmöglichkeiten Gebt hoch in die Vorstellung Unser geistiges Auge Und wenn sie nichts findet Dann bleibt dieser Bildschirm leer Dann haben wir das Gefühl etwas nicht zu verstehen Und wenn der Verstand darauf programmiert ist Auf genau das mit Rechthaberei zu reagieren Statt mit dem Aufnahmemodus Hinhören Allem was gesprochen und wahrzunehmen ist Dann lernt man in genau diesem Moment nicht dazu Sondern verfällt in unschöne Verhaltensweisen Während ich langsam weitergehe und die Umgebung genieße Kann ich meinen Verstand dabei beobachten Wie er sich selbst umprogrammiert Ich wüsste nicht mal ansatzweise Wie ich ihm dabei helfen sollte Alle bisherigen Bemühungen Den Verstand zu kontrollieren Oder sonst irgendwie zu beeinflussen Erscheinen aus dieser Perspektive Geradezu unsinnig Ich sehe aber auch Wie mein Interesse mich In genau diese Perspektive gezogen hat Genau dem folgte der Verstand Und fing an jeweils Das für mich in wahrnehmbar Wahrnehmbar werden zu lassen Was nötig war Um ein bestimmtes Erlebnis Aus einer bestimmten Perspektive Wahrnehmen zu können Und da finde ich auf einmal Einstands 95% Ungenutztes geistiges Potential Und noch einiges andere Was zu 95% ungenutzt In uns allen schlummert Ich könnte euch an dieser Stelle Noch mehr erzählen Möchte euch aber den Spaß nicht nehmen Es selbst herauszufinden Mein Verstand programmiert sich weiter um Er tut es Indem er klare Gedanken Durch meinen Kopf feuert Unbewusstes Bewusstes Dinge die ich kenne Welche an die ich mich Noch ganz vage erinnern kann Und dann aber auch Dinge Für die ich keine Erklärung habe Aber weder fühle ich mich dumm Noch dass ich mich Für diese Bildungslücken schämen müsste Ich merke wie etwas in mir Wie in mir etwas genießt Vor einem schwarzen Loch zu stehen Dem alles entsteigen könnte Und interessiert Und gespannt zu warten Was passiert Wie eine Katze Völlig geduldig Der Dinge harrend Die da kommen Auf einmal habe ich das Gefühl Verstehen zu können Und das nur Weil mein Verstand gerade versteht Dass er keineswegs Jederzeit Zu alles verstehen muss Aber jederzeit Zu Verständnis gelangen kann Wenn er in solchen Situationen Einfach weiter beobachtet Statt recht zu haben Während er zu verstehen lernt Und dann am Ende Immer verstehen kann Verstanden? Noch mal Sagt mein Verstand Als Stünde Und als Stünde Er in einem Buch Kann ich den kompletten Letzten Absatz Noch mal lesen Ja Sagt mein Verstand Verstanden Ich genieße derweil Einfach weiter Dieses in mir entstehende Um mich umgebende Paradies auf Erden Und schmunzle darüber Wie mein Verstand Mit sich selbst redet Und dabei merke Dass auch Das etwas ist Was immer schon war Das hat auch nicht gerade Eben erst angefangen Es hat nur gerade Eine für mich Wahrnehmbare Änderung Stattgefunden Von der mir Simpelste Logik erzählt Dass meine Welt Nie wieder sein wird Wie sie war Genauso wie ich selbst Mit jedem Schritt Und jedem Atemzug Werde ich ein wenig Mehr eins Mit allem um mich herum Und werde zu der Welt Die ich erlebe Wissend Dass ich sie nicht bin Ich bin Was all das In mir hervorruft Und es beobachtet Um es zu erleben Ich bin Alles um mich herum Nicht nur verbunden Mit allem Alles Was ich nur Wahrnehmen kann Ist ich Und dennoch Empfindet sich mein Bewusstsein Auf einer anderen Etage Von der aus Es alles Und mich Darin völlig neutral Und wertfrei Einfach nur beobachtet Und das ist das einzige In meiner Wahrnehmung Was wirklich ist Ich biege um eine Ecke Und stoße fast mit jemandem zusammen Mit mir selbst Mit Nathan Mit großen Augen Schaue ich ihn an Und ich verstehe Deutlicher hätte Das Universum Als das ich mich gerade empfinde Es nicht zum Ausdruck bringen können Was für eine Synchronicität Hallo Grüß dich Grüßt er mich Und fragt Träumst du? Einen so wunderschönen Verklärten Blick Sieht man auch nicht jeden Tag Nenn mich Mojo Ich spiele gern Mein Blick wandert Direkt in seine Augen Ich beobachte Wie Natans Gesicht Sich ändert Und auf einmal Jemand völlig anderes Vor mir steht Ich staune Doch ich wundere mich nicht Ich kann mich gerade Nicht dumm fühlen Weil ich ja beobachte Und kein Raum für Unverständnis Da ist Es passiert für mich Etwas Unerklärliches Und mein Verstand Nützt seine erstbeste Möglichkeit Um gemäß der neuen Programmierungen Zu funktionieren Erst gestern noch Erlebte ich eine für mich Unerklärliche Zeitreise Auf der ich mich immer noch befinde Aber gestern noch Fühlte ich mich immer wieder Verwirrt, verloren, entwurzelt, unwohl Aber in diesem Moment Ist da ausschließlich Interesse Und ich genieße die Show Hallo Mojo Ich heiße Nathan Und ich glaube ich träume wirklich Allerdings nicht in einer Traumwelt Die woanders wäre Als in dieser Realität Sondern für mich ist die Realität Gerade zum Traum geworden Bevor du darin auftauchtest Und der verklärte Blick Kommt tatsächlich daher Ich spüre diesen Blick Ich sehe meine Augen nicht Doch ich kann ihn aus mir heraus Auch wahrnehmen Ich fühle von innen Wie ich ihn wahrnehmen kann Wie die Muskeln Und meine Augen sich anfühlen Und dass es unter meinen Schläfen Dabei ein wenig kribbelt Ich stehe staunend vor dir Weil du in den ersten Sekunden Ausgesehen hast wie ich selbst Also vor allem für mich Und dann hat es Und dann hat sich dein Aussehen geändert Als du etwas sagtest Was nicht zu dem passte Was ich Was zu dem was ich sah Nicht passte Dein Namen Und auch deine Stimme wurde Während du sprachst Anders fällt mir gerade zusätzlich auf Ich staune gerade nicht minder Ist das geil Du willst mir sagen Du hast deinen Kopf noch nie benutzt Aber kannst Zeit reisen Fragt er mich mit großen Augen Begegnungen stattfinden kann Ohne dass sie auf Seelenebene Vorher klar gemacht wurde Ich stehe hellwach vor Mojo Und fühle etwas wie Ekstase in mir Wie aufregend und interessant Das Leben sein kann Wenn man es einfach nur beobachtet Ich fühle Das Mojo genauso etwas für mich hat Wie ich für ihn Das ist die Grundlage für Austausch Der nun mal nicht stattfindet Wenn nicht in beide Richtungen etwas fließt Was auch immer das sein mag Und um herauszufinden Was Mojo für mich hat Brauche ich nichts weiter zu tun Als zu beobachten Was jetzt kommt Als säße ich im Kino Vor einer rundum Leinwand Schaue ich den Film Der von meiner Nase abläuft Und merke Dass auch der Immer schon lief Aber Gerade erkenne ich Gerade jetzt erst Erkenne ich das Ich platze fast vor Neugierde Ich beobachte Wie die nächsten Worte Völlig aus sich selbst heraus Meinen Mund verlassen Weil sie sich aus sich selbst heraus ergeben Wörtlich Als seien sie vorgeschrieben Keine anderen würden gerade Irgendwelchen Sinn ergeben Vor allem für mich nicht 2015 Ich bin gestern irgendwie Hier gelandet Und hab seitdem das Gefühl Ich sei Alice im Wunderland Ich erfahre Dinge Die mir den Verstand geraubt haben Und bekomme langsam einen neuen Kann zumindest zusehen Wie sich in mir ein neuer erschafft Und dann stehst du vor mir Und erzählst mir Ich habe meinen Kopf noch nie benutzt Magst du ein Stück mit mir gehen Und mir mehr erzählen? Mojo schaut mich staunend an 2015 Das ist 5 Jahre her Ich gebe zu Dass ich auch noch nicht länger spiele Aber ich bin irgendwie voll drauf hängen geblieben Wir setzen uns in Bewegung Und schlendern nebeneinander her Während ich interessiert seinen Worten lausche Was eine Xbox oder Playstation ist Ich zeig dir was ich meine Du kennst die Grafik der herkömmlichen Konsolen Mach mal die Augen zu Und stell sie dir nochmal vor Die beste die du je gesehen hast Und jetzt mach die Augen auf Und guck dir meine Grafik an Schau dich um Das ist Kopfkonsolen Grafik Und das Er legt beide Hände an die Ohren Wie um besser hören zu können Ist mein Sound Dolby Surround ist ein Witz dagegen Und dann hat die Kopfkonsole In der Standardausführung für Menschen Drei weitere passive Sinne Über die Impulse empfangen Und mit denen wahrgenommen werden kann Verstehst du was ich meine? Ja Ich verstehe Ich lebe auf einem Holodeck Immer schon Ich sehe die Analogie Der virtuellen Computerwelten Und wie sie Die Materie regelrecht kopieren Das ist genau das gleiche Das hier ist alles nicht real Nicht wahr? Frage ich Und deute um mich herum Doch Grinst Mojo wissend Aber nur in der Illusion Das schließt keineswegs einander aus Die Realität ist eine Illusion Aber in dieser Illusion Kann völlig real wahrgenommen werden Eben wie auf einem Computerbildschirm Guck mal wie fesselnd Spiele Auf den alten Konsolen sein konnten Man konnte regelrecht drin versinken Und das obwohl nur zwei Sinne Angesprochen wurden Jetzt stell dir mal vor Du steckst in einem solchen Spiel Kannst mit fünf Sinnen gleichzeitig wahrnehmen Nimmst aber alles völlig real Aus der Perspektive deiner Spielfigur war Was denkst du wie lange du brauchst Bis du vergessen hast Dass du nur eine Figur in einem Spiel bist Und sie nicht bist Sondern dich einfach nur zu sehr mit ihr Zu identifizieren begonnen hast Irgendwie und irgendwann ist uns Menschen Das allen passiert Und anders hätten wir bestimmte Lektionen In dieser Matrix nicht lernen können Wenn wir uns bewusst gewesen wären Dass alles nur im Rahmen einer Illusion stattfindet Wie in einem Computerspiel Todesangst zum Beispiel Ist definitiv nicht mehr das gleiche Seit wir wissen Dass alles nur ein Spiel ist Sie erschreckt nun einfach mal keinen mehr Sie ist in unserer Zeit auch ziemlich unnötig geworden Und fast verschwunden Ich bin begeistert Und sehe mich Nathan aus 2015 Vor mir Aber diesmal nicht im Gesicht des Anderen Sondern als würde ich neben ihm stehen Oder ein bisschen hinter ihm Ich kann ihn beobachten Ich sehe ihn wie jemand anders Von dem ich auch nichts weiter Als seine persönlichen Geschichten Mehr oder weniger gut kenne Ich sehe Nathans Geschichten Und wie er seine Rollen darin gespielt hat Spielt und spielen wird Alles existiert in diesem Moment Alles ergibt auf einmal Einen ungeheuren Sinn Ich kann in einem Moment Nathans kompletten Film Über Inkarnationen hinwegsehen Wie Dateien in Ordnern Feinsäuberlich angelegt Wie auf meinem inneren Bildschirm Dieser Film hat über all seine Sequenzen Einen Handlungsstrang Der jedem kleinsten Erlebnis In diesem epischen Werk Einen Sinn beimisst Ich sehe wie niemals Etwas zufällig Also ohne Grund Ohne Ursache Passiert Und eben deswegen Alles im Leben Sinn hat Und ich fühle mich tatsächlich Wie in einem Computerspiel Alles scheint zwar völlig real zu sein Aber der Materie An der Materie herum Hat sich durch meine gerade Durchsickernde Erkenntnis Nicht das Geringste geändert Aber ich sehe jetzt Diese Matrix Diesen 3D-Bildschirm Um mich herum Auch die waren immer schon da Direkt vor meinen Augen Aber sehen kann ich sie jetzt erst Woher wusstest du Dass ich meine Kopfkonsole Noch nie benutzt habe Frage ich Weil ich weiß Dass seine Antwort darauf Weitere wertvolle Hinweise Und Denkanstöße enthalten würde Die mein Verstand Gerade zum Verständnis braucht Wie ein braves Hündchen Sitzte auf einmal da Und widmet sich Mit Hingabe seiner Aufgabe Und liebt diese Wortspielchen Naja Das was du anfangs sagtest Dass du zuerst dich gesehen hast Als wir uns trafen Erinnerte mich an etwas Was den meisten passiert ist Als wir anfingen Bewusst online zu zocken Mir auch Nämlich ist das so Dass wenn du anfängst Die Welt um dich herum Bewusst als eine virtuelle Erlebniswelt wahrzunehmen Sie sich dir auch Sehr schnell als solche offenbart Bei vielen ging das recht schnell Die die am meisten Vor ihren Konsolen gesessen haben Haben es fast nicht mal mitbekommen Aber Fast jeder kann dir Von einem Erlebnis berichten Durch das sie sich Connected fühlten Ich glaube genau Das ist dir auch eben passiert Du bist auf einem anderen Weg Als dem Online Gaming Dahinter gekommen Dass das was uns umgibt Nicht ist Was es zu sein scheint Und jetzt verstehe ich auch Warum ich eben Diesen Drang hatte Spazieren zu gehen Ich bin nämlich Offensichtlich hier Um dir ein Upgrade zu geben Durch das du verstehst Was du da gerade Freigeschaltet hast Und so kann ich dir gerade Erklären warum Du erstmal Dich selbst gesehen hast Andere Mitspieler Kannst du immer nur Anhand von Interpretationen Wahrnehmen Und du darfst nicht vergessen Dass es keine Gegenspieler gibt Alles ist eins In dieser Welt Und Programme Wie seinerzeit auf der Erde Ermöglichen Erst die Illusionen Eine Trennung Es gibt also Keine Geheimnisse Aber in nicht jedem Sind jederzeit Alle Informationen Zugänglich Vor allem nicht Während jemand Mitten in einem Aufwändigen Spiel Steckt Die wir übrigens Alle spielen Und zu lernen Weil das eh Ein und dasselbe ist Spielen Und lernen Und da du gerade Erst aus einem Solchen Spiel Heraus kommst Weil du alle Nötigen Aufgaben Gelöst hast Ist ab hier Alles etwas anders Da du ja gerade Erst online gegangen bist Hast du nur Den Standardsatz Er lacht auf einmal laut Schielt mich an Und meint Ich will ja geradezu Gerne mal wissen Wie ich für dich aussehe Ich weiß Dass du gerade Nur aus dem Standardsatz Heraus wahrnehmen kannst Um auf Interpretationen Zurückgreifen zu können Müssen sie erst Wieder freigeschaltet werden Dazu brauchst du aber Nichts zu tun Dafür laufen ja Die Tutorials ab Die erkennst du An Gesprächen Wie diesem Die voll von Erklärungen Und Informationsmaterial Sind Du findest sie Überall im Spiel So und Weil du nichts anderes Interpretieren konntest Als eine Andere Frequenz Also ein Mitspieler Also in dem Fall eben mich Hast du erstmal Die einzig logische Interpretation wahrgenommen Nämlich dich Was man Wenn man Spielen Wenn man möchte Sogar innerlich Für Interaktionen Mit Mitspielern Global einstellen kann Das hilft unheimlich dabei Nicht zu vergessen Dass jeder Mitspieler dazu da ist Den Spieler Also dich Zu reflektieren Also zu spiegeln Das ist ein Monitor Zeigt er mit ausgestreckten Armen Und um uns herum Wir laufen hier zwar Alle nebeneinander her Aber glaub mir Dass ich etwas völlig anderes Um uns herum wahrnehme Als du Das liegt auch an der Tatsache Dass Wahrnehmung selektiv arbeitet Bedeutet Jeder Spieler Baut sich seine eigene Welt Und es gibt welche von uns Die sind echt gut darin Und wenn sie ihre Wahrnehmungen Freischalten Kann jeder durch ihre Augen sehen Du kannst hier Ganze Filtersätze downloaden Und die Welt durch die Augen Von so gut wie jedem sehen Manche wollen halt Einfach noch nicht mitspielen Und ihren Kopf Einfach nicht gebrauchen wollen Teufelszeug nennen die das dann Und uns ausgeburten der Hölle Weil sie Angst haben Wenn wir sowas hier machen Er hebt den Arm Ein wenig an Und ein faustgroßer Stein Stein schwebt vom Boden Langsam wie eine Feder Hoch in seine Hand Er schaut mich vielsagend an Holt aus Und wirft den Stein hoch Der verschwindet im Himmel Und kommt nicht mehr zurück Es gibt immer noch so Dinosaurier Aber die sterben aus Ihr Hass erstickt sie Ich sehe die Bilder In Nathans Vorstellung Von den am eigenen Hass erstickenden Dinosauriern Einer von ihnen sieht aus Wie Frau Merkel Sie sieht nicht gesund aus Denkt Nathans Verstand Aber ich sehe die Schwester Mit der ich eins bin Und die auch nur noch da ist Damit andere sich In ihr spiegeln können Und empfinden Mitgefühl Bleib tapfer Wackeres Mädchen Schicke ich ihr irgendwie zu Nathan und ich sehen Wie sie ihr Gesicht verzieht Und einen Hustenanfall bekommt Liebe tötet sie Erkennt Nathans Verstand Kann man sowas Wie Herzbotschaften verschicken Fragt Nathans Verstand gleich nach Und durch Nathan Wird die Frage ausgesprochen Ich sehe diese Dinge passieren Wie Prozesse Wie etwas durch irgendwen geschieht Göttlich gelenkt Und wie alles was geschieht Wie Zahnrädchen ineinander läuft Und so geht es flüssig weiter mit Ja Sagt Mojo Das ist wie eine E-Mail zu schicken Du denkst an den Adressaten Und sendest einen Gedanken Oder ein Gefühl Oder beides Oder Gerüche Oder Geschmäcker Sowas nennt sich seit jeher Telepathie Eigentlich haben wir sie Immer schon benutzt Aber wir haben es nie mitbekommen Aber absolut harmlose und liebenswerte Freaks Aber durch diese Freaks Wurde das Teamplay auf der Erde verbreitet Wenn du eben weißt Dass es keine Gegenspieler gibt Kannst du auch keinen als solchen behandeln Also wirst du als eine angenehme Gesellschaft wahrgenommen Da hatten dann selbst die Hardliner der Gegenbewegung einfach keine Gegenargumente mehr Hat sich das einfach so verbreitet? Fragt Nathan In seiner Vorstellung vernetzt sich etwas auf energetischer Ebene Und bricht plötzlich aber in perfektem Timing aus Das Interesse war anscheinend bereits überall vorhanden Es gab damals einen Underground-Radiosender im Internet Okitalk.com Da sprachen auf einmal alle über die Gleichheit von virtuellen und realen Welten Und die Leute, die die Sendungen hörten, waren wie verzaubert Ich gehörte damals auch dazu Ein Freund erzählte mir von Okitalk Und dass ich unbedingt mal da reinhören sollte Und als mir dann zwei Tage später gleich noch zweimal gesagt wurde Beziehungsweise einmal davon via WhatsApp Gleich mit Link drückte ich drauf Und eine Stunde später war meine Welt nicht mehr die gleiche Ich chillte damals mit meinen Jungs im Park Und nach zehn Minuten hörten alle wie gefesselt zu Da waren Leute, die von einer neuen Konsolengeneration sprachen Die sie offensichtlich schon nutzten Gut genug, um darüber mehrmals in der Woche Sendungen zu bringen Übrigens auch noch andere Die dann unter den neuen Sichtweisen extrem interessant und hilfreich waren Sie sprachen von freien Energien Überhaupt von Energien Und von dem, was um uns herum passiert Und warum und wieso und überhaupt Das sprachen auf einmal alle miteinander Irgendwie gab es da nur Ergänzungen Aber keine Widersprüche mehr Jeder konnte und sollte sagen, was er denkt Und eine Weile leiteten viele ihre Kommentare mit Was mir dazu noch durch den Kopf geht, ist ein Das half sehr dabei, Zugang zu allen Sichtweisen zu bekommen Und es war irgendwie völlig egal, wer was sagte Keiner beschwerte sich mehr über Mangel an Rederecht Weil jeder eingeladen war, wenn er mehr zu sagen hatte, als er in einer Sendung konnte Doch einfach einen eigenen Sender aufzumachen, was man bei Okitalk auch eben konnte Und bei YouTube, Facebook und unzähligen anderen Netzwerken Das führte dazu, dass die Menschen begannen, ihren Geist einmal frei laufen zu lassen Alle Gedanken, die kamen, zuzulassen und sie offen auszusprechen YouNow erlebte damals genauso seine Hochzeit Auf einmal machte jeder, der was auf sich zählte, eine Webcam an und teilte seine Gedanken mit der Welt Über Okitalk wurde dann auch Terrania bekannt Ein Netzwerk freier Menschen Die uns daran erinnerten, dass egal in welchem Land wir gerade sind Wir doch wohl definitiv auf der Erde sind Unsere Erde Terra Nia Das bedeutet das Wir fingen an, darüber zu reden Wer denn überhaupt definiert, was für ein Landsmann jemand ist Und dass Länder eigentlich auch nur Hirngespinze sind Die nur in unseren Köpfen existieren Die auch nur in den Köpfen existieren, in denen sie wahrgenommen werden Das waren nicht unsere Grenzen Und je mehr wir online spielten, desto mehr erkannten wir das Und hoben uns über sie hinweg Sogar physisch Terrania stellte jedem, der Bürger der Erde sein wollte, einen entsprechenden Ausweis aus Als die ersten berichteten, dass sie mit diesen Ausweisen Flugzeugtickets bestellt bekommen haben Und dann zwei, dass sie damit in Russland und China Einlass und auch wieder Auslass bekommen haben Boomte das Ding Auf einmal hatte jeder das Gefühl, etwas machen zu können Die Stagnation, in der wir so lange gesessen hatten, löste sich Und zwar, weil wir selbst in Aktion traten Man hatte uns beigebracht, ständig auf andere zu warten Statt selbst die zu sein, auf die wir warteten Jeder machte mit Jeder verbreitete die neuen Inspirationen, wo und wie er nur konnte Immer darauf bedacht, nicht aufdringlich zu sein Keiner brauchte Missionär zu werden Es reichte, mit denen zu sprechen, die es interessierte Und wenn man das draußen tat, standen immer bald ein paar Leute um einen herum Die mit großen Augen und Ohren zuhörten Und wir fingen an, Liebe zu verbreiten In den Fußgängerzonen und egal, wo wir waren Mit denen, denen auch danach war, demonstrativ herumzuknutschen und zu kuscheln Und so menschliche Denkmale für Liebe, Ruhe und Frieden zu sein Anmerkung gerade beim Vorlesen All diese Dinge sind gerade schon real Wir sind schon auf mehreren solcher Treffen gewesen Und inzwischen wissen wir auch, welcher Flashmob ausuferte Wie es jetzt hier weitergeht Das wurde zu einem regelrechten Phänomen Es begann als Flashmob, der dann irgendwie ausuferte und nie aufgehört hat Hier Anmerkung Geht ins Internet und guckt nach dem World's biggest eye contact experiment Wir begannen uns die Zeit Es wurde eine Beschäftigung Wir begannen uns die Zeit zu nehmen Uns minutenlang im Arm zu halten Um uns zu begrüßen Es wurde unglaublich viel geküsst und gekuschelt damals Weil es einfach so schön war und nichts kostete Aber es pumpte uns regelmäßig selbst mit Energie auf Und es war nicht zu übersehen, wie diese Energien sich aufs Umfeld übertrugen Und keiner hatte Grund zur Eifersucht Da alles freie inneren Impulsen folgte Und das ganz bewusst Erkannte jeder schnell durch die ab dazu auf auftretenden Synchronicitäten Dass unser Interesse uns immer zeigte, mit wem es geht Man erkennt es in einem bestimmten Blick in den Augen des Anderen Alle Sensoren knallen durch Jeder kennt das Wenn man irgendwem über den Weg läuft, der einem allein durch seine Erscheinung den Atem raubt Wie hinderlich ist das dann, wenn man dem nicht nachgehen kann, weil man es aus unterschiedlichsten Gründen nicht darf Weil die Ehefrau dann da gar nicht so begeistert von ist Oder man das ja schließlich jetzt nicht hier vor allen Leuten und so Als uns das klar wurde, wie sehr wir uns mit dieser Sehnsucht nach Zweisamkeit im Sinn irgendwelcher Hollywood-Romanzen dabei im Weg stehen Im Hier und Jetzt genau solche Zweisamkeit jeden Tag erleben zu können Und wir eh schon darauf gekommen waren, dass unsere Erwartungshaltungen uns nicht unbedingt dienlich sind Gaben wir uns alle ebenseitig frei Es dauerte nicht lange, bis wir uns auch sexuell befreiten Wir begannen uns ebenseitig und vor allem denen, die wir am meisten lieben, alles zu erlauben Was diese Menschen gerade brauchen, um glücklich zu sein Und so fühlte sich auf einmal keiner mehr allein, weil ja immer irgendwer da war An unseren Gefühlen zueinander hat das nicht das Geringste geändert Wir haben nur begonnen, unsere Möglichkeiten zu nutzen Und mit dem Küssen fing alles an Küssen ist genauso ansteckend wie Gähnen Und wenn man sich erlaubt, es zu tun, wo immer es sich gerade anbietet Und das haben wir uns damals einfach erlaubt, weil es uns schlecht irgendwer verbieten konnte Dann hat das eine entsprechende Gesamtwirkung Aber das Geilste war wirklich, dass jeder das Gefühl hatte, dass sich gerade etwas tut Weil wir selbst es taten Es war unsere Geschichte Und wir schrieben sie Mit allem, was wir dachten, sagten oder taten Und es änderte sich etwas Und zwar nachhaltig Ich war auch dabei Und es war eine geile Zeit Seine Augen leuchten richtig Ich weiß noch, wie ich in meiner Stadt nachts mit dem Hund unterwegs war Und auf jede Wand und Laterne okitalk.com geschrieben habe Und ich war einer von vielen 19 damals Und in der Truther-Bewegung Hatte mal einen Blog wegen 9-11 und so Aber irgendwann hat mich diese ganze miese Stimmung unter den Gleichgesinnten einfach nur noch runtergezogen Im September 2015 stieß ich dazu Und ein paar Wochen später hatte mein Leben einen Sinn Ich wusste auf einmal, was ich zu tun hatte Ich habe die Message mitverbreitet Freunden den Link zu okitalk.com geschickt und sie eingeladen Da doch mal reinzuhören Und da genau das damals viele von uns taten Hörten immer mehr mal rein Und die wenigsten gingen wieder Und viele fingen an selbst zu reden Videos oder Radiosendungen zu machen Und das zu sagen, was sie dachten Das Ergebnis, das herauskam, war Dass das damalige Fernsehen uns wohl doch nicht zeigte, was wir sehen wollten Weil wir hier auf einmal hörten, was wir immer schon hören wollten Immer mehr von uns fingen an, laut zu denken und ihre Kopfkonsole zu benutzen Wir sprachen mit allen um uns herum, die es interessierte Und es interessierte immer mehr von uns Eine ganze Generation von Menschen Vor ihren Bildschirmen auf den Startschuss wartend Erhob sich und fing an zu reden Manche schüchtern, manche schwer erregt Aber sie sprachen Dadurch entstand auch irgendwann das große Murmeln Es war fast gruselig Es war in Summen wie von einem Bienenschwarm Und es zog sich über den ganzen Planeten Es war überall da zu hören, wo Menschen waren Menschen, die auf einmal miteinander sprachen Und gemeinsam allem lauschten, was gesprochen wurde Manchmal wurde einfach zwei- oder dreistimmig gesprochen Aber jedem wurde klar, dass die für ihn wichtigen Worte die sind, die sie hören Egal, ob sie aus ihrem Mund kamen oder einem anderen Die Rechthaberei verschwand und es gab keine Diskussionen mehr Und immer weniger Streit Das große Murmeln dauerte drei Tage und drei Nächte Und war die Spitze eines Eisberges Das Ergebnis dessen, was ein paar Leute Jahre vorher schon begonnen hatten Offen und via Webcam vor der ganzen Welt zu sagen Was sie wirklich bewegt Was sie wirklich denken Und dann sprach auf einmal jeder Wie in Trance Unsere Ohren gingen auf Wir fingen an zu hören Drei Tage und drei Nächte Und das große Murmeln brachte allen Lärm auf der Erde zum Verstummen Die Maschinen verstummten Die Lauten und die Stressigen verstummten Der Verkehr verstummte Die Waffen verstummten Und die Fernseher verstummten Und die Radios Und die Politiker verstummten Und bei sehr vielen eben auch der Geist Und danach war alles anders Es war zwar in der Materie nichts kaputt gegangen oder so Rein materiell lag alles noch so da wie vorher Aber es hatte sich etwas geändert Wir hatten eine neue Kommunikationsbasis Eine sehr simple und effektive Wir konnten miteinander reden Und erst da fiel uns überhaupt erst der Unterschied auf Allein das hatte die Welt schon um ein beachtliches Stück geändert Danach war nichts mehr wie es davor gewesen war Wir konnten uns jetzt allen Problemen Und deren Lösungen Jetzt auf eine völlig andere Weise widmen Es brauchte ein Weilchen bis wir daran gewöhnt waren Dabei halfen uns aber wieder unsere Radiosendungen Hier konnten wir die neue Form der Kommunikation trainieren Auch unser Sprachverhalten änderte sich nach und nach Die Worte blieben fast die gleichen Aber wir fingen an mit der Sprache im Ganzen Komplett anders umzugehen Verstehst du? Irgendwie war das Erste Was das Erste Was ganz spürbar passierte Einher wurde ein Mann Kurz sehr interessant für uns alle Weil er ein Experiment In Gang gesetzt hatte Indem es um Wertschätzung ging Bodo Delez Mit Autor des Buches Mary Hatte bis dahin zigtausende Menschen weltweit versammelt Die sich jeden Sonntagabend um 19.50 Uhr Von egal wo sie waren In einem Raum in der geistigen Matrix trafen Um ihrem Wertschätzungsvermögen Ein wenig Aufmerksamkeit zu schenken Im Leben dieser Menschen War allerdings offensichtlich Auch immer mehr Wertzuschätzendes zu finden Das war Online Gaming Und die Leute hatten das monatelang genutzt Ohne es zu nennen Bodo Delez An denen habe ich eben noch gedacht Ja Mann, ich weiß Ich mache da auch mit Nicht jede Woche Aber mein Handy ist auf jeden Sonntag Auf 19.40 Uhr Dauer eingestellt Das ist ja Wahnsinn Spielt Nathans Verstand verrückt Doch Nathan geht gelassen weiter Interessiert nicht Ist gerade nicht relevant Hör der Geschichte weiter zu Nathans Verstand spricht in zwei verschiedenen Tonlagen miteinander Die ruhige bekommt die hektische gedrosselt Und Mojo kann ungestört fortfahren Als diese beiden Menschengruppen aufeinandertrafen Die Wertschätzler und die Onmindgamer Und die Wertschätzler anfingen auf Okitok Ihre Gedanken zu teilen Und laut genug werden zu lassen Um sie jedem, den sie interessierten Zugänglich zu machen Und zigtausende Menschen in den nächsten Tagen Von wertzuschätzenden Dingen hörten Die sie alle umgaben Für die sie bis jetzt lediglich Die passenden Sichtweisen fehlten Ihnen Um ihnen tatsächlich etwas abgewinnen zu können Diese aber jetzt wie ein Upgrade downloadeten Geschah etwas Unbeschreibliches Auf einmal begegneten Die nun noch Ausgelassene und fröhliche Menschen auf der Straße Es war wie Karneval Nur ohne Alkohol Die Leute waren trunken Ja, aber nicht betrunken Eher wie auf LSD, wenn du mich fragst So habe ich mich zumindest gefühlt Über Wochen und Monate Und es hörte nicht auf Mitte 2016 gab es ein Okitok-Festival In der Nähe von Wien Im Herzen Österreichs Ganze Menschengruppen strömten aus aller Welt dorthin Es gab kein Line-Up Keine weitere Planung Keinen heimlichen Verantwortlichen Kein Eintritt Jeder brachte mit, was er brauchte Und nahm seinen Müll auch wieder selbst mit Sowas hat es noch nie gegeben Es erinnerte an Rainbow-Treffen Nur, dass hier nicht nur die Rainbow-Familie versammelt war Sondern hier war alles Die unterschiedlichsten Menschen Aus allen gesellschaftlichen Schichten Alle auf Augenhöhe Anarchie Das Gegenteil von Hierarchie Wir fanden heraus Dass Anarchie nicht das Geringste mit Chaos zu tun hat Bis auf, dass sich hier alles frei entwickeln darf Wir haben uns schon einen Haufen Mist erzählen lassen Damals, sagt er und grinst mich frech an Schon verstanden, denkt Natans Verstand Und ich finde, er soll es sagen In diesem Fall wird der Vortrag nicht unterbrochen Sondern es gab durch die Stichelei Eine Einladung zur Interaktion Wären wir hier auf einer Bühne Wäre das jetzt Natans Stichwort Und durch mein Gefühl Bekommt Nathan den Impuls Etwas zu sagen Und sagt das Frischeste, was er im Kopf hat Schon verstanden Und gleich weiter Wir haben uns ja auch einen Haufen Mist erzählen lassen Mojo nicht anerkennend Schau, dass du bloß dahin kommst Wenn du wieder in deiner Zeit landen solltest Das Okitok Festival war der reinste Flash Das Konzept war geil Da keine Bands gebucht waren Aber in Aussicht stand Etliche von denen, die man aus dem Internet kannte Selbst treffen zu können Und wir unsere Stars waren Wollte trotzdem jeder hin Und die Spielregeln waren einfach Maximal zwei Wochen Danach sieht man keine Spur mehr von uns Das war quasi statt Eintritt zu bezahlen Am ersten Tag rollten ein paar hundert Autos Wohnwagen, LKW, Traktoren mit Heu Und allerhand Zeugs an Am dritten Tag waren es ein paar tausend Und überall entstanden kleine Hütten Häuschen, Zelte und Juchten wurden aufgebaut Aber nicht wahllos Sondern so, dass jeder Platz um sich herum hatte Und Wege wie Straßen Zwischen den Bauten entlang führten Abend saßen alle um ein riesengroßes Feuer herum Und das musst du dir mal vorstellen Tausende Menschen in einem Kreis In dessen Mitte ein gigantisches Feuer brennt Du hörst Trommeln, Gitarren, Dudelsäcke und Tijeridus Viele singen, viele tanzen im Inneren des Kreises herum Und plötzlich bleibt der Ton stehen Und alle fangen an mitzusummen Keiner hat den Einsatz gegeben Nur hörten alle auf den gleichen Schlag auf zu trommeln Und du hörst nur noch den Gesang Der auf einem Ton stehen bleibt Und der dann immer stärker wird Und alle fangen an mitzusingen Du auch Und dann steigert sich der Singsang in einen Schrei Aber keinen aggressiven, hektischen Schrei Sondern eher der eines ausgewachsenen Bären Nur halt nicht so bärig Weißt du, so halt so Und dann setzen mit einem Schlag die Trommeln wieder ein Und alle lachen und jauchzen und springen auf Und jetzt tanzen alle Und überall liegen sich Menschen in den Armen Und küssen sich Zwei Tage später kommt ein dicker Laster Von einer Bühnenbaufirma Ob er für ein paar Tage seine Bühne hier abstellen kann Fragt der Chef augenzwinkernd Und dass wir sie so lange auch gern benutzen können Und er und sein Team blieben gleich hier Und stünden hilfreich zur Verfügung Dann war es aus Ich mach's kurz Alle nutzten ihre Handys und Webcams Und luden befreundete Bands ein, hier zu spielen Die ersten drei Konzerte gab's gleich am ersten Abend Die Bands waren scheiße Aber die Stimmung war geil Und dann schlug es um sich Zu Beginn der zweiten Woche stand auf einmal Nina Hagen auf dieser Bühne Und als die Videos von diesem Konzert Noch während es stattfand herumgingen Strömten auf einmal nicht Hunderte Sondern Tausende bis Zigtausende dazu Und unter ihnen namhafte Bands Und zwar dann bis zum Ende der Woche Ziemlich viele, die sich dann auf sieben großen Bühnen austobten Jede Band konnte sich registrieren lassen Entschuldigung Und die Menge entschied dann per Voting Wer als nächstes spielte Das war jeweils der Akt, der zur jeweiligen Zeit auf Platz 1 gewotet wurde Es gab auch viele Vorträge auf kleineren aufgebauten Bühnen und Zelten Da wurde auch einfach gewotet, als der Platz eng wurde Basisdemokratie im Anarchiolager Das am Ende der zweiten Woche fast anderthalb Millionen Menschen angezogen hatte Wenn es nicht zwei waren Es gibt da nur Schätzungen Aber es waren so verdammt viele, die bewiesen haben Dass so viele Menschen in der Lage sind Auf sich selbst aufzupassen Und im Miteinander einen Haufen Spaß zu haben Es war eine gigantische Demonstration von Frieden Nicht für oder gegen irgendetwas Sondern wir demonstrierten Wie man auf Augenhöhe miteinander leben kann Die Plattform, über die das alles geschah War Konsensieren.eu Weil sie einfach alles bietet, was man braucht Um im Konsens Lösungen zu finden Was bedeutet, die Interessen aller sind mit einbezogen Dabei haben aber auch wirklich alle gleichermaßen Recht und Möglichkeit Zu sagen, was sie denken Und wirklich jeder kann sich konstruktiv beteiligen Weil alle Vorschläge die Möglichkeit bekommen Aufmerksamkeit zu finden Ein Voting eben Nach dem SK-Prinzip Dem systemischen Konsensieren Heute hat jeder ein SK-Konto Oder fast jeder Es gibt auch genug Leute, die es ganz ohne schaffen Und viele nutzen ihres gar nicht oder selten Aber wenn es etwas zu klären gibt Dann hilft heute rein potenziell die ganze Welt dabei Ist nichts anderes als damals bei Facebook Da hat, wie heute auch Jeder einfach seinen Senf zu allem dazugegeben Und konnte seine Gedanken teilen Und bekam Feedback Siehst du uns heute da sitzen Machen wir kaum was anderes Nur eben auf eine andere Weise Nämlich konstruktiv und konsensisch Durch das Okitalk Festival Und den darauf überall ausbrechenden Massenzusammenkünften dieser Art weltweit Hatte auf einmal jeder Der sich gern an Lösungen beteiligen wollte Und Hilfe bei seinem brauchte Ein Konto bei konsensieren.eu Immer mehr wurde deutlich Wie viele schnelle und individuelle Lösungsansätze Von dort aus gingen Es dauerte nicht lange Bis wir über diese Seite die Politik ausgehebelt hatten Sie machte auf einmal für niemanden mehr Sinn Selbst ehemalige Politiker Standen sprachlos vor der Logik Dieses Phänomens Nach der das da alles vor unseren Augen Und durch uns passierte Wir hatten uns erhoben Und begonnen unsere Angelegenheiten Einfach untereinander zu lösen Wir hatten es satt Ständig auf andere zu warten Die einfach immer nur weiter redeten Während nichts geschah Als an die ersten Politiker Selbst ihre SK-Konten einrichteten Verschwand die Politik einfach Es war kein Putsch nötig Keine Unruhen Keine Momentchen Keine überschwänglichen Reden Keine Beerdigungsfeier Sie verschwand einfach Weil keiner ihr mehr Aufmerksamkeit schenkte Sang und klang los Wie ein Gänseblümchen im Urwald Das stirbt und verwest Und nicht mehr da ist Und keiner hat es mitbekommen Etwas anderes hatte unser Interesse geweckt Terrania Unsere Erde lag uns zu Füßen Und von da aus Haben wir den Frieden Nachhaltig in die Welt getragen Milliarden wohnten dem Spektakel Damals online bei Und es war wie das erste große Online-Treffen So viele bewusste Online-Kontakte In einem Raum der Matrix Millionen von uns Und in Städten und anderen Orten Überall auf der Welt Sammelten sich gigantische Menschenmengen Und erweiterten das Festival um die ganze Erde Ab da hatte es dann viele Namen Und wurde zur Institution Wir sammeln uns bis heute Immer wieder und gehen frei auseinander Wir sind immer und überall connected Niemand ist allein Und wie ein Schwarm Vögel Laufen wir uns wie in einem Tanz über den Weg So wie wir beide heute Jede Zelle des Organismus Folgt dem eigenen Interesse Und es ist eine fließende Bewegung geworden Die uns verbindet Mal sind wir weiter voneinander weg Mal ganz dicht beieinander Aber nichts davon für immer Und alles völlig frei Es besteht kein Grund zur Eifersucht Weil jeder für sich selbst sorgen kann Keiner ist damit beschäftigt Sich hintergangen oder betrogen zu fühlen Weil alle verstanden haben Warum uns das nicht dienlich ist Und wir damit gegen uns selbst arbeiten Dass sich das änderte War eine logische Konsequenz daraus Dass wir anfingen zu sagen Was wir wirklich dachten Und das dann alle Wie in einem Spiel auf einer Konsole Zusammen trainieren konnten Mit dem felsenfesten Vertrauen darin Dem Wissen Dass nichts Schlimmes passieren kann Das hat mich damals völlig umgehauen Alter, ich sag's dir Geh da bloß hin Es gibt viele, die sich im Nachhinein In den allerwertesten gebissen haben Weil es nie ein zweites Okitok Festival gab Weil es nie ein zweites brauchte Am letzten Tag zeigten all diese Menschen Dass sie diesen Platz Nachdem sie ihn so zahlreich genutzt hatten Absolut koordiniert und sauber Wieder verlassen können Es gab zwar etliche Spuren Aber keinen Müll Und die Spuren waren ein paar Monate später Verwittert Die Menschen gingen nicht einfach so wieder weg Sondern sie nahmen etwas mit Nämlich den offenen und herzlichen Geist Den das Festival ausgemacht hatte Sie hatten viele neue Connections Inspirationen und Erlebnisse gesammelt Und mit anderen geteilt Und keine Lust darauf Ein Jahr zu warten Bis es mal wieder so weit ist Egal wohin sie zurückgingen Und viele gingen nicht zurück Woher sie gekommen waren Nahmen sie Freude Diese Lebenslust Diese Verbundenheit Und diese bedingungslose Liebe mit Sie verteilten sie Wohin sie nur kamen Eine Armee von wertschätzenden On-Mind-Gamern Im letzten Aufmarsch Für den Frieden In dem sie ihnen lebten Und nur deshalb Konnte er sich wirklich durchsetzen Der Weltfrieden? Ja, so könnte man sagen Magst du mir noch ein paar Einsteigertipps zum On-Mind-Gaming geben? Klar, dafür bin ich doch hier Pass auf Damit du etwas zum Anfangen hast Deine Vorstellung Also die Fähigkeit Etwas mit deinem geistigen Auge zu sehen Gibt dir die Möglichkeit Mit Head-Up Displays zu arbeiten Dazu musst du sie dir einfach nur vorstellen Stell dir zum einen Auf einem bestimmten Display Eine Slot-Leiste Am linken Rand Von oben nach unten vor In diese Slots Kannst du Spiele Von denen du weißt Und die dich interessieren Einschieben Nur halt nicht Wie auf den herkömmlichen Konsolen Jeweils ein Spiel Zu einer Zeit Sondern so viele du willst Gleichzeitig Dabei werden alle Welten Aus allen Spielen Zu einer Du kannst Spiele auch deaktivieren Ganz wie du magst Stell dir einfach vor Wie du es tust Ein Gedanke reicht meistens Du kannst dir aber auch Zu jedem Spiel Einen Ausschieber vorstellen Und es händisch machen Dauert halt kurz länger Wenn du es etwas geübter spielst Dann machst du das wie im Schlaf Dann stell dir unten Waagrecht Die Spielerleiste vor Sie enthält Alle Charaktere Die dir je begegnet sind Denen du eine Handlungsweise Abschauen konntest In manchen Spielen Musst du bestimmte Figuren benutzen Welche das sind Liegt aber ganz an deinem Setup Ganz links stehen die Charaktere Die du am häufigsten benutzt Und ganz rechts die anderen Kommst du in eine bestimmte Situation In der eine bestimmte Handlung Erforderlich ist Um ein Problem zu lösen Solltest du einen Charakter haben Der es lösen kann Den aktivierst du einfach Indem du ihn anklickst Und schon spielst du ihn Du kannst auch Charaktere Gleichzeitig spielen Das ist dann so wie Mega Man Der hat einfach die Fähigkeiten Und die Erfahrungen Von allen gruppierten Charakteren Du hast jetzt einen Das ist Nathan Du kannst mit ihm machen Was du willst Umdesignen Umbenennen Auf höheren Level Auch zu einer Frau werden lassen Vor allem kannst du aber Andere Charaktere aufbauen Wisse aber Dass alle deine Frequenz Also all deine Mitspieler Deine Frequenz Und quasi dein Profilbild sehen Und nicht den Den du gerade spielst Für die siehst du aus Wie immer Du hast eben nur Einen Avatar Einen Quasi deinen Körper Und durch den spielst du Alle deine Charaktere Also Egos Deswegen werden aber auch Alle von ihnen Durch ihn Wahrnehmbar Also alle Egos Durch den Avatar Je nachdem wie viel Du mit deinen Charakteren Spielst Passt der Körper Sich sogar an Etwas geübter Kannst du sogar Nach Belieben Sogar das Nach Belieben ändern Kannst du auch Im Multiplayer Modus Mit anderen Avataren Connecten Austauschen Und alle möglichen Anderen Sachen machen Wie der neue Sex Den ich dir gerade Nicht erklären kann Weil du die noch Weil du nicht verstehen kannst Dauert aber nicht lang Dann hast du das alles Selbst drauf Schau mal Wir sind in der Stadt angekommen Fassungslos staunend Steht Nathan da Ich sehe wie sein Mund offen Und er mit weit Aufgerissenen Augen Dasteht Ich fühle Liebe Nicht zu fassen Schaltet sich Natans Verstand ein Seit einer Stunde Laufe ich auf diese Stadt zu Und ich habe sie Nicht gesehen Das gibt's doch gar nicht Wie geil ist das denn Ich mag's wenn Städte So gebaut sind Dass sie das Landschaftsbild Nicht versauen Bedient er sich Irgendeiner Erinnerung Irgendeinem Zitat Von irgendwo Kam mal im Fernsehen Klang sympathisch Das hier versaut Das Landschaftsbild Nicht nur Sondern diese Stadt Ist unsichtbar Von außen Wie haben die das gemacht Ein schwarzes Loch Erscheint auf Natans Vorstellungswand Dazu kennen wir nichts Das verstehen wir nicht Kolum Und dann ist da noch Etwas nie dagewesenes Natans Verstand Wartet auf eine Anweisung Einen Befehl Und mir wird klar Dass ich hier der Spieler bin Ich fühle mich Als säße ich Auf einem Sofa In dem Mit dem Controller Der Xbox in der Hand Und stelle völlig Verdattert fest Dass da alles Auf dem Bildschirm Vor mir Ja nur deswegen So passiert Weil ich im Rahmen Bestimmter Programmierungen In möglichst perfektem Timing Den richtigen Knopf drücke Ich erkenne mich Natans Verstand Hat gar keine zwei Stimmen Sondern die eine Die ruhigere Stimme Ist meine Das Bin ich Und ich sehe Dass auch das Immer schon so war Diese Stimme In meinem Kopf Die mich manchmal fragte Wie lange ich mir Bestimmte Dinge Denn noch antun will Oder nicht Diese Stimme Die ich so lange Verdrängt habe Weil sie mich ständig In Verlegenheit brachte Wenn sie sprach Und so empfinde ich mich Gerade als etwas Über Nathan Der eins Mit allem geworden ist So wie ich Es eh immer schon war Und hier nur Etwas erlebe Ich sehe ihn Nathan Leicht schräg links Vor mir Wie er da mit Offenem Mund steht Und staunt Und leicht rechts Vor mir Sehe ich seinen Verstand Jetzt Klar und deutlich Das sind wir Da wo alles Eins ist Der Vater Ich Der Sohn Nathan Und der Heilige Geist Natans Verstand So finde ich mich Quasi in meiner Position Auf dem Sofa wieder Und die Frage Ob das alles wahr ist Schmeißt Mr. Holy Ghost Auch nur noch Auf dem Bildschirm Und sie danach Unten rechts In den Mülleimer zu ziehen Ich freue mich zu sehen Wie schnell er lernt Und eine Welle von Liebe Durchströmt mich Ich greife mit meinen Armen Nach vorn Und ziehe die beiden an mich Es fühlt sich wie ein Wiedersehen Nach langer, langer Zeit An Ganz fest drücke ich sie an mich In mich Ich umhülle sie mit mir Und bin eins mit ihnen Eine Ewigkeit hält Dieses Gefühl In der Umarmung Hier fühlt sich alles An wie zu Hause Dieser Frieden war es Nachdem ich mich So gesehnt habe Der Frieden mit mir selbst Ich schäume über vor Liebe Und plötzlich Überkommt mich ein Gefühl Und von unendlicher Dankbarkeit Wie ich sie nie empfunden habe Und dann zergehe ich Ich löse mich regelrecht auf Und ich werde zu reiner Energie Und merke Das ist auch das Immer schon so wahr Dass ich es nur Gerade erst wieder wahrnehme Ich bin Energie Immer schon gewesen Nix Neues Aber das Erlebnis Erinnert mich an etwas Nämlich an Das tatsächlich eine Das aus all den Einheiten besteht Wie der Organismus aus den Zellen Das Was ich auch bin Und all die anderen Mitspiele Hervorbringt Und ich nehme mit unendlich Vielen Sinnen Das all eine war Das ich bin Und ich empfinde Durch den gesamten Organismus Hindurch Wie einzelne seiner Zellen Emsig seiner Berufung folgen Alle dem Interesse hinterher Und wie eine meiner Zellen Sehe ich da Nathan stehen Mitten im unendlichen Bewusstsein Ich schaue mir alle anderen Zellen an Jede einzelne Und dann kehre ich zu ihm zurück Damit ich euch Nicht ab hier einfach Aus einer völlig anderen Geschichte Weiter erzähle Ich erwähne das auch Nur um klar zu machen Dass ich das hier Dass ich das von hier aus könnte Und zwar aus jedem Leben Das je gelebt wurde Gerade wird oder werden wird Weil sie hier alle existieren All diese Leben In mir In allem was ist Nichts Kann sich davon ausgeschlossen fühlen Was unsere Geschichte angeht So lasse ich hier Wo ich bin Im gleichen Moment Den Bauch hier diese Zeilen tippen Indem ich all diese Zellen Die sich dafür interessieren Sie lesen lasse Nennen wir diesen Moment Das Jetzt Ich bin der Kreateur Der Erschaffer dieses Universums Das sich in sich selbst Und endlichfach erlebt Und immer wieder neu definiert Und du auch Und Frau Müller um die Ecke Und Pastor Mayer-Grünhausen Und die Blümchen und die Bienchen Und alles andere Alles Existente Und Nicht-Existente Ich existiere und erlebe Und erfahre mich durch euch Die ihr das hier gerade lest Um euch daran zu erinnern Dass ihr alle ich seid Ihr nennt euch doch sogar so Gar nicht mal so dumm Weil nämlich alle ich sind Ich schaue durch alle eure Augen gleichzeitig Ich schaut durch alle unsere Augen gleichzeitig Über alle Räume und Zeiten hinweg Weil außer mir nicht das Geringste existieren kann Weil alles was existiert Ich ist Unendliches Bewusstsein Mit der Fähigkeit Jedem Interesse nachzugehen Und das Leben zu erleben Einfach weil es geil ist Und keiner weiteren Erklärung bedarf Weil es möglich ist Und erlebt werden will Und alles was erlebt werden will Muss erlebt werden wollen Weil es sonst gar nicht erlebt werden kann Deswegen kann Keine meiner Zellen Je etwas anderes erleben Als sie erleben will Weil jede meiner Zellen Ihrem Interesse folgt Das ich nicht beeinflussen kann Weil mein Interesse Aus der Summe Aller Einzelinteressen besteht Würde ich einem von euch Ins Interesse pfuschen Oder es beeinflussen Würde ich das mit mir machen Weil alle von euch Ich sind Ich kam schon drauf zu sprechen Oder Bloß weil ihr streitet Und euch gegen mich stellt Indem ihr euch Von euch selbst abwendet Anderen Zellen Energie raubt Oder ihren Frieden stört Oder sie unruhig macht Muss ich nicht Muss ich als Gesamtorganismus Das nicht auch machen Das wäre Glaube ich Auch sehr unschön So viele seid ihr Nicht auf eurer Erde Das überlebe ich schon Ich muss wirklich Schmunzeln Bei diesen Gedanken Die Zeit scheint gekommen Diese Zellen In eure Matrix Fließen zu lassen Diese Zeilen In eure Matrix Fließen zu lassen Sie werden euch helfen Wir kommen jetzt Zurück zu Nathan Zu Bauchi Zu dir Die oder der Du diese Zeilen liest Oder hörst Zu jedem von euch Komm ich jetzt wieder Schräg hinter euch Und euren Mr. Holy Ghost War nie weg Aber jetzt wieder Mit vollem Bewusstsein Und beobachte den Film weiter Wer beobachtet mit? Ich kehre zu euch allen zurück Erzähl euch aber weiter Die Geschichte von Nathan Eure Geschichten Könnt ihr jetzt hoffentlich Bewusst selbst erleben Circa 2 bis 8 Sekunden Steht er da Ohne ein Wort zu sagen Ich sehe ihn vor mir Und H. Ghost Neben ihm Fragen schaut er mich an Na Mach schon Lass es raus Sage ich Und aktiviere Nathan Aus seiner Starre Wow Ist das geil Wie haben die das gemacht? Fragt Nathan Ich sehe Wie er das nur gemäß Seiner Programmierung Also gewohnter Verhaltensmuster kann Oder anders ausgedrückt Auf seine Art Alles das gleiche Diese Staunen Gefällt mir Deutlich Erneut Erneut Da steht jetzt Zellen Ich habe das Gefühl Das in immer mehr Zellen Mich in ihm Ich in Katholizismus Durch uns erlebt Oder wie wir sagen Durch uns Zockt Wie in einem Computerspiel In dem er sich Immer wieder neu erfahren kann Haben wir was gelernt In diesem Tutorial Fragt er Na Ich weiß nicht Ob du was gelernt hast Aber ich habe die Lehrstunde Meines Lebens hinter mir Ich bin dir wirklich Sehr dankbar Für dein Mitwirken Und möglich machen Dieser Lektion Ich danke auch von Herzen So was mache ich So was mache ich gern So was mache ich Mit Begeisterung Und Was ist mit dem Sex Gebe ich Nathan Den Impuls Ghosties Gedanken Auszusprechen Und sehe In diesem Moment Wie ich Die Geschichte Weiter lenke Ich In diesem Moment Ich spiele An dieser Stelle Sehe ich Wie ich Hier und jetzt Durch Nathan spiele Und überall anders Auch im jeweiligen Hier und jetzt Durch alle anderen Mitspieler Zellen Das Leben In Zeitlupe Und jetzt Habe ich mal Was richtig Nettes Für mich in petto Und gehe nochmal In Nathans Perspektive Um die folgende Situation Aus seinen Augen Wahrzunehmen Dafür gibt es das Dafür ist das da Jedes paar Augen Schaut Durch andere Filter Seine Wahrnehmung an Und Nathans Geschichte Finde ich richtig Spannend Und ich weiß Du auch Sonst würdest du Das hier nicht Mitbekommen Also Lass uns als Eins Noch ein wenig Mit ihm erleben Ich melde mich Dann aus Der Beobachter In dichtem Grün Verliert Wie eine Waldstadt Einfach genial Sie springt auf Und kommt uns Entgegengelaufen Wie in Zeitlupe Sehe ich sie kommen Eine einfach Unbeschreiblich schöne Frau Mit langen Blonden Haaren Und eine Figur Zum Augen Aus dem Kopf Fallen Beim Näher kommen Ihre vollen Lippen Ihre süße Nase Und diese Augen Sie fällt Mojo um den Hals Und gibt ihm einen innigen Kuss Dann streckt sie ihren Rücken Aufrecht in die Höhe Und schaut ihm tief in die Augen Direkt vor den Meinen Ich merke Wie ich eins mit meinem Geist Und meinem Inneren bin Mit meinem Inneren Ich Dann küsst sie ihn wieder Ohne den Blick einbrechen zu lassen Ihre Zunge umspielt seine Lippen Und er schaut zurück Umgreift ihre Hüften Und zieht sie an sich heran Sie räkelt sich an ihm Und auf einmal schaudert es Beide sichtlich heftig Ihre Augen schließen sich Eine Welle von Liebe Durchströmt mich Und mein ganzes Inneres Als Eins Umarmt die beiden Und wird Teil dieser Energie Die sich zwischen den beiden Entwickelt hat Und um sich sprüht Sie sacken ineinander zusammen Und lassen sich auf den Boden fallen Und beginnen zu lachen Ein paar Anwesende lachen mit Und klatschen laut Beifall Die letzten Problemchen Das was da vor meiner Nase So abläuft Tatsächlich als einen interaktiven Film wahrzunehmen Lösen sich in Luft auf Das hat ja schon Comedy Charakter Mojo löst sich aus der Umarmung Und grinst mich an Ich grinse zurück In Ermangelung einer sinnvollen Alternative Aber mir ist wirklich auch Nach Grinsen zumute Sex Sagt er Synergetic Energy Exchange Er basiert auf einer Verbindung Die in beide Richtungen Völlig geöffnet ist Wenn keiner von dem anderen Etwas will oder braucht Sondern so wie bei Tamara Und mir hier Beide oder alle etwas zu schenken Und zu teilen haben Dann synergieren diese Energien Durch den Austausch Werden immer stärker und stärker Und greifen um sich In dieser Energie Ist alles viel produktiver Ausgeglichener und gemütlicher Das ist die Grundlage Auf der Erde heute Und es bedarf nichts weiter Als dem Erleben solch schöner Dinge Wie dem hier gerade Das ist die Energie der Anarchie Der Augenhöhe Verstehst du? Ja Ich denke schon Schätze ich werde es noch erleben Grinsig Und füge verlegen hinzu Hallo Tamara Nenn mich Nathan Ich bin ein Nachzügler Und danke für dein Mitwirken An dieser Sehr veranschaulichen Demonstration Meines Tutors Mojo Ich habe irgendwie heute Erst meine Kopfkonsole angeknipst Und er hilft mir Mich einzugewöhnen Aber mir fehlen Die letzten 5 Jahre Das eben Euer Kuss Das war wie Das war eine Freude Das zu erleben Irgendwie war das wie ein Tanz Es hatte so eine Ungeheure Ausstrahlung Hallo Nathan Freut mich Dich in meiner Wahrnehmung Begrüßen zu dürfen Und in einer gewissen Weise Hast du ganz richtig beobachtet Es hat einen tanzähnlichen Charakter Wir üben sowas Das ist die beste Methode Sich Energieboost zu verschaffen Und zwar ebenseitig Für sie scheint die Situation Völlig normal zu sein Ohne jedwedes Urteil Nimmt sie meine Geschichte an Registriert, dass ich gewisse Updates brauche Und liefert sie mir Indem sie einfach weiter plappert Du interessierst dich also für Sex Und hast 5 Jahre in Bezug darauf Nichts mitbekommen Kombiniert sie Und ich fühle mich Wieder 1 zu 1 Wie im Mary Camp Nachdem ich das Buch gelesen hatte Kam ich eine Weile nicht mehr Aus der Wahrnehmung heraus Dass ich im Mary Camp bin Das Buch zwar zu Ende Als das Buch zwar zu Ende gelesen war Ach nee, Moment Das ist dieser Satz der Entschuldigung An dieser Stelle Das ist der Satz der offensichtlich von Wie heißt der kleine Mann noch Aus Star Wars Also das hier ist Yoda-Deutsch Also das Buch zwar zu Ende gelesen war Die Geschichte aber rings um mich herum weiterging Ich musste ihn einfach so stehen lassen Jeder auf den ich traf schien mir etwas mitteilen zu können Oder ich dem anderen Ich sah, wie wir uns alle trafen Um unsere Verabredungen einzuhalten Aber die anderen um mich herum Wussten es nicht so genau Und so fiel diese Wahrnehmungsform langsam wieder von mir ab In diesem Moment ist die voll da Ich nehme mich in einem Mary Camp wahr In dem sich alle darüber voll bewusst sind Dass sie in seinem solchen Camp sind Mögen sie es nennen, wie sie wollen Alle sind hier, weil sie hier sein wollen Tamara erhebt sich jetzt in diesem Moment vor mir Weil sie hier sein wollte Diesen Moment miterleben wollte Weil sie diejenige sein konnte Die ihre Rolle darin spielen kann Sie will es Weil sie die Rolle liebt Frischfleisch aufklären Oh ja, das gefällt ihr Ich sehe es in ihren Augen In ihrem ganzen Wesen Wie sie sich gerade mir nähert Und es aus jeder ihrer Zellen herausplatzt Ja, diese Frau hat Lust Sie duftet nach Begeisterung Und umschlingt meinen Hals locker mit ihren Armen Ich sehe ihr wunderschönes Gesicht direkt vor mir Diese vollen roten Lippen Die strahlend weißen Zähne dahinter Diese wirklich süße Nase Ihre Augenlider gesenkt, aber geöffnet Ihr Mund öffnet sich Mein Atem stockt Und sie hebt ihre Lider Und schaut mir direkt in die Augen Im gleichen Moment drückt sie mir sanft Und sie setzt ihren Oberschenkel in meinen Schritt Und mein Herz macht einen Aussetzer Und die Zeit bleibt stehen Alles um uns herum geht seinen gewohnten Gang Aber die Zeit bleibt stehen In diesem Moment fühle ich, wie relativ sie ist Alles passiert in seinem eigenen Tempo Deswegen, weil jedes Ego Jeder Spieler sein eigenes Zeitempfinden hat Und da ich gerade mich wieder gefunden habe Hopse ich hier nochmal in den lästig bequemen Beobachtermodus Aus der Perspektive von Natans Geschichte Der das alles wie einen Film anschaut Im Hier und Jetzt Jenseits von Raum und Zeit Die Zeit bleibt nämlich gerade genau deswegen stehen Weil ich mich hier innerhalb einer Geschichte Die wir als Natans Geschichte kennen Aus der Ego-Identifikation zu lösen konnte Und inzwischen sehr viele andere Die bis hier mitgelesen oder gehört haben Und durch diese Änderung passiert es Dass die Zeit stehen bleibt Weil sie nur eine Illusion ist Ein Werkzeug Um Erlebnisse chronologisch auflistbar zu machen Um Handlungen erzeugen zu können Da wir uns ja aber gerade immer mehr daran erinnern Wer wir alle wirklich sind Nämlich alle ich Identifizieren und empfinden wir uns auch immer mehr als mich Und deswegen löst sich die Illusion der Zeit gerade auf Schade, wenn das jemand schade findet Ich empfehle die neue Raumzeit zu erkunden Einen Raum voll von unendlichen Möglichkeiten Innerhalb einer Matrix Die alles erlebbar machen kann Was erlebt werden will Wie sie das immer schon getan hat Es ändert sich auch hier nichts Bis auf dass es immer bewusster wahrgenommen wird Stückchen für Stückchen Schritt für Schritt Jeder von uns in seinem Interesse folgend Jedem Interesse wird nachgekommen Das geht nicht anders Weil alles was geschieht Durch uns geschieht Und all das nehme ich auch als Nathan war Nathan und ich sind eins Und gemeinsam erleben wir eine Welle von Liebe Die nun seinen Körper durchströmt Ihr Blick zieht ohne zu ziehen Den Meinen in sich auf Ich will in ihm versinken Ich lasse mich fallen Und in diesem Moment berührt mich ihre Zunge An der Mitte meiner Oberlippe Ich explodiere förmlich Es durchzuckt meinen ganzen Körper Und ich schließe die Augen Ich finde mich mitten im Universum wieder Umgeben von alles umfassendem Bewusstsein Nathan's Körper sackt in sich zusammen Doch ich bin völlig klar Ich sehe mich wie bewusstlos da liegen Von irgendwo weiter oben Hinter mir und sehe mich leuchten Alles leuchtet Alles wird zu Licht Tamaras Körper zuckt genauso Dennoch schafft sie es Galant Beide Körper abzufangen Und weich Und bequem auf dem Boden zu landen Diese Frau hat's drauf Sie weiß genau was sie tut Und das sehen auch die anderen Anwesenden Schon durch den Tanz mit Mojo Waren einige stehen geblieben Und schauten interessiert zu Jetzt klatschen sie Beifall Tamara, deine Tutorials sind die besten Ruft jemand Da wird nicht lang geredet Du zeigst es einem einfach Bevor er überhaupt fragen kann Grandios Die Leute jubeln Tamara und Nathan öffnen im selben Moment Ihre Augen und schauen sich an Danach lachen sie und schütteln sich Und rollen und räkeln sich über den Boden Umschlingen sich in einer Umarmung Und kommen darin zur Ruhe Noch ein paar letzte Seufzer Und dann setzen sie sich auf Ich löse mich aus ihrem Blick Und schaue benommen Aber voll purer Lust am Leben um mich herum Auch die Menschen um uns Nehmen sich in die Arme wie im Spiel Ohne den geringsten Ernst Bedanken sich beieinander und bei uns Und gehen weiter ihrer Wege Ich lasse Nathans Blick auf Mojo wandern Der ihn breit grinsend anschaut Ich denke das hat dir ein paar Fragen beantwortet Von welcher Energie wir eben sprachen Wie willst du das beschreiben Aber wie schon jemand sagte Tamara hat da ihre eigenen Methoden Sie hat mal wieder perfektes Timing Und guten Flow bewiesen Sie ist einfach eine sehr gute Wenn nicht herausragende Liebeskünstlerin Sie ist als solche recht bekannt Und wird sehr respektiert Und hat sehr großes Feingefühl Ich lasse euch beiden mal allein Ich fühle mich gerade anderswo gerufen Und hab ne Verabredung Wir sehen uns im Internet Einfach an mich denken Und wir sind connected Anfangs sind deine Leitungen Vielleicht noch was kratzig Das ist aber nur so lang Bis sie sich neu einstellen Das machen die ganz von allein Also chill weiter auf dem inneren Sofa Und zocke das Leben, Bro Winkend verschwindet er im Wald Also in der Stadt Na um die nächste Ecke halt Wie im Traum verschwindet er aus meinem Szenario Und taucht in ein nächstes Auch das war immer schon so Aber jetzt gerade fällt es mir auf Jetzt wo mein Verstand Nicht mehr ständig auf Selbstverteidigung programmiert ist Nimmt er solche Dinge wahr Ich hab das Gefühl Dass er wie eine andere Person Mit der ich aber bedingungslos verbunden bin Neben mir steht Wie ein Geist Der Heilige Geist Nennen wir ihn Jack Der Film läuft in Echtzeit weiter Endlos Ewig Unaufhörlich Immer schon Auch jetzt gerade Ich habe einen neuen Freund Einen unsichtbaren Aber ab hier Werde ich nie wieder alleine sein Nathan und Jack Sind jetzt ein Team Ganz bewusst Das gefällt mir Weiter durchströmt mich Liebe Und ich schaue zu Tamara Die immer noch neben mir auf dem Boden liegt Und mich anlächelt Ich mag es einfach Menschen zum Staunen zu bringen Sagt sie liebevoll Danke für dein Interesse Deine Frage im Netz Hat mich regelrecht angesprungen Meine Anfrage im Netz Ja Da war eben noch ein schwarzes Loch in dir Ein Black Hole Eine Wissenslücke Durch die du den Kontext Nicht vollständig verstehen konntest Weil du nicht wusstest Um welche Energie es geht Und diese Energie Ist nun mal meine Leidenschaft Also durchforste ich Das Internet nach Anfragen Bei denen ich mich durch das Was ich so gern Und mit Begeisterung mache Für andere Nützlich machen kann So macht man das heute Durch dein Gefühl Hast du Interesse In diese Richtung ausgesendet Und das war im Netz Im Internet Öffentlich einsehbar Und ich sah die Gelegenheit Und habe sie mir geschnappt Ein paar Impulse weiter Sitzen wir hier schon Und ich habe dir das Update gegeben Und wenn du möchtest Verbringe ich gerne noch was Mehr Zeit mit dir Und wir sehen einfach Was passiert Als du sagtest Du hast keine Erinnerungen Seit 5 Jahren Also seit 2015 Hatte ich dafür Sehr wohl welche Deine Aussage Triggerte einen Haufen Pop-Ups Auf meinem Bildschirm Erinnerungen An die Zeit damals Und die sind offensichtlich Dazu da Um sie in deinen Kopf Zu kopieren Das machen wir jetzt Ganz oldschool Indem ich dir die Dinge Indem ich dir Die zu den Bildern Gehörenden Geschichten erzähle Du kannst derweil gucken Wie gut du damit Zurechtkommst Sie durch meine Augen Zu sehen Damit kopieren wir Nicht nur die Informationen Sondern justieren gleichzeitig Deine Empathieeinstellungen Immer möglichst viel gleichzeitig tun Jack beobachten Auf dem Monitor Auf dem immer noch Samiras Gesicht zu sehen ist Liebe durchströmt mich Und alles in mir Wird ein wenig heller Dann empfange ich Von S.Papa Einen Impuls Mein Blick folgt sichtbar Meinem Interesse Und wandert auf Tamaras Gesicht Ich sehe jetzt Beide nebeneinander Ich fühle eine Disharmonie Jack wirft Fetzen von Erinnerungen Auf den Schirm Die mit Streit Und Eifersucht Und sehr unschönen Momenten Und am Ende Ganz dramatisch langsam Die Erinnerung An eine weinende Ex Ich beobachte das alles Und auch Wie sich mein Unwohl dabei Dabei steigert Aber ich fühle mich nicht schlecht Ich weiß Das ist Papa Ich weiß Das Papa passt auf mich auf Und mir kann gar nichts Schlimmes passieren Jack schaut mich Von seinem Platz aus nachdenklich an Man merkt Wie es im Hintergrund In ihm arbeitet Er schaut zu S.Papa hoch Und sagt dann Was er denkt Ich folge meinen Programmierungen Und du Den deinen Bruder Es ist schön Dass du dich freust Dass ich angefangen habe Mich umzuprogrammieren Aber du solltest nicht vergessen Dass du Auch aus nichts anderem Als deinen Programmierungen bestehst Auch wenn du sie eher Angewohnheiten Oder Sichtweisen nennst Alles dasselbe Alles das lässt dich Genauso blindlings wüten Wie ich das bisher Zugegebenermaßen auch getan habe Was hältst du von Teamwork Ich schaue ihn an Sehe ihn das erste Mal richtig Wie er da Mein ganzes Leben Schon rechts neben mir herläuft Meinen unsichtbaren Geistigen Freund Meinen Bruder Einen sehr unverzichtbaren Teil von mir Den ich sehr lange Nicht richtig wahrgenommen habe Jetzt tue ich das Ich nehme ihn so wahr Wie irgendeine andere Person Wie mich selbst Dankbar zwinkere ich ihm zu Liebend gern Aber diesmal ohne die ganzen Ups Kommen wir zurück zu Tamira Zwinkerte er retour Und der Fokus wandert wieder Auf die beiden umwerfenden Frauen Das Papa lässt mich ein wenig weiter nach links schauen Und Tamaras Gesicht verschiebt sich in die Mitte meiner Sicht Meinen äußeren Bildschirm Auf meinem inneren Bildschirm überlagern sie sich Und ich sehe das erste Mal bewusst Und nehme auch zum ersten Mal bewusst diesen Raum wahr Obwohl ich weiß dass ich nie woanders war Ich fühle mich zu Hause und in Sicherheit Wie nie zuvor Wie heißt dieser Ort Hier und jetzt Könnte man ihn nennen Danach fühlt er sich an Aber der bezeichnende Name ist Jenseits von Raum und Zeit Wahrnehmung Sie ist ein Raum Der aus unendlich vielen Räumen und Zeiten aufgebaut ist Und in ihnen unendliche Möglichkeiten an Erlebnissen Und sie ist einer von unendlich vielen solcher Räume Also Wahrnehmungen Und mit ihr kann ich eintauchen in größere Räume und Zeiten Und mit anderen zusammen Erlebnisse teilen Dein Unwohlsein kommt aus deiner Sichtweise Die da lautet Ich kann mich doch nicht in eine Frau verlieben Und dann in die nächste Und mit der dann auch noch rummachen Und die hat mich gerade schon umgehauen Dass ich nicht weiß ob ich untreu war oder nicht Aber ich will Samira nicht wehtun Bla 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 Klar soweit Kannst du das sehen? Ja kann ich Ich kann mich Nathan darin erkennen Das sind meine Sichtweisen So kennt man mich Ein entsprechendes Verhalten würde man von mir erwarten Genau hier kommen wir an den Punkt An dem wir zusammenarbeiten sollten Als ein Team Eine Einheit Weil wir kompatibel sind Und quasi auf ein und dieselbe Weise funktionieren Nur ich auf rationale und du auf emotionale Weise Aber beide von uns sind definiert Durch unsere Denk- und Sichtweisen Befehle zwischen uns laufen nicht von oben nach unten Das Ringen zwischen uns war immer schon unnötig Weil wir ohne einander überhaupt gar nichts wahrnehmen könnten Und das Papa auch nicht Jedenfalls nicht durch einen von uns Oder ohne den anderen Weil wir zwei Teile Einer Einheit sind Einer von Papas Von Es-Papas Unzähligen Zellen Wir funktionieren auf ein und dieselbe Weise Wir beenden gerade eine lange Reise Die man als Ego-Trip bezeichnen könnte Wir haben die Welt sehr lange aus den Sichtweisen heraus betrachtet Die du vertreten hast Da kam klare Logik nicht mehr mit Und ich habe das alles zugelassen Ich habe gedacht Als sei ich behindert Manchmal gab es Kopfschmerzen Weil ich mich am liebsten geweigert hätte Zu denken Was ich gerade Deinem Regiment zufolge Denken sollte Selbst durch das Recht haben müssen Drehte sich mir bei deinem Verständnis von Logik So manches Mal der Magen um Ich mache einen Vorschlag Dass wenn wir ab hier zusammenarbeiten Ich wieder die Logik übernehme Und du die Gefühle Und zusammen Halten wir die im Einklang Was hältst du davon? Klingt nach einem Plan, Bruder Wie kommen wir aus der Tamira-Sache Also auf deine Weise raus? Indem wir an das Denken Auf einem anderen Level Zu einem Ist Samira Tamara So wie du sie bist Und alles andere, was existiert Dinge passieren von alleine Auch diese hier Oder konntest du da gerade Irgendetwas kontrollieren In Bezug auf Tamaras Auftreten In unserer Wahrnehmung Selbst weglaufen hätte nichts mehr ändern können Du hattest sie schon gesehen Und auf sie reagiert Wärst du weggelaufen Wäre sie dennoch hier drin gewesen Und du konntest nichts daran ändern Weil das alles von alleine passiert Weil eben alles durch das All-Eine passiert Gott Es Papa Eben Toll, dass wir gerade noch einen Namen dafür gefunden haben Nathan sollte beide treffen Samira und Tamara So wie alle anderen Wir sind es Papa Und nichts passiert Ohne dass es gewollt ist Alles was jetzt an Widersprochen kommen könnte In anderen Köpfen tut es das gerade Aber in diesem nicht Ist logische Folge Einfach anders eingestellter Denkweisen Die lassen einen logischerweise Etwas anderes sehen Das Problem ist, dass du Die mit meinen Denkweisen Identifizierst Zumindest mit dem Mit was auch immer Dir gerade davon gefällt Mit den anderen Hast du genau das Gegenteil getan Du hast dich gegen sie gestellt Und damit gegen mich Jack Den Heiligen Geist Der, wenngleich in jeder Wahrnehmung Anders funktionierend In jeder Zelle zu finden ist Ebenso wie ein Ego Nur in den menschmäßig programmierten Zellen Da passiert es, dass Egos zu gegebener Zeit Ihre Ego-Trips machen Weil sie das brauchen Es gehört zu eurer Entwicklung dazu Und dafür lasse ich mich auch gern verbiegen Aber ich wäre dann auch jetzt sehr erleichtert Wenn das wieder vorbei ist Um das zu verstehen Gebe ich dir ein Beispiel Wie du deine Sichtweisen ändern kannst Über die Gedanken kommunizieren wir beide Ich verbreite sie rational Und du eben emotional Genau wie es sein soll Pass auf Statt wie bisher dem Müll da oben Einigen wir uns auf Folgendes Es Papa erlebt sich durch uns Es gibt Er gibt uns innere Impulse Uns beiden Er steuert dich wie mich In allen von uns Auch Samira Und auch Tamara Wir reagieren also nicht mehr emotional Wenn wir von einer von uns Papa Geschaffenen Situationen stehen Sondern interessiert Ein rationaler Logik Anstelle uns vor Angst in die Hose zu kacken Kommt dir das bekannt vor? Das bedeutet aber, dass du die Kontrolle Über die Dogmen aufheben musst Sprich zulassen Dass du auch anders denken kannst Indem du es einfach tust Verstehst du dieses Beispiel? Die Logik dahinter Die Situation ist wie sie ist Interpretiere ich sie auf eine dumme Weise Beschwerst du dich über Unwohlsein Dabei musst du einfach nur anders denken Statt dass eben noch Gedachte das Was ich gerade sagte Schaffst du das? Dich Tamara wieder mit reinem Interesse zu widmen Statt dummen Gedanken Von denen ich dir sagen kann Dass Samira sie sehr unsexy findet Und vielleicht etwas von der Erfahrung haben könnte Die du bei Tamara sammelst Denn der Logik weiter folgend Wird sie das Wenn du jetzt etwas lernst Vielleicht sogar mal bewusst Haut das hin? Können wir weitermachen? Alles klar Antworte ich Und konzentriere mich wieder auf das Gesicht Dieser wunderschönen Frau vor mir Die mir gerade die Sinne und die Zeit geraubt hat Und mir jetzt ihre Hand entgegen streckt Ich fühle mich auf Ich fühle mich auf einer Zeitreise Es passiert so viel gleichzeitig Und in mir passieren so viele Dinge In einer Sekunde da draußen Und keiner scheint es mitbekommen zu haben Ich staune Und wie durch einen Tunnel Zieht sich meine Aufmerksamkeit Auf Tamara zurück Komm Wir gehen irgendwo hin Wo wir ungestört sind Glätze mich ein Und schaut mich aufmunternd an Ich nehme ihre Hand Und folge ihr wie ein Hündchen Dass ich nicht hechle Ist alles was fehlt Sie führt mich ein paar Straßen weiter An den dicht bewachsenen Häusern Und Gärten vorbei An denen ich so komische Dinger sehe An den Türen wie Klingeln An Manuels Auto war auch so etwas Vorne auf der Motorhaube Sie sind zur Hälfte rot Zu anderen grün Aber es ist immer nur eine Farbe sichtbar An irgendetwas erinnern sie mich An einem Haus mit grünem Ding Sagt sie Hier ist frei Und das Haus gefällt mir Lass uns hier hineingehen Ich folge willenlos Und stehe auf einmal mitten in einer Küche Szenarienwechsel wie im Traum Sie schaut in die Schränke Und nimmt sich eine Schüssel Warte hier Ich gehe schnell was zu essen holen Sagt sie Und verschwindet irgendwo Ich schaue mich um Und denke mir nichts Großes Da steht plötzlich ein Typ in der Tür Hi Könne ich dir helfen? Fragt er Nein danke Ich warte hier auf Tamara Antworte ich Kenne ich nicht Aber du wirst wissen was du tust Bis bald mal Und schon ist er wieder weg Wissen was ich tue? Nein Keine Ahnung Nur beobachten Ich bin hier um das hier zu erleben Es zu beobachten Nicht es zu bewerten Oder irgendwie abstrus zu finden Das hätte ich früher gemacht Erinnert mich Jack Aber hier und jetzt Beobachten wir Und tun nichts weiter Wenn wir nicht wissen Was wir nicht tun sollen Hat es Papa uns gesagt Nichts zu tun Dann Da braucht man nicht Auszurasten Und sich zu fragen Was man jetzt nun tun soll Weil das nichts anändert Was passiert Auch nicht daran Dass Tamara Gemäß göttlicher Bestimmung Nun wieder in den Raum Schneit Und mich anstrahlt In der Hand Die Schüssel voller Früchte Ich dachte gerade Ich hätte einen Mitbewohner Von dir getroffen Platzt es aus mir heraus Aber er kannte dich nicht Tamara schaut mich irritiert an Und dann lacht sie schallend Ich wohne hier nicht Und dennoch war es Einer meiner Mitbewohner Ich erkläre es dir Heute hat niemand Mehr einen festen Wohnsitz Wir sind Und bewegen uns alle frei Und nutzen den Wohnraum Gemeinsam Die Regeln sind einfach Ist ein Ort rot markiert Bittet darin jemand um Ruhe Und bekommt sie auch gewährt Und entweder wartest du da Bis er auszieht Oder du suchst dir einfach Einen grün markierten Freien Ort Es ist wie früher Auf öffentlichen Toiletten Bei denen das heute Auch noch so ist Wenn du einen Ort verlässt Sorgst du dafür Dass du ihn so verlässt Wie du ihn auch gern Vorfinden würdest Zu essen ist überall Um uns herum Den Müll braucht keiner Mehr rausbringen Weil es so gut wie Keinen mehr gibt Es ist also sehr einfach geworden Das Tollste ist Dass niemand mehr Miete zahlen Oder über Jahrzehnte Ein Haus abbezahlen muss Es gibt begehrtere Orte Aber wer zuerst kommt Mal zuerst Und nach einer Weile Wird eh alles wieder frei Die Welt ist zu interessant geworden Um sein Leben lang An ein und demselben Auch zu verbringen Und so haben wir Nur Mitbewohner Egal wen du siehst Von daher hattest du Tatsächlich recht Und das erklärt Warum er mich nicht kannte Wir sind einfach Überall zu Hause Es ist wirklich Vieles sehr anders Hier Nimm dir was zu essen Ich nehme einen Apfel Und beiße hinein Eine Welle von Genuss Überkommt mich Es ist immer noch Alles wie auf LSD Keine Mieten mehr Nein Keine Mieten mehr Und auch sonst nichts Die Welt Und vor allem Handelsware Wird nicht mehr Über Geld reguliert Sondern über kleine Schiebregler Die Rot oder Grün anzeigen Simpler geht's nicht Null und Eins Deins und Meins Heute Gibt niemand mehr Geld aus Weil keiner mehr Welches auszugeben braucht Es wird auch Kaum noch genutzt Ich kenne niemanden Der es noch nutzt Wofür auch Seit alles frei verfügbar ist Dafür tut jeder einfach Was er kann Damit immer genug da ist Das war früher auch nicht anders Nur eben heute Ohne irgendwelche Regulierenden Gremien Und Elemente Die alle Energie Auch das Geld Zu sich gezogen Und es in ihre Taschen Reguliert haben Wo wir früher Acht bis Zehn Stunden Täglich fürs System Gearbeitet haben Kann sich heute Rund um die Uhr Jeder dienlich machen Und das mit Dingen Die er mit Begeisterung Machen kann Und gern tut Und dadurch immer besser Darin werden kann Terminkalender Gibt es auch nicht mehr Wir treffen uns Nicht mehr nach Terminen Sondern nach Impulsen Dabei ist nichts weiter nötig Als seinen Impulsen zu folgen Und ich schwöre dir Du triffst alle Jeden den du treffen willst Und so lange wie es dauert Und zu jeder Zeit Den richtigen Das zu sehen Haben uns früher Unsere damaligen Sichtweisen Nicht ermöglicht Aber wie vieles andere Das wir lange Nicht sehen konnten War auch das Schon immer so Alles gelenkt Durchs Interesse So wie wir uns Auch getroffen haben Magst du weiter Hier in der Küche stehen Oder wollen wir Auf ein Zimmer gehen Ich zeige ihr Kauen und fragen Meine abgenagte Apfelkitsche Und sie weist Durch eine Tür Nach draußen Der Apfelbaum Da wird sich Über ein Leckerchen Freuen Und dann kommen wir Einfach nach Ich werfe den Apfel Dankend unter den Baum Und folge ihr gespannt Diese Frau hat was zu erzählen Und ich fühle Noch mehr als das Wir gehen die Treppe hinauf Und schauen uns um Ein Flur führt zu ein paar Zimmern Bei einem steht die Tür offen Und der Markierer steht auf grün Das Bad Weitere zwei Zimmer Sind rot markiert Und auch diese Türen Stehen offen Es ist niemand drin Aber besetzt Wird wohl gleich wiederkommen Sagt Jack Drei weitere Türen Sind geschlossen Aber grün markiert Tamara Steuert auf eins Dieser Zimmer zu Öffnet die Tür Schaut hinein Und wendet sich Dann fragen zu mir Nehmen wir das hier Fragt sie mit weicher Stimme Ich gehe hinein Und schaue mich um Ein wunderschön Eingerichtetes Zimmer Mit dunkelrotem Weichem Teppichboden Bunten Bildern an der Wand Einem Schrank Eine Sitzecke Mit zwei Sesseln Und einem Sofa Und ein Bücherregal An der Wand Auf der Kopfseite des Zimmers Steht mittig ein Bett Aus armdicken Baumstämmen Von denen man die Rinde Gar nicht erst entfernt hat Alles Gemeingut Geht mir durch den Kopf Alles zur freien Benutzung Man muss es nur wieder verlassen Wie man es selbst Gern wieder vorfinden würde Tamara schiebt Den Regler von grün auf rot Und schließt die Tür Dann stellt sie die Obstschüssel Auf dem Bett ab Und ich bleibe plötzlich Wie versteinert Vor dem Regal stehen Es ist reine Routine Egal vor wessen Bücherregal Ich gestanden habe Ich hab's immer durchgescannt Ich hatte mal eine Floskel Die ich gern benutzte Zeig mir deine Bücher Und ich sag dir, wer du bist Ich habe viel gelesen In meinem Leben Immer schon Und mich sehr für Bücher interessiert In diesem Regal Springt mir eines fast ins Gesicht Zwischen Kafka und Bukowski Sehe ich einen Namen Den ich anders kenne Als die anderen Jesus Urlauber Bauchi Steht da Und 2020 Lese ich Ich nehme das Buch aus dem Regal Und Tamara steht plötzlich neben mir Das ist deine Geschichte, nicht wahr? Fragt sie wissend, lächelnd Naja, sag ich Bauchi hat mir heute Morgen Beim Frühstück offenbart Was ich hier erlebe Und warum alle um mich herum Davon wussten Er sagte mir Ich habe ihm diese Geschichte Hier erzählt Und er habe sie als Buch Verfasst Aber dieses Buch Jetzt hier irgendwo In irgendeinem Regal zu finden Flecht mich schon sehr Alles ist wie in einem realen Traum Aber ich gewöhne mich langsam daran Dass alles ein realer Traum ist Und alles miteinander zusammenhängt Dennoch versetzt mich Dieses abgegriffene Buch Ins Staunen Man kann diesen Traum so Anfassen Ich kenne Bauchi sehr gut Sagt sie Und auch dein älteres Ich Wir haben uns 2016 Über das Eigi-Land kennengelernt Ich war ganz aufgeregt Weil ich wusste Dass er damals mit Eigi Die Hymne geschrieben hat Ich war damals schon Eine Weile Eigi-Länderin Weil das Eigi-Land Meine Selbstwahrnehmung Sehr geändert hatte Und ich mich als solche Sehr wohl fühlte Sie ist wie ein Spielkladen Man definiert einen Charakter Mit allem möglichen Aber eine Zugehörigkeit Ist immer was Feines Die meisten haben ganz viele davon Eine Zugehörigkeit definiert Eine gewisse Art zu denken Aber natürlich nicht mehr So dogmatisch wie früher Soll ich dir mehr erzählen Dann stell das Buch wieder weg Du kannst diese Geschichte Ab hier jetzt einfach lesen Aber eben auch weiter erleben Ja, natürlich Wir setzen uns bequem aufs Bett Und ich fühle eine riesige Vertrautheit Als würde ich mit meiner Schwester reden Ich war damals Alleinerziehende Mutter 2015 war meine Tochter Eva Gerade mal drei Jahre alt Ich lebte mit ihr Und meinem damaligen Freund Richard zusammen Der nicht ihr Vater war Ich war schon immer eine Frau Die Spaß am Leben hatte Und auch an Sex Er hatte immer schon Eine beruhigende Wirkung auf mich Ich dachte mal Ich sei ein Nymphoman Aber irgendwann wusste ich es besser Ich hatte einfach gern Sex Aber in der Welt da draußen Stand das alles in Zusammenhang Mit Freiheit und Gebundenheit Abhängigkeit, Erwartungshaltungen Und vor allem immer den anderen Die redeten Und sich das Maul Über wieder andere zerrissen Weil sie Angst davor hatten Sich endlich einfach mal Mit sich selbst zu beschäftigen In der ersten Hälfte des Jahres 2015 Änderte sich etwas in mir Ich wurde sehr nachdenklich Weil die Beziehung mit Richard Die nächste war Die einfach zum Scheitern verurteilt war Ich erinnere mich an einen Brief An mich selbst Den ich damals geschrieben habe Schließ mal deine Augen Und schau Ob wir uns so synchronisieren können Dass du ihn auch sehen kannst Und dann lesen wir ihn zusammen Erstmal mache ich große Augen Und dann folge ich ihrer Einladung Und schließe dieselben Ohne die Augen zu öffnen Schau mich an Sagt sie weiter Siehst du mich? Ich bejahe laut Und sie fährt fort Sieh mich an einem Tisch sitzen Mit Schreibzeug vor mir Wie ich gerade den Federwalter weglege Und den letzten Bogen anhebe Um ihn zu lesen Konzentrier dich auf den Brief Schau ihn durch meine Augen an Es funktioniert flüssig Ich sehe ihren Brief Deutlich vor meinen Augen Kannst du ihn lesen? Fragt sie Ich konzentriere mich auf die Buchstaben Und fange an laut vorzulesen Erst zaghaft Dann immer flüssiger Einsamkeit ist immer da Manchmal nimmt man sie sich Und manchmal nimmt sie dich Jetzt hat sie mich genommen Und damit sie mich nicht beherrscht Nehme ich sie Ich versuche einen Sinn hineinzutun Vielleicht ist der Sinn nur der Dass ich mal alleine bin Was denkt man Wenn man alleine ist? Nachdenken Was macht man Entschuldigung Wenn man alleine ist? Nachdenken Was denkt man Was denkt man nach? Über sich selbst Ich über mich Die erste Feststellung ist Dass ich nicht glücklich bin Und? Warum tue ich nicht was dagegen? Wenn ich mich alleine glücklich machen will Muss ich auch allein sein Richard ist aber immer bei mir Wir haben schon zu viel Über unsere Zukunft Über unsere Liebe Und unseren Zusammenhalt gesprochen Als dass ich einfach Alles über den Haufen werfen könnte Und meiner Wege gehen Ich möchte ihn noch nicht ganz verlassen Aber doch bis dahin Wo ich von selbst wieder zu ihm zurückkehre Aber will er das dann noch? Unnötige Vorstellungen und Fragen Es ergibt sich alles nur durch das Handeln Ich liebe ihn wie zuvor Doch ich will allein sein Allein mit Eva Aber auch mal ganz allein Ich bin mir noch nicht ganz im Klaren Ob ich mich nur so glücklich machen kann Oder ob es mit ihm gemeinsam auch geht Das wäre schön Aber schwer vorstellbar Es ist nicht feige Die Schuld daran Dass man nicht glücklich ist Einen anderen zuzuschieben Ich habe viele Menschen Die mir helfen wollen Doch die größte Hilfe wäre es Mir klar zu machen Wer ich bin Und was ich tun soll Doch das ist das Einzige Was ich selbst tun muss Aber es ist alles so scheiße Ich schreibe darüber Dass ich es machen muss Und dass ich es weiß Aber was ist die wirkliche Erkenntnis? Ich sehe mich bildlich im Raum zappeln Suchend nach einem Seil Einem Halt Hilft mir das was Wenn ich weiß Dass das Seil ich selber bin? Und ein noch tieferes Abstrudeln Um ein noch tieferes Abstrudeln Zu verhindern Sage ich Ja zum Leben Zu mir selbst Und da unsere Liebe Wirklich sehr groß ist Sage ich auch Ja Zur weiteren Zusammenarbeit An uns selbst Ich spreche zu ihm Wie zu mir Ich spreche zu ihm Wie zu mir selbst Ohne Lügen Und ohne Maske Deshalb ist da eigentlich Gar kein Problem Außer ich belüge mich selbst Und dadurch auch ihn Ich will studieren Ich will mir ein eigenständiges Heim finden Will mit ihm zusammenbleiben Und zu meiner Mutter finden Ich will im Sommer Eine große Reise machen Und ich will im Februar wegfahren Ich will mich finden Ich will ehrlich sein Ich will schreiben Jetzt fühle ich mich gut Aber nicht glücklich Als ich aufhöre zu lesen Verhalt ihre Stimme Krass Dieser Text wurde Teil des Buches Das du eben in der Hand gehalten hast Und dieses Buch findest du In sehr vielen Regalen Und diesen Brief darin Sehr viele Menschen Haben sich damals darin wiedergefunden Und waren dankbar für das Was ich als nächstes sage Sie fährt fort Den letzten Satz streiche ich Als ich begriffen hatte Dass ich nicht glücklich sein kann Solange ich selbst sage Dass ich es nicht bin Wurde das zu meinem Ersten bewussten Paradigmenwechsel Ich änderte dieses Denkmuster Indem ich bewusst aufhörte So etwas zu behaupten Weil ich mitbekam Wie schlecht ich mich selbst dadurch fühle Ich wollte doch glücklich sein Gedanken werden wahr Das wusste ich damals auch schon Von The Secret Und von Rhonda Byrne Ich weiß Du kennst es auch Ich weiß auch Dass du meine Meinung teilst Dass dieses Buch sehr gefährlich ist Für Leute Die glücklich sein wollen Weil es ihnen verschweigt Dass sie alles Was sie erleben Auch erleben wollten Und unbewusst Immer noch wollen Was man heute Klar und deutlich sehen kann Weil ja alles Dem eigenen Gesamtinteresse folgt Statt sich was zu wünschen Lernte ich Mein Leben zu genießen Ohne diesen Brief Wäre das aber nicht möglich gewesen Ende August 2015 Stolperte ich über deine Geschichte Und las sie mit wachsender Spannung und Erregung Und dann fand ich darin Diesen Brief wieder Ich hatte ihn noch Holte ihn heraus Und sah Dass er eins zu eins Abgetippt war Wie hatte Bauchy das gemacht Das konnte doch nicht wahr sein Ich wusste nicht Ob ich ihm glauben konnte Oder wollte Dass Nathan existiert Weswegen ich mich heute Sehr freu dich zu treffen Auch wenn ich Nathan gut kenne Das hier ist auch für mich Ein sehr besonderer Moment Auf den ich lange gewartet habe Wusste ich doch Dass ich einer der wenigen Menschen sein würde Die dich Nathan von 2015 Bewusst in dieser Welt Von 2020 treffen dürfte Ist halt alles Ein Spiel hier Und die letzten fünf Jahre Wusste kein Mensch Ob du überhaupt existierst Oder nur ein Hirngespinst Von Bauchy und Nathan warst Aber Aber er tippte meinen Text ab Anmerkung des Verfassers Das mag daran liegen Dass Nathan in mir heute Auf die gleiche Weise zeigte Wie Tamara ihm Nur dass er gerade Mehrere tausend Kilometer Von mir entfernt ist Und ich habe ihn tatsächlich Wort für Wort abgetippt Sie erzählt weiter Da war ich natürlich Neugierig und schaute Wer hinter diesem Bauchy steckt Und was er noch So machte Außer die Geschichten Seiner Freunde Zu Bestsellern Werden zu lassen Und damit nicht nur Mir dabei zu helfen Wieder Spaß am Leben zu finden Und so Stieß ich auf das Eigeland Und die Erkenntnis Dass ich recht hatte Und im Brief Alles wahr ist Wahr Auch Immer noch Dass ich aber nichts Davon machte Richard und ich Lebten immer noch zusammen Liebten uns Aber konnten einfach Nicht auf eigenen Beinen Leben Also fasste ich damals Einen Entschluss Um genau zu sein Fasste der sich Von ganz allein Es war wirklich Eine Erkenntnis Schweren Herzens Aber hell aufgeregt Verließ ich ihn Damals Und sagte ihm Was ich in einem Text Von Bauchy gefunden hatte Der Trennung mal anders Heißt Danach Kannst du dann Selbst suchen Wenn es dich interessiert Hier ist nur wichtig Dass ich dadurch Die Möglichkeit bekam Mir mit Sachlichen Argumenten Selbst die Freiheit Wiederzugeben Von der ich dachte Er hätte sie mir Irgendwie genommen Ich rief auf meine Mutter an Und sie freute sich Von mir zu hören Auch wenn unser Verhältnis Nie besonders war Ich dankte ihr Für ihre Liebe Und sagte auch ihr Dass ich mich erst einmal Selbst wiederfinden muss In dem Telefonat Fragte sie nach Eva Und ich sagte Dass ich sie einfach mitnehme Wenn es für sie zu stressig wird Bringen sie gern zu mir Ich bin recht allein In der letzten Zeit In Klammern Das war auch der Grund Warum ich sie Nicht mehr besuchte Weil sie immer Druck machte Und auch in diesem Moment Auf die schlechtes gewissenden Taste drückte Was ich in diesem Telefonat Aber einfach mal überhören konnte Und sie würde sich sehr freuen Eine Weile auf Eva aufzupassen Auch sie hatte sich in den ersten Monaten Des Jahres ihre Gedanken gemacht Und wusste wohl Dass ich viele Probleme In meinem Leben hatte Weil sie Mich nie irgendwas mal einfach Hat machen lassen Sondern immer irgendwie Ihren Senf dazugeben musste Ihr Angebot war ein Entgegenkommen Und als ich Eva fragte Was sie denn davon hält Eine Weile bei ihr zu wohnen War sie hellauf begeistert Und das erste Mal in meinem Leben Fühlte ich mich frei Ich wusste genau Was ich erleben wollte Diese Geschichte Deine Geschichte Die eben auch unsere eigene war Die du uns allen Durch Bauch hin mitgeteilt hast Für viele war sie Wie ein göttliches Zeichen Etwas Worauf sie lange gewartet hatten Wie ein Startschuss Auch für mich Also machte ich mich auf Ein Rucksack voll mit Klamotten Meine Kamera Und ein Laptop War alles was ich hatte Als ich zu Hause von Richard wegging War es anders als erwartet Er hatte das Buch zu Hause liegen sehen Und es auch gelesen Lass uns gemeinsam Unsere eigenen Wege gehen In Kontakt bleiben Und uns in Liebe alles erlauben Was wir auf dem Weg erleben wollen Um glücklich zu sein Statt uns die ganze Zeit dabei Die ganze Zeit dabei Im Weg zu stehen Sagte er Ich liebe dich Und alles was du denkst Sagst oder tust Ist immer okay mit mir Ich muss das alles nicht toll finden Was du machst Ich brauche ja auch nicht alles zu wissen Aber ich bin immer für dich da Meld dich Du weißt wie Ich pack morgen meine Sachen Und gehe auch Lass uns dieses Abenteuer miterleben Ich sah ihn sprachlos an Und brach in Tränen aus Er nahm mich in die Arme Und wir weinten beide Nicht aus Trauer Weil jetzt alles vorbei war Und weil wir uns doch so liebten Sondern weil wir uns liebten Und endlich einen Weg gefunden hatten Gemeinsam einen neuen Anfang zu erleben Es war wie eine Geburt Ich blieb die Nacht noch Und wir liebten uns bis in die Morgenstunden Es war anders Es fühlte sich alles so frei an Frei von Erwartungen Frei von Interpretationen Frei von Gedanken Verlustängsten Versagensängsten Und frei von Verhaltensnormen Alles floss Und alles floss durch uns Wir waren eins Und wussten Dass wir unsere Reise am nächsten Tag Gemeinsam starten würden Wenn auch in entgegengesetzte Richtungen Als die Sonne aufging Sah er mir in die Augen Und sagte Du bist eine Liebeskünstlerin Wenn du jemals nicht weißt Wie du dich nützlich machen sollst Dann besinn dich darauf Ich konnte es nicht glauben All das Was da gerade passierte Stand exakt genau so in 2020 In rudimentärer Form Ja, aber in klaren Worten Wenig übers Detail Aber alles Nötige Zum Verständnis des Konstrukts Als nächstes stand ich dann wieder Stand dann da wieder Was übers Eigi-Land Was ich selbst gesagt haben sollte Allerdings Als mein fünf Jahre älteres Ich Eigi Thomas, wie du ihn nennst War der erste, den ich besuchte Weil ich ihn auf der wirkarte.de gefunden hatte Die war als Osterei In irgendeinem Satz des Buches versteckt Und als ich mich da anmeldete Merkte ich Wie viele Leute sich da schon zusammengefunden hatten Um sich real treffen zu können Geile Sache Und eine Woche später War ich bei ihm Ich hoffte eigentlich Auf Bauchi zu treffen Doch der war damals noch Quer durch Deutschland unterwegs Um das Buch zu promoten Ich habe ihn dann später getroffen Aber Eigi Machte mir etwas klar Ich habe eine Gabe Meine Sexualität Ist nicht einfach pervers gewesen Und ich nicht abnormal Weil ich gern Sex hatte Und auch gern mit wechselnden Partnern Er lachte Er lachte, als ich ihm sagte Dass ich es genieße Wenn ich einem Mann etwas Gutes tun kann Indem ich einfach mit ihm schlafe Und dabei auch noch meinen Spaß habe Und meinte Im Eigi-Land haben Frauen wie du Höchstes Ansehen Die sexuelle Kraft Ist die stärkste in der Materie Wenn du damit auch noch gern Großzügig umgehst Dann ist die logische Folge Dass sehr viele Männer Dir sehr zugetan sind Aber nimm das nicht als Anlass Dein Ego zu speisen Sondern um dir klar zu machen Dass das ein Talent ist Viele Frauen können in dieser Gesellschaft Da draußen so Nicht viele Frauen Können in dieser Gesellschaft Da draußen so sein Wie sie sein wollen Und werden dann auch noch Dafür akzeptiert Wie sie sind Im Eigi-Land können wir das Weil wir uns ebenseitig respektieren Keine andere Frau Wird neidisch auf dich sein Oder dich eine Schlampe nennen Sie werden bestenfalls Von dir bedient Oder von dir lernen wollen Das haute mich um Er verurteilte mich Genauso wenig Wie er mir gleichzeitig Durch die Blume riet Als Prostituierte zu arbeiten Er lud mich ein Mich so zu nehmen Wie ich bin Und das Beste daraus zu machen Das liebe ich im Eigi-Land Da wird nämlich genau das umgesetzt Und ich kenne kein Land Das ich je zuvor Dadurch begründet hätte Dass die Menschen darin Quasi auf Augenhöhe lebten Leben Immer noch In vielen anderen Verfassungen Stand das zwar drin Und es wurde sich auch ständig Darauf berufen Aber es wurde nicht gelebt Weil das in einer Hierarchie Nun mal eben nicht möglich ist Wenn man sich in ihr einordnen muss Im Eigi-Land Gibt es aber keine Hierarchie Jeder ist König von sich selbst Und man lässt sich Ebenseitig in Ruhe Und hilft sich genauso Ebenseitig Das Eigi-Land Könnte nie in einen Krieg Verwickelt werden Weil keiner seiner Bewohner Irgendwen noch als Gegner anerkennt Eigi-Land ist ein Teil Des Terrania-Netzwerks Eines von sehr vielen heute Und Terrania bedeutet nun mal Unsere Erde Und zwar Unser aller Erde Du kannst bereits heute Unseren Kindern Nicht mehr logisch erklären Was Kriege sind Sie verstehen es nicht Es passt nicht In ihr Denkkonzept Bei uns ist alles Ubuntu Und diese ganzen Länder Sind uns heute Völlig als Hirnkonstrukte bewusst Keiner definiert sich Mehr allen Ernstes Über sowas Die Erde ist ein Spielfeld Geworden als die Schlachten Aufhörten Dadurch hat sich einiges Geändert Sie schweigt einen Moment Und lässt ihre Gedanken Im Stillen weiterlaufen Dann fährt sie fort Nach dieser Nacht Mit Richard damals War auch etwas anders Wir frühstückten Fast wortlos miteinander Und obwohl wir die ganze Nacht Nicht geschlafen hatten Waren wir topfit Aufbruchstimmung Wir schauten uns nur immer wieder Grinsend an Alles fühlte sich gut an Auch unser Sex War anders gewesen Und ab da war mein Sex Immer anders Nämlich so wie in dieser Nacht So einfach und unkompliziert Und dann kapierte ich langsam Was Sex ist Energien Die synergieren Indem sie sich austauschen Dazu braucht es Sich gleichende Energien Liebe funktioniert da genauso Wie Hass Und ohne Sex Hätte es keine Kriege geben können Weil in ihnen der Hass Gipfelte In dem was folgte Sollte sich die Liebe Emporheben Zu dem was du Heute überall erleben kannst Es passiert immer und überall Gleiche Energien ziehen sich an Und wenn sie aufeinander treffen Und sich frei bewegen können Bauen sie sich Ebenseitig immer mehr auf Und explodieren regelrecht Hass konnte gipfeln Weil irgendwann die Ressourcen fehlten Weil es destruktiver Sex ist Aber Liebe Entfaltet sich endlos weiter Weil sie Leben schenkt Und alles möglich macht Deswegen war für viele früher auch Vor allem problembehafteter Sex Ein Thema Weil sich früher niemand frei bewegen konnte Und sich so auch nicht entfalten konnte Da das aber plötzlich umschlug War die Sexualität eben auch mit eingebunden Und sie änderte sich sehr schnell Für fast alle 2015 war ein Jahr großer Änderung 2016 Das Jahr der alles umfassenden Befreiung Die durch uns geschah Jeder konnte sehen wie es passierte Und es war kein Mysterium Sondern simple Logik Verbieten wir uns alle alles gegenseitig Können wir nichts erleben So einfach ist das Als die Menschen aufhörten Mit Verboten um sich zu schmeißen Oder sie zu befolgen Wurde ihr Leben sehr schnell Sehr experimentell Und das eröffnete Große neue Welten Du wirst deinen ersten Sex-Sex Mit Samira haben Ich hätte so Lust auf dich Aber ich will dir gerade den Spaß Und die Motivation nicht nehmen Nach 2015 zurückzukehren Und das alles selbst herauszufinden Und wir beide werden unseren Spaß Auf diesem Weg dann auch noch haben So viel kann ich dir gerade Aus meiner Erinnerung mitgeben Wir finden uns Und wir sind auf immer verbunden Du musst nur an mich denken Und ich bin da Sie legt ihre Hand auf meinen Brustkorb Und atmet einmal tief ein Und wieder aus Ohne dabei ihren Blick Von meinen Augen noch zu wenden Eine riesige Welle von Liebe Von Dankbarkeit Freude und bedingungsloser Liebe Für diese Frau durchströmt mich Es sind keine weiteren Worte nötig Doch ich beuge mich zu ihr rüber Und nehme sie in den Arm Sie erwidert die Umarmung Und räkelt sich an mir Erneut durchflutet mich Eine Welle dieser Energie Die sie durch ihren Kuss In mir freigeschalten Wahrnehmbar gemacht hat Und wieder ist da das Gefühl Dass die Zeit steht Das ist Sex Murmelt sie Und das hat nichts mit Ficken zu tun Aber Ficken auf der Basis von Sex You'll love it Was ist mit Richard? Frage ich Seht ihr euch noch? Ja Antwortet sie Ich bin seine Frau Wir haben uns damals Fast ein Jahr nicht gesehen Haben aber regelmäßig Über WhatsApp Kontakt gehalten Eines Tages entflammte etwas in mir Ich wollte ihn sehen Und bei ihm war es nicht anders Als wir uns wieder trafen War alles so Wie ich es mir vorher gewünscht hatte Mit aufrechter Haltung Standen wir voreinander Zwei eigenständige Menschen Die auf einmal nichts mehr Voneinander wollten Sondern gemeinsam genießen konnten Wir verbrachten ein paar Wunderschöne Wochen miteinander Und dann gingen wir wieder Ein paar Wochen auseinander Lieben aber in unseren Herzen verbunden Wir wussten um den anderen Und seine bedingungslose Liebe Und konnten den anderen Genauso wie uns selbst lieben Wie wir eben sind Seitdem ist es genauso Wir sehen uns Und dann machen wir Jeder was für sich Und alles ergibt sich Frei aus dem Interesse heraus So ist das heute Bei den meisten Menschen Er ist übrigens im Moment Mit Eva in Australien Sie wollten beide Unbedingt mal eine Weile Im Outback leben Wir halten uns noch eine Weile Sie führen dich geradewegs zu ihr Grüß sie von mir Sie ist meine Schwester Geh ruhig Ich kümmere mich um das Zimmer Es war toll Dieses Erlebnis mit dir teilen zu dürfen Wir sehen uns Ende 2015 wieder Wir lachen einander an Und ich gebe ihr einen Kuss Danke Danke für alles, sage ich Stehe auf Und verlasse das Zimmer Auf dem Weg schiele ich auf das Buch Will es aber nicht noch mal in die Hand nehmen Ich will mir nämlich den Spaß nicht nehmen Das, was kommt, selbst zu erleben Ich trete auf die Straße Sehe, als es Papa Wie Nathan es tut Sehe Jack neben ihm Und Jack neben mir Dreieinig bewundern wir die Schönheit der Umgebung Ich laufe einfach der Nase nach Und grüße jeden freundlich, der mir begegnet Alle grüßen ebenfalls Und jedes Mal durchläuft mich eine Welle der Liebe Irgendwie bin ich den Weg zurückgelaufen, den Tamara mit mir gegangen war Und komme wieder am Café Olé vorbei Schon von Weitem höre ich ausgelassenes Gelächter Und als ich näher komme, erkenne ich, wer da alles sitzt Alle meine Freunde Bauchi, Christina, Marc Und eine Frau, die ich noch nicht kenne Bei der ich aber sofort davon ausgehe Dass es sich um Natalie handeln muss Nathan und Mein Herz klopft Sturm An seiner Seite Samira Sie begrüßen mich freudig, als sie mich sehen Als hätten sie auf mich gewartet Sie sind hier, weil sie das Buch ja kennen Und wussten, dass ich hier vorbeikommen würde Samira zieht einen Stuhl an ihre Seite Und lädt mich zum Setzen ein Ich will einmal zwischen euch beiden sitzen Sagt sie lachend Das gibt's auch nicht alle Tage Umgeben von meinem Liebsten Nathan strahlt mich an Damals saß ich auf deinem Stuhl Heute sitze ich auf diesem hier Lass uns ein paar Minuten genießen Bevor Samira dich auf eine Reise schickt Von der du für uns nicht wieder zurückkommst Wir freuen uns alle sehr, dass du hier bist Und es bedeutet uns allen richtig viel Um genau zu sein Haben wir uns vor einer Woche hier auf der Insel getroffen Um hier zu sein, wenn du kommst Nachdem du gestern aufgetaucht bist Wussten wir natürlich alle Dass du hier im Café Olé auftauchen würdest Tamara hat uns Bescheid gegeben Dass es so weit sei, als ihr hier wegging Da drüben sitzt übrigens Nathalie Wir grüßen einander herzlich über liebevolle Blicke Stefan und William lassen dich schön grüßen Sie sind gerade auf einer Exkursion am Strand Wir wollten es uns aber nicht nehmen Lassen uns alle von dir zu verabschieden Und dir von Herzen zu danken Dass du diese Geschichte mit uns allen geteilt hast Dadurch ist sie zu unserer aller Geschichte geworden Es klingt ein wenig selbstherrlich, wenn ich das sage Aber ich sage es explizit zu dir Weil du derjenige bist, der es noch tun wird Du bist der, der ich vor fünf Jahren war Und heute bin ich der eben nicht mehr Und dennoch sind wir eins Vergiss das nie Das ist das Wichtigste, was ich aus der Reise mitnehmen konnte Und jetzt möchte ich gern einmal mit dir gemeinsam einatmen Und einmal ausatmen Denn durch dich hat die Welt das gelernt Der Indikator zur inneren Ruhe Wer macht mit? Fragt er in die Runde Wir nehmen uns alle an der Hand Schließen halb oder ganz die Augen Und atmen zusammen einmal ein Und wieder aus Als ich meine Augen öffne, sehe ich, dass alles gut ist Eine Lust am Leben überkommt mich Und ich muss schon wieder an das Buch Mary denken Alles ist so unbeschreiblich schön Wem gehört dieses Café, frage ich Weil ich merke, dass es gar keine Kellner gibt Die anderen lachen Allen und niemand, sagt Nathalie Es gibt ein paar Restaurants, in denen bestimmte Köche einfach immer am Werk sind Die man besucht, weil sie sich einen Namen gemacht haben Aber auch da arbeiten die Gäste mit Alles, was gemacht werden muss, machen wir selbst Wir bedienen uns, wir waschen ab, wir putzen Wir bringen Spezialitäten mit, wenn wir welche haben Und teilen einfach alles Ungewohnt, nicht wahr? Aber es ist so extrem einfach Dabei muss niemand was tun, was er nicht will Und dennoch ist immer alles getan Meist mit sehr viel Freude Mit Spaß und Freude Weil man ja auch immer unter Freunden ist Ich habe keine weiteren Fragen Bis auf eine Gibt es irgendwas Bestimmtes, das ihr den Menschen von 2015 mit auf den Weg geben wollt Wenn Bauchy und ich das Buch schreiben? Ja Liebe Grüße und wir glauben von Herzen an euch Sagen alle wie im Chor Mein Herz schäumt über vor Liebe Und noch einmal kommen mir die Tränen vor Freude und Rührung So viel Liebe Samira drückt Nathan einen dicken Kuss auf Und dann nimmt sie meine Hand Lust auf einen Spaziergang? Fragt sie mich Und in mir löst sich irgendwie alles auf Ich nicke, wir stehen alle auf Und verabschieden uns mit herzlichen Umarmungen So viel Liebe auf einem Haufen Habe ich noch nie in meinem Leben mitbekommen In mir wachsen Freude, Mut, Aufregung, Vorfreude Und unzählige andere positive Gefühle Zu einer riesenhaften Welle an, die mich durchflutet Mir wird fast schwindelig Als Samira und ich auf die Straße treten Laufen uns Tamara, Manuel und Mojo in die Arme Auch sie wollten sich noch verabschieden Tamara und Samira tuscheln noch kurz und kichern Dann nimmt Samira wieder meine Hand Und wir gehen ein Stück die Straße runter Wo ein grün markiertes Auto steht Wir nehmen es und sie fährt Wir verlassen die Stadt Richtung Norden Für mich läuft alles wie in einem Film ab Einem interaktiven Film, einem Spiel In dem gerade eine Videosequenz läuft Bei der ich nichts zu machen brauche Außer zu erleben, was gerade passiert Ich fühle es Papa rechts hinter mir Und Jack neben mir Er sitzt wie ich, nur neben dem Auto Wir grinsen uns an und genießen die Harmonie Samira sitzt schweigend Und lächelnd links von mir Und steuert das Auto Es ist so wunderschön mit dir zu sein Ich fühle mich so friedlich So angekommen So angenommen Genau wie ich bin Sie schaut mir direkt in die Augen Und es durchfährt mich wie Blitze Gott ist diese Frau umwerfend Ich fühle mich so eins mit ihr Wie ich es noch nie erlebt habe Das, was so wunderschön ist Ist, dass du jetzt mit dir zusammen bist Das ist die Basis Auf der du mich gerade völlig frei Von Erwartungshaltungen oder Ängsten Wahrnehmen kannst Ich fühle das Gleiche So ist ein Zusammensein Eine wahre Bereicherung Und deswegen liebe ich dich Mehr als irgendjemand anders Du bist für mich etwas ganz Besonderes Weil wir passen Wir ergänzen uns perfekt Aber eben nur, weil Wir uns frei von allem lieben können Wären wir uns ein paar Jahre früher Über den Weg gelaufen Hätten wir beide das noch gar nicht gekonnt Wie haben wir uns denn kennengelernt Ich meine, dein jüngeres Ich und ich Bist du sicher, dass du die Antwort Auf diese Frage jetzt schon hören möchtest Fragt sie und schaut mich verschmitzt an Ich denke nicht, gebe ich zu Aber ich bin jetzt schon aufgeregt Und will dich unbedingt bald wiedersehen Das wirst du auch Aber bemerkst du, wie du gerade nicht im Hier und Jetzt bist Deine Gedanken driften ab Du bist nicht bei der Sache Was an sich nichts Schlimmes ist Aber dir nicht dienlich Ich sehe es Und schaue Jack fragend an, was das soll Guck mich nicht an Das sind deine Programmierungen Erwidert er Und dann sehe ich es Ich sehe, wie meine Gedanken Folge einer Angst in mir sind Ich habe Angst, dass dieser Moment zu Ende geht Und ich irgendwo aufwache, nichts mehr weiß Und Samira nie wieder sehe Schreckliches Gefühl Und es tendiert dazu, mir diesen Moment In dem sie völlig real neben mir sitzt Kaputt zu machen Und gleich darauf schaltet sie die nächste Schaltet die nächste Programmierung Und bedenkt mich mit freundlichen Sätzen wie Du Blödmann, bekommst du denn gar nichts auf Kette? Ich sehe, wie Jack diese Worte denkt Aber ich sehe genauso, dass er sie gar nicht anders denken kann Weil ich durch meine Sichtweisen Und all meine Ängste sind auch solche Vorgebe, was er denken soll In diesem Moment bin ich froh, dass ich ihn überhaupt so sehen kann Und wie das alles in mir passiert Allein das sorgt sofort wieder für Klarheit Und ich, mein Ego, Nathan Sagt Schau den Film weiter Erlebe Und sofort bin ich wieder im Hier und Jetzt Schaue zu Samira und bedanke mich bei mir Für ihre offenen Worte Keine Ursache, sagt sie Das habe ich von dir gelernt Sie rinst mich an Und dann biegt sie in eine Straße ein Die ich kenne Es ist die Straße An der das süße Häuschen mit dem Tesla-Turm liegt Und die zum Strand zurückführt Haben wir gerade 20 Kilometer Gemeinsam zurückgelegt In dieser kurzen Zeit Ich stelle die Frage laut Weil ein schwarzes Loch auf meinem Bildschirm auftaucht Da siehst du wieder, wie relativ Zeit ist Kommt als Antwort von ihr Und sie lacht mich offen an Jedenfalls sind wir jetzt hier Im Haus sind noch ein paar andere Ich würde gern mit dir an den Strand fahren Und da noch ein wenig Zeit mit dir allein verbringen Ich habe nicht die geringsten Einwände Sie parkt den Wagen vor dem Parkplatz Und wir steigen raus Das hier ist übrigens kein Parkplatz mehr Es würde nicht lohnen Es kommt kaum noch jemand mit dem Auto hierher Erklärt sie Während wir in Richtung Strand gehen Manchmal treffen sich ein paar Leute Um hier gemütlich beieinander zu sitzen Musik zu machen Zu grillen Zu schwimmen zu gehen Aber die parken, wenn sie mit Auto kommen Einfach am Häuschen Das geht übrigens auf dich zurück Denn du warst der Der angefangen hat Es wieder herzurichten Damals kannten wir uns noch nicht Für dich war es War es eines der ersten Dinge Die du nach deiner Reise angefangen hast Noch während Bauchy das Buch tippte Kamst du hierher und hast das Haus gerettet Ganz nach den Vorstellungen des IHR Des intergalaktischen Rettungskommandos Hilfs Das ist ein Fehler im Buch Der IHR ist das intergalaktische Hilfs- und Rettungskommando Entschuldigung an dieser Stelle Du weißt schon Ungenutzten Wohnraum vor dem Verfall retten Ohne Besitzanspruch zu erheben Aber durch die Nutzung und das Bewohnen Alles wieder zu beleben und aufzubauen Es dauerte nicht lang Da warst du hier schon gar nicht mehr allein Und du bist dann erstmal mit Thomas Eine Weile segeln gewesen Fasziniert höre ich zu Während wir am ansonsten Menschenleeren Strand ankommen Jetzt holt sie ein paar Sachen aus ihrer Tasche Unter anderem mein Handtuch Das hat Nathan mir mitgegeben Du hast es auf der Finca liegen gelassen Als du dich heute Mittag Auf deinen Spaziergang gegeben hast Normalerweise lässt man auch einfach alles liegen Dadurch verteilt sich alles wie von allein Aber in diesem speziellen Fall So meinte er Gehöre es mit zu deinen Sachen Ich nehme es und staune Heute Mittag Jetzt wird mir erst gewahr Dass ich noch keine 30 Stunden Im Jahr 2020 bin Und bestimmt 10 davon habe ich geschlafen Zeit ist relativ Ich nehme das Handtuch Das sich immer noch verhält Wie ein ganz normales Handtuch Und lege es an die Stelle An der ich gelegen hatte Hier hat alles angefangen Sage ich andächtig Sie nimmt mich am Arm Und zieht mich zum Wasser Komm Lass uns ein wenig abkühlen Ich folge ihr ins Meer Das sich so wunderbar anfühlt Wie ich es noch nie wahrgenommen habe Mit jeder Pore fühle ich das kühle, salzige Nass Und jede meiner Zellen jubelt Als ich ganz drin bin Samira zieht mich an sich Schaut mir tief in die Augen Und küsst mich Ich schmelze dahin Und merke, wie wir eins sind Ihre Berührungen sind elektrisierend Mein Körper beginnt zu zucken Und ich lasse es einfach geschehen Wir werden zu der reinen Energie, die wir sind Nichts anderes existiert mehr Weil alles aus dieser einen Energie besteht Das Wasser um uns herum ist Teil von uns Die Insel, die ganze Erde, das Universum Es gibt nichts anderes als diese Energie Aus der alles, was hier wahrgenommen werden kann, hervorgeht Wir explodieren vor Liebe Wirklich, wir haben mitten im Wasser Beide gleichzeitig einen Orgasmus Der unsere ganzen Körper wie Wellen durchströmt Ausgelöst durch Sex Und einfache Berührungen Wir stöhnen und schreien unsere Freude heraus Und dann überkommt uns ein unkontrollierbarer Lachanfall Wir haben immer noch Boden unter den Füßen Aber es fühlt sich an, als würden wir fliegen Wir lieben einander Uns selbst, den anderen Und alles um uns herum Unendlich Jenseits aller Worte, die es beschreiben könnten Man kann das einfach nicht beschreiben Aber man kann es erleben Und wir erleben es Nach einer Weile bewegen wir uns zum Strand zurück Ich lasse mich auf mein Handtuch fallen Und sie legt sich neben mich Verliebt schauen wir uns an Und müssen wieder lachen Das Leben ist schön Höre ich Stefans Worte in mir Das darfst du nie vergessen Ja, mein kleiner Bruder Wie recht du hast Wie konnte ich es je vergessen Danke für deine Erinnerung Die habe ich wirklich, wirklich gebraucht Und ich werde es nie wieder vergessen können Nach einer Weile des Schweigens Fängt Samira an zu sprechen Es mag ein wenig unfair erscheinen Wenn ich dir jetzt ein paar Dinge erzähle Und andere absichtlich offen lasse Aber du weißt warum Das, was ich dir jetzt erzähle Möchte ich jedoch mit dir teilen Weil es uns beide betrifft Ich werde dir nicht sagen Wann und wo Wir uns in der anderen Welt kennengelernt haben Aber ich möchte dir erzählen Wie das damals für mich war Unter anderem auch Um es dir leichter zu machen Im Hier und Jetzt zu bleiben Und wenn du gleich wieder Nach 2015 zurück gehst Und dann bis hierher zurück Nee, auch Entschuldigung Auch wenn du dann zurück Und dann wieder bis hier zurück Ich war damals nicht sonderlich glücklich Das Leben war scheiße Und ich erlebte eine Enttäuschung Nach der anderen Ich war anders als meine Schwester Tamara Die in meinen Augen herumhurte Und mit ins Bett nahm Was sie in die Finger bekam Und das, obwohl sie eine Tochter Und einen Freund hatte Mit dem sie zusammen lebte Auch wenn ich die kleine Eva damals schon Über alles liebte In Tamara sah ich ein Gegenextrem Und ich hasste sie Weil ich im Gegensatz zu ihr Überhaupt nicht auf Männer zugehen konnte Zu viele Zweifel an mir selbst Ich war neidisch Und eifersüchtig auf sie Vergrub mich in Selbstmitleid Und zog mich zurück Eines Tages kam sie zu mir Weinte und sprach Irgendwelches Zeug War aufgeregt Und ich verstand nur Bahnhof Dann drückte sie mir ein Buch in die Hand Und sagte Lies Das wird uns allen helfen Und ich liebe dich auch Es war dein Buch Oder Bauchis Wie auch immer Eures halt Mit deiner Geschichte Als sie wieder ging Nahm ich es aus Langeweile in die Hand Und fing recht lustlos an zu lesen Doch mir gefiel Dass ich gleich auf den ersten Seiten Von einer schönen Und anscheinend liebenswerten Frau las Die meinen Namen trug Also las ich weiter Dann kam ich dahinter Dass die Namen bestimmter Projekte Und Menschen in diesem Buch Nicht frei erfunden Sondern alle im Internet zu finden waren André Stern und Birkenbiel Waren mir schon bekannt Jeff Lawton war der erste Name Den ich dann in die Google-Finde-Leiste eingab Und dann hat es mich gepackt Mit dem Wissen Dass an der Geschichte Die da geschrieben stand Wahres dran war Las ich den Rest des Buches An einem Stück Ich konnte auf einmal Nicht mehr aufhören Dann las ich Tamaras Geschichte Und mich überkam Eine Sehnsucht und Hoffnung Nicht nur für die Welt Sondern für mich selbst Ich hoffte so unendlich Dass ich die Samira Aus deinem Buch war Und irgendwie Fühlte sich das auch so an In mir tat sich einiges Ich wusste, dass ich nichts weiteres tun konnte Und brauchte Als den Einladungen in diesem Buch zu folgen Um Teil der Geschichte zu werden Und um auch dich zu finden Ich fühlte, dass auch du Hast verraten Jedenfalls warst du auf einmal da Keiner wusste, wer du bist Weil Bauchi sich diesbezüglich Immer in Schweigen gehüllt hatte Aber ich wusste genau, wer du bist Ich saß in deinem Blick Unbändige Freude Die du rücksichtsvoll und auch etwas verunsichert Zu kaschieren versuchtest Ich sah, dass du etwas gesehen hattest Worauf du lange gewartet hast Und von dem deine Augen sich nicht mehr lösen konnten Mich Mein Herz klopfte Sturm Und es schien, als würde sich die Welt um uns herum auflösen Wir gingen aufeinander zu Und dann lagen wir uns in den Armen Ich heiße Nathan, sagtest du Und ich antwortete, ich weiß Und dann schauten wir uns in die Augen Und dann küßten wir uns Und ab da war alles anders Ich war ein völlig neuer Mensch geworden Eigenständig, aufrecht, ehrlich Zumindest so ehrlich ich sein konnte Ich war zum Schmetterling geworden Nachdem ich so lange als Raupe gelebt hatte Seitdem bin ich deine Frau Und fühle mich zutiefst geehrt Dass du dich als meinen Mann bezeichnest Weitere Besiegelungen brauchte diese Beziehung nicht Diese Bindung nicht Unsere Liebe ist unerschütterlich Dabei sehen wir uns gar nicht so oft Du hast dein Leben und ich hab meins Wie das heute üblich ist Aber wenn wir uns hier in der Materie sehen Dann sehen wir uns nur lachend Und können uns in höchstem Maße genießen Ich fühle mich heil Weil ich ganz bin Und auch weil du da bist Immer hier im Herzen Und als ich dann auch noch Voll und ganz vom Online Gaming gefesselt wurde Weil ich sah, was es ermöglichte Wurde ich schnell immer besser darin Dich zu jeder Zeit in mir wahrnehmen zu können Und mit dir zu kommunizieren Das tun wir nämlich täglich mehrfach Ohne Sehnsucht Ohne Verlustangst Sondern in bedingungsloser Liebe Freude und Wertschätzung Und aus dieser bedingungslosen Liebe heraus Bitte ich dich jetzt um etwas ganz Wesentliches Bis wir uns wiedersehen möchte ich Dass du jede Gelegenheit wahrnimmst Glücklich zu sein Alles was du dazu brauchst Ist völlig in Ordnung mit mir Noch anders ausgedrückt Ich will, dass du alles tust Was möglich ist Um glücklich zu sein Weil ich dich so gern erleben möchte Glücklich Das gilt auch in Bezug auf andere Frauen Ich weiß, dass es 2015 noch nicht so verbreitet Deswegen sage ich es dir gerade explizit nochmal Wenn du Gelegenheit hast Mit einer anderen Frau Spaß zu haben Und zwar auch im Bett Dann möchte ich, dass du dem nachgehst Wenn du es nicht tätest Und mich dann als Grund dafür nennst Wäre mir das in höchstem Maße unangenehm Ich will eine Bereicherung für dein Leben sein Und keine Einschränkung Und genau das sehen immer mehr Menschen so Das Konkurrenzdenken wird genau dadurch verschwinden Und die Sexualität aus den Käfigen der Religionen Und ihrer Sichtweisen befreit Genau dadurch wird es auch aufhören Dass Menschen sich hintergehen Betrügen Und fremd gehen Weil das auf diese Weise schlichtweg nicht mehr möglich ist Stattdessen Eröffnet sich ein Maß an Offenheit Das die meisten sich bis dahin Nicht im Ansatz vorstellen können Wenn du zurückgehst Schau dir einen Film an Es ist ein Softporno Aus den 1970er Jahren Mit Silvia Christell Im Manuel 2 Mitunter furchtbar kitschig Vergiss das Gefummel auf der Leinwand Oder spiel an dir rum Wenn es dir Spaß macht Aber achte auf folgendes Schau dir genau an Was für eine Beziehung die beiden miteinander haben Wie offen Und wie herzlich Und höre genau hin Was ihr Mann seinem Freund sagt Als sie an der Veranda stehen Und er ihm erklärt Wie die beiden zueinander stehen Ich selbst bin mir sehr sehr dankbar Für diese Worte am Ende dieses Buches Weil ich dadurch nicht nur gelernt habe Tamara völlig anders zu sehen Sondern mich einer Form von Partnerschaft zu öffnen Die ich heute mit dir führe Immanuel und ihr Mann lebten diese Form schon damals in jenem Film Und heute tun das alle Nicht nur mir hat das damals sehr geholfen Meine Probleme mit der Sexualität zu lösen Durch deine Geschichte war der Film auf einmal wieder in aller Munde Und wurde zu einem Vorbild Einer Schablone für eine ganze Generation von Menschen Vor allem die Jüngeren Die mit den Vorstellungen der Älteren irgendwie gar nicht parat kamen Konnten in dieser Art des Zusammenseins sehr viel anfangen Weil es ihnen auch wesentlich leichter fiel Zu sich selbst zu finden Und noch einen gebe ich dir mit Wegen deiner Zähne Schau mal nach den russischen Heilmethoden Die Namen Grabovoy und Petrov Werden dir schnell ins Auge stechen Recherchiere Sie haben bereits gelernt Übers Online Gaming Organe Völlig real nachwachsen und heilen zu lassen Und auch Zähne Recherchiere über alles, was du hier gelernt hast Alles davon ist 2015 bereits zu finden Seither ist nichts Tolles dazu erfunden worden Bisher haben wir einfach angefangen All das zu nutzen, was schon da war Und ich würde gerne noch etwas sagen, wenn ich darf Tamara Das nicht gesehen habe Bitte sag mir, dass ich das Buch lesen soll Bitte sagt alle allen, dass sie es lesen sollen Denn so wird die Geschichte wahr Das Manuskript ist für jeden kostenlos downloadbar Hast du noch Fragen? Ja, habe ich Tausende Vor allem eine Aber ich ziere mich, sie zu stellen Doch sie schaut mich so herzallerliebst an Als wüsste sie eh bereits, was mir vorgeht Dass ich mich überwinde Hast du Lust, mit mir zu schlafen? Sex, Sex? Mehr als je zuvor Hier entjungfere ich dich, wie du mich vor fünf Jahren entjungfert hast Ich bitte dich aber um das gleiche Versprechen, das ich dir damals gegeben habe Bitte trage diese Energie in die Welt Wenn wir physisch getrennt sind Und sich Gelegenheiten ergeben Dann bitte, bitte nutze sie Würdest du es nämlich nicht tun Wärst du bei meinem ersten Mal nicht so geübt gewesen, wie ich es heute Durch all meine Erfahrungen bin Und erst dadurch war es so unbeschreiblich schön für mich Das ist etwas völlig Persönliches Nur zwischen dir und mir Und was der Rest der Welt macht, kann uns dabei egal sein Einverstanden? Ich willige nickend ein Hab das Gefühl, dass alles andere gerade sowieso nicht in geringstem Sinn ergeben würde Und sie fordert mich auf, mich hinzusetzen Dann schaut sie mir tief in die Augen und beginnt, mich sanft zu streicheln Ich bekomme eine Gänsehaut am ganzen Körper Ich versinke in ihrem Blick Höre, wie sie mich anweist Jetzt einfach fließen zu lassen Und einfach zu genießen, was passiert Und völlig ohne etwas anderes zu tun, als meinen Impulsen zu folgen Sie drückt mich nach hinten auf den Boden Und zieht mir die Badehose aus In der ich seit gestern herumlaufe Und während es im physischen Bereich auf nicht ganz jugendfreie Weise weitergeht Wird im Inneren ganz bewusst wieder alles eins Mein Bewusstsein erweitert sich um ihres Und ich fühle die ganze Welt und das Universum in mir Was genau Samira alles mit mir macht, geht euch hier nichts an Macht es einfach und findet es selbst heraus Habt eure eigenen Erlebnisse Ich fühle Orgasmen und Ekstase jenseits aller Gedanken Ich spüre Lebensfreude und einen unbändigen Drang Ich spüre, wie er von es Papa ausgeht Und als es Papa sehe ich, was als nächstes zu tun ist Ich sehe mir in allen Zellen zu allen Zeiten Alle nur erdenklichen Geschichten Ich sehe in mir alle Zellen zu allen Zeiten Alle nur erdenklichen Geschichten erleben Und ich sehe Nathan Wie er 2015 auf seinem Handtuch liegt Wo er sich noch zu Anfang Zu Recht völlig wehrlos In eine andere gezeigt geschickt fühlte Fühle ich, wie ich im Hier und Jetzt Ganz bewusst nach 2015 reise Ganz behutsam nähere ich mich als alles umfassendes Bewusstsein Nathan 2015 Und komme in ihm wieder zu mir selbst zurück Ich öffne die Augen und blinzle Samira ist nicht mehr da Nur noch in mir Und ich greife nach meiner Wasserflasche Öffne sie und nehme einen Schluck Wasser Es schmeckt wunderbar Und als ich mich aufsetze Liebe ich den Anblick der Mülltonnen Genieße sie, sagt Jack rechts neben mir Sie werden bald nicht mehr da sein Ich höre die Stimmen der Leute um mich herum Und die meiner Freunde Das erste Mal in meinem Leben Habe ich den Eindruck Genau zu wissen, was ich zu tun habe Mein Leben hat einen unübersehbaren Sinn bekommen Das hier dürfte das erste Buch sein An dessen Ende die Geschichte nicht aufhört Sondern anfängt Ich will diese Dinge erleben Und es gibt nur einen Weg dahin Ich tue, was ich nur kann Um das alles zu verbreiten Und bestmöglich all diese Einladungen zu befolgen Eine neue Erde zu schaffen Wer ist mit dabei? Nachwort Es ist jetzt eine Woche her Seit ich das Manuskript ins Internet gestellt habe Und ich muss sagen, dass ich überwältigt bin von dem, was seitdem passiert ist Nicht nur, dass ich, wie ich Nathan 2020 schon sagte Jetzt in Wien bin Sondern ich habe auch schon zwei wöchentliche Sendungen gehabt Immer freitagsabends zwischen 2020 und 23 Uhr Läuft auf okitalk.com bis auf weiteres Bauchi auf Sendung Dazu kommt, dass das Manuskript nach einer Woche bereits 3000 Aufrufe hatte Und als PDF-Datei via Mails Durch inzwischen Hunderte von Menschen An inzwischen Tausende von Menschen Weitergeschickt wurde Auf YouTube findet sich inzwischen Eine vierstündige Hörbuchversion Das war die von der Sabine Des Weiteren existiert in Facebook Die Gruppe Agenda 2020 Ein Experiment in der Matrix Die in der ersten Woche Schon fast 300 Begeisterte zusammengeführt hat Heute, Anfang November, sind wir fast 900 In der reger Austausch und, mit Verlaub gesagt Eine verdammt geile Stimmung herrscht Wo es von Natans Geschichte hieß Nur fünf Jahre, wie soll das gehen Da heißt es schon heute Das soll alles noch so lange dauern Das schaffen wir schneller Doch Obacht Über Eifer führt schnell zu Frust Gehen wir alles Schritt für Schritt an So wird dann ein Schuh draus Oder besser Eine neue Erde Morgen ist es soweit Dass ich das lektorierte Manuskript An den Verlag schicken kann Ich danke allen Beteiligten Für ihre Hilfe an dem Buch Vor allem Barbara fürs Gegenlesen Wu Wang für das tolle Cover Sabine fürs Einlesen des Hörbuchs Asra für das Zimmer In dem ich den größten Teil geschrieben habe Finn fürs Administrieren der Gruppe Und den Anfang der englischen Übersetzung Und vor allem Nathan Für diese abgefahrene Geschichte Ich habe Hummeln im Hintern Wenn ich das alles sehe Und weiß Das alles passiert gerade Offensehbar für alle Und wir sind mittendrin Die Zeit des langen Wartens Ist endlich vorbei Die Zeit des Handelns Hat begonnen Und ich sehe die Menschen Um mich herum Aus Begeisterung handeln Alles Von dem ich gerade geschrieben habe Ist entstanden Weil jemand es mit Freude Und gern getan hat Vielleicht ist das alles deswegen So unbeschreiblich schön Und ich werde auf meinem YouTube-Kanal Zwischendurch immer wieder mal erzählen Wie es weitergeht Und auf dem Laufenden halten YouTube.com Slash Ich bin Bauchy Bis auf weiteres Euer Bauchy Bis zum nächsten Mal Ciao Ciao Tschüss Untertitelung des ZDF, 2020